Verhexen, Töten haben wir schon, das ist trotzdem nicht so das Gelbe vom Ei hier, oder? Dann machen wir doch das Füttern noch mit, wenn das hier eh in der Nähe ist. Komm, fliegen wir einmal runter, machen wir vier Weltquests, dann heute Anturus Horde Boys. Wir haben einiges gut zu machen auf Hordenseite, ja, das war letztes Mal, war das, ja, uh, das war unser mitschlimmster Run bisher, möchte ich meinen. Ali dafür dann alles First Try, muss man sich mal vorstellen. Und ja, dann gucken wir, ob wir noch ein-, zweimal Grab mal donnern heute, ja, das war so ein bisschen bei der Hitze und sich überfordern im brennenden Thron, oder? Ja, Savariri, grüße, wünsche ich auch, hallöchen, war geiles Wetter zum Einschlafen, kann ich auch sehr gut. Capri, sag ich dir, wie es ist, kann ich auch sehr, sehr gut. Ja doch, ich kann nur eins auf den Chat achten oder eine SMS schreiben. Ja, wir wollen uns ja nicht überfordern, Kloa, oder auch bei dem Wetter, meine Güte, das gibt's doch nicht, Kiyamo, hallöle. Grüß dich, der Bradox ist auch da, hi, hi, passierte das auch, dass du bei dem Wetter auch sogar beim Duschen schwitzt? Das kann sein, aber kann ich nicht einschätzen, weil das Wasser ist ja sowieso überall, ne, da kann ich jetzt nicht zwischen Wasser und Schweiß differenzieren auf meiner Haut. Probst du, wenn ihr das könnt? Ja, ich leider nicht, Stieben, hallöchen, Dreadmasters, auch da, grüße dich. Und ich reite erstmal gegen Zaun, ne, geile Sache, VCH, ich hab heute eine Kiste voller Süßigkeiten bekommen, weil ich so ein komisches Ding gefunden hab, was sich Handy nennt. Oh, gucke, ja, ist doch eine nette Sache, oder? Das ist doch ein fairer Tausch, könnte man auch sagen. Großartig, du machst füttern, fütterst du jetzt uns? Ja, ich fütter euch mit Wurtsalven, ja, ratatata, macht die Munition. Großartig, so, da haben wir das Platin. Es gab echt Zeiten, da bin ich auch wirklich ohne größere Weltquiz-Sachen nur losgeritten für diese fünf Platin, oder? Da macht man heute doch keinen Finger mehr krumm, Digga, Wahnsinn, selbst im Add-on, ne, die Wirtschaftsfaktoren. Wahnsinn, kurz geguckt, ob's auch zählt, hat er auch gerne rumgebackt, 400 Gold-Rep-Kosten. Es ist schon wieder alles geil hier heute in Arz-Rot, ne, richtig Bock. So, erst Dornschwinge, dann füttern und dann ganz nach oben. Ein schönes Dreieck reiten wir hier ab, Delictus. Hallöchen, wer schreibt 2019 noch SMS? Ich wollte gerade sagen, meine Oma, aber original nicht mal meine Oma. Mein Vater hat auch jetzt WhatsApp mittlerweile. Krass, ne, aber es gibt sie noch. Es gibt sie noch. Ja, die stillen Kämpfer, großartige Geschichte. Muss es geben. Hab mir heute erst einen Ventilator gekauft, aber gerade so noch rechtzeitig. Ich erinnere mich, letztes Jahr, als Sharon keinen hatte und ich dann im Hochsommer versuchte aber noch eins zu organisieren und auf Ebay alles weg. Auf Amazon alles weg. Dann habe ich geguckt bei sowas wie Rewe und Lidl Online und so ein Kram oder was es war, ja. Auch da alles weg. Und dann hat es einen Monat gebraucht, um halbwegs schon Angeschlagenen auch, ja, eigentlich aus der letzten Auswahl noch ranzukriegen. Wo dann sowieso schon fast alles durch war. Also ganz traurig. Wer bis jetzt keinen Ventilator hat, Freunde, sputet euch, ja. Ich kenne die Schrecken dieser Bestellverfahren mittlerweile. Das ist echt nicht schön, Bullethuf. Grüße, SMS ist T-Morg für Nachrichtenschreiben. So, ja, mal ein anderes Gewand der Nachricht. Natürlich mal zeigen, guck mal, du bist mir so wichtig. Ich schreibe sogar eine SMS. Da zahle ich noch 20 Cent drauf im Monat. Na, hallo. Sehr schön. Hör mir gerade deinen Loretalk von Barlow und dir an. Respekt, gefällt mir, bin bei Folge 21. Freut mich sehr zu hören, freut uns sehr zu hören. Dann auch weitere schöne Folgen, sage ich mal. Stell ich mir Chlor beim Duschen vor. Okay, klingt falsch, aber warte. Und dann schaut er so, ah, du bist Wasser. Und du da, du bist Schweiß. Ja, bestimmt. Und hat da einen wasserfesten Edding irgendwie, mit dem er das markiert. Keiner, was? Was ist passiert? Ja, das Hack kommt zurecht, glaube ich. Oh, grüße. Hallöchen. Ich schiebe es mal auf die Hitze. Ja, es verändert auch den Menschen. Ja, zwei Dinge können einen Mann verändern. Oder waren es drei? Bin mir gerade nicht sicher. Frauen, Wärme. Und von Samdi. Oder? Ne, Radox. Vielen, vielen Dank für vier Monate. Ich raste aus, oder? Ah, heftig. Heftig, heftig. So, könnte der mal sterben hier? Was ist mit mir? Habe ich irgendwie wieder noch Time-Mock-Items an? Nö, 414. Sag mal, in BFA kriegen wir doch alles geschenkt. Und dann muss ich hier einen Mob töten, oder was? Freunde. Da fangen die aber ganz komisch an hier, oder? Das muss ja nicht so sein hier. Und vor allem nicht so bleiben, Matsuma-Mai. Grüße, Incognito-Hi. Drei Ventilatoren, zwei Collectors, hättest du schon vorbestellt, richtiger Rich-Boy. Ich lebe von eurem Hass. Ja gut, er hält sich zwar in Grenzen, ne? Aber mühsam ernährt sich das Murmeltier. Oder wie war das? Ich habe zwei. Ich bin gerüstet für das, was da kommt. Sehr schön. Ich habe auch noch einen Haufen im Keller, glaube ich. Ich habe ja dann, als ich meine geile Studenten-Butze hatte, er hatte ja auch immer nochmal extra und hin und her und dann noch einen aus dem Keller, noch einen von Vater und dann mal so einem ein Angebot gekauft. Und boah, Ventilatoren, ne? Die stapeln sich jetzt nicht im Keller, aber ich bin auch gerüstet. Im Zweifelsfall kann ich mir von vier Seiten, ne, schön den Wind um die Ohren ballern lassen. Mensch, ein Träumchen. So, wir müssen die Kleinen füttern. Füttern wir die mit dem Fleisch von den Eltern? Der Frosty-Karpult hier so rigoroserweise, diese großen Ravasaurier sind das ja. Tatsache, ne? Wir füttern die mit Mutti und Papa. Ja, da wissen wir, was gut ist. Da müssen wir auch keinen Qualitäts-Check machen. Das funktioniert einfach. Guck mal hier, lecker Mutti, ne? Mh, das schmeckt aller. Was ist das denn? Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, wir holen das jetzt von den Triteratops, so heißen die. Triteratops-Viecher, nö. Lecker hier, guck mal, und die Schwester noch dabei. Jawohl, ein Familienspaß hier, ne? Das ist ein Saarlands-Quest. Großartig, aber ja. Saludien. Grüße, Grüße, Grüße. Grüße, Grüße. Menschen sind halt blöd. Ja, das sowieso auch. Ja, das sowieso auch. Was war das bei Apple erst wieder irgendwie? Der Bildschirm kostet 1.000 und die Halterung für den Bildschirm kostet auch nochmal 1.000 oder so. Ja, alles ganz, ganz, ganz mystisch mittlerweile, ja. Ganz, ganz mystisch soll jeder sein Geld für das ausgeben, was er möchte. Ja, und wenn es jetzt eine Apple-Halterung ist oder ein altes Handy oder eben, weiß ich nicht, 7.000 Ventilatoren, ja, dann gönne ich das jedem von Herzen. Ich brauche noch ein Fleisch, kann das sein? Ein Fleisch brauche ich noch. Da schläft einer. Guck mal, wir ermorden jetzt die schlafende, schwer arbeitende, alleinerziehende Mutter hier im Jahre 2019 und verfüttern sie an die Kinder. Erinnert mich an so eine sehr, sehr gruselige, wie heißt das immer, Creepypasta oder so Geschichte von Winnie-Pooh, wo ihr Känga, diese Känguru-Mutter mit dem kleinen Roo, ja, mit dem Känguru-Kind, einen sehr harten Winter hatte und dann das Kind essen musste. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich da war, aber ich hatte Winnie-Pooh anders in Erinnerung. Das muss ich an der Stelle, glaube ich, auch mal so sagen. Essen wie bei Muttern, ja, im wahrsten Sinne, ne? Im wahrsten Sinne. Tolle Sache. Hallo, würdest du mich in die Gilde einladen? Na, sicher mache ich das. So, der Bademeister hier. Also noch zwei Plätzchen frei. Einwand frei, einwand frei. Ihr Weicheier, ein wahrer Gamer, hat keinen Ventilator und stirbt leises Jammern vorm PC, ein grausam Hitzetod. Du würdest dich dabei nicht Tastatur wie Maus und Stuhl auch so einsauen, dass ich die mit dem Flammenwerfer vernichten müsste, aufgrund des Schweißgeruchs würde ich das vielleicht sogar machen. Aber so, äh, ja, bin ich da ein bisschen für die Erhaltung dieser Sachen. Ja, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Ja, die sind mir ans Herz gewachsen. Mein Stuhl, der nach wie vor eine Offenbarung für den Arsch ist, ja, den möchte ich noch eine Weile behalten, bevor er auch nach Arsch riecht. Ja, das ist ja wichtig, da zu differenzieren. Was ist das Einfachste, um an einen KJ-Kill zu kommen, für die verhärte Küste, äh, bei uns mitzugehen? Oder? Ah, nee, wir machen ja mythisch, da lassen wir es ja aus. Keine Ahnung, eine Hero-Gruppe zu suchen. Musst du mal gucken im Tool, vielleicht gibt es Russen-Gruppen. Ähm, es gibt immer wieder Gruppen, die auch, äh, Heroik den Kill noch holen, weil der ja eine Artefakt-Färbung gibt, ja. Also, ja, oder Normal ist ja Latte, ne, weiß ich nicht. Da sind dir die Möglichkeiten ja offengestellt und ich denke, so wie für diese Quest, die du gerade ansprichst, wie auch für die Artefakt-Färbung und so weiter, finden sich da immer wieder Leutchen zusammen, ne. Das ist sicherlich machbar. Ja, komm, wir essen Mutter oder, äh, komm, wir essen Mutter, äh, komm, hat er ein Leben, ja. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. LFR schaffst du einen richtig easy Solo. Kannst du dich LFR, stimmt, du kannst dich ja LFR Solo anmelden, stimmt. Babraine hatte ich gar nicht auf dem Schirm, natürlich. Auno, hätten wir alles, ja, egal ob Normal, Müde, Shiro. LFR kannst du dich, ja, wir machen ja die Hunde immer, ja. Natürlich kannst du dich auch so anmelden, nimmst noch einen Freund mit oder so und dann Attacke. Das neue Mac kostet 5000 Euro. Ist das schon der Rare? Ja, guck mal, ich werde erst mal weitergereden. Der neue, oder das neue Mac kostet 5000 Euro und hat einen Arbeitsspeicher von 1,5 Terabyte und sieht aus wie zwei Käse reiben. Bildschirm kostet 4000 und die Halterung dann nur noch 1000. Ja, man spart halt, wo man kann. Ja, man spart, wo man kann. Alter, also kann man sich ja gönnen, wer das möchte, ne, aber gut, jedem seins, ja, jedem seins, keine Ahnung. Ich würde, ich bin, glaube ich, ich überlege gerade, ich versuche ein Beispiel zu finden, wo ich auch da vor dem Laden campen würde, um dann für 1000 Euro noch ein Handy zu holen oder irgendeine Halterung. Gibt es ja immer noch, ne, diese Apple-Fans, diese Mac-Fans und was auch immer, die da viel Tage lang schon vorher vor den Läden campen und so. Richtig krass auf jeden Fall. Also Marketing-mäßig läuft nach wie vor bei den Kollegen, ja. Für mich, weiß ich nicht, für was würde ich das machen? Für Bananen, ja, ostdeutschen Jogelol. Warte, du hast Internet für unterwegs, kannst kostenlos Nachrichten verschicken mit gewissen Apps, hast mehr Platz für Fotos und Videos und ganz wichtig, man kann Craft von unterwegs zuschauen und Nudes senden. Noch besser aus, danke Cam. Ja, großartig. Danke Cameron an dieser Stelle. Schöne Sache, ja, schöne, schöne Sache. Die Vorzüge der Technik, ja, aber manchmal ist ja ein Rückschritt auch kein Schritt nach hinten, sondern nur ein Vormarsch in eine andere Richtung. Von daher, Regel Nummer 1, jeder macht seins. Und Regel Nummer 1 ist auf, wir machen jetzt erstmal Antorus auf Horden-Seite. So, ich komme mit dem Pally mit. Kommen wir mit dem Pally mit? Ja, ne, muss man mal gucken hier. Wir haben nur einmal auf Horde, genau der andere war ja auf der Alli-Seite. Ja, wo genau bekomme ich eigentlich die Argus Precrest her? Gab es die in der Klassenhalle? Gab es die an der verhärten Küste? Musstest du vielleicht sogar alles so weit durchspielen, dass du quasi die ganzen Contentsachen, wie jetzt verhärte Küste und so weiter, auch freigespielt hast, dass du da hinkommst? Ich kann es dir nicht sagen. Das war so ein automatischer Prozess irgendwie. Ja, bei meinem Alli habe ich es ja auch nicht. Ich musste mich gestern porten lassen, habe ich auch nicht gesehen, die Quest. Ich weiß es original nicht mehr. So lange her, ne? So lange her. Du würdest eine Woche für ein Handy oder so campen, wenn du dann mein Mount, ein Haus, ja so ein Mount, ein Haus, ein Spielzeug, ein WoW bekommst. Das kann gut sein, aber dafür müssen die auch schick aussehen. Ja, sonst auch drauf geschissen. Aber das stimmt wohl. Ja, da ist es dann mehr der Ingame-Content, ja, als irgendwie die Hardware, für die ich mich da vorsetzen würde. Emeron, hallo jeden. Emil, grüß dich. Ich möchte bei mir Twitch starten. Hättest du ein paar Tipps für mich? Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen und mach vor allem nur das, was dir auch wirklich Spaß macht. Sprich, lass dich nicht gleich von Streamplan und Co. in irgendwelche Muster drängen, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Mach nur das, worauf du Lust hast. Das merken dann auch alle Leute, die mitmachen, in welcher Form auch immer. Und, ja, durchhalten, ne? Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Den Spaß bewahren und dann, der Rest funktioniert von ganz allein. Natürlich auch solche Sachen wie Standardqualität, ja. Also, wenn du jetzt anfängst, irgendwie Minecraft mit 360p, schwarzem Rand- und Rauschen-Mikro zu streamen, müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden in 2019. Aber, ja, abgesehen von den Standards ist das eigentlich der einzige Tipp oder die einzigen Hinweise, die ich immer habe. Resnitz, hallöchen. Timewalk Alcatraz, oder Alcatraz, der Tankpool, den ganzen Raum mit den Warbmeistern, oder, was für ein Ding warb? Mir sieht er ja keine Ahnung, was das sind. Und bleibt auf dem Flex stehen. Geil, hatten wir gestern auch zerschmetterte Hallen reingekommen. Ich als Heiler, der Tankpult, komplett den ersten Raum zusammen, ja. Und einfach Wipe. Gestorben, alle immer wieder rein. Jeder dreimal gestorben, bis sie resettet sind. Ist einfach geil, wie einige dieses Scaling komplett unterschätzen, ja. Und überhaupt nicht klarkommen auf ihr, weiß ich nicht, generelles Suchtverhalten. Ganz, ganz schlimm. Wer demnächst auf die Horde wechseln, da sich unsere Gilde leider aufgelöst hat. Es wird natürlich der Re-Am, der nach dem grünen Jesus, äh, Jesus, Alter. Jesus, Junge, benannt ist. Ja, gönn dir reichlich, ne. Auf das du da schöne, viele neue Leute findest. Das mit Craft von unterwegs gucken, muss doch eigentlich jeden überzeugen. Ja, hoffen wir es, ne. Marketing-Kampagne läuft auf jeden Fall. Big old German. Hallöchen. Grüße, Grüße. Das werden dann alles Hasen. Wieso werden das dann alles Hasen? Ich bin ja nicht Bolias, ne. Für einen Hasen-Mount würde der bestimmt kämpfen. Aber ich hätte auch Bock auf einen Hasen-Mount, oder wenn wir jetzt eine Insel-Expedition hätten und nicht mal so ein Hase im Sinne von diesen Schädlingen, die wir ja so als Hamster irgendwas, Mischlings-Fickfrosch-Pandaria hatten, ja. Sondern echt so ein richtiger Hase, so mit schönen Löffelohren, so den du reitest, der so hoppelt wie die Frösche. Also die Frösche springen aber, ne, so in der Art, die Animation. Das wäre, glaube ich, eine nice Sache. Kann es sein, dass BC-Timewalk richtig krank die Woche ist? Ähm, wir sind vielleicht auch verwöhnt. Wir sind vielleicht auch verwöhnt, weil das Scaling mit Votica und auch Cutter, glaube ich, sehr angenehm ist und BC halt nach wie vor auch solche Magic-Schellen drückt, ja. Dass es auch erstmal wirklich erdrückend ist, überhaupt reinzugehen. Ich weiß nicht, ob sie was am Scaling verändert haben, aber ich bin gefühlt auch in jedem Dungeon mindestens einmal gestorben. Ist auch keiner gelieft, scheinen sich alle dran gewöhnt zu haben. Keine Ahnung, was da momentan los ist, zumal wir durch WOD ja eigentlich abgehärtet sein sollten. Ja, was da an Bossmechanik und Magic-Damage auch kamen. Also das muss ich, glaube ich, keinem erzählen, vor allem nicht den Heilern und Tanks. Insofern ganz seltsam, ja. Ganz, ganz seltsam. Wir waren noch nicht mit den Mains unterwegs, wir waren jetzt auch nur mit Twings zum Leveln und so weiter und so fort, ja. Aber bei manchen Bossen, auch dieser Riesengrabbe im Tiefensumpf, die irgendwie dann Enrage geht und die Rüstung zerreißt und so, gibst du um mit der Zeit, ja. Ganz komisch, keine Ahnung. Razer, hallochen. Grüße. So ein richtiger Hase, den könnte man dann allen zeigen. Hätten dann alle Aldor-Spieler direkt auf dem Shortcut. Geil. Jamal, wow, hallochen. Mir wurde der Stream empfohlen, weil mir gesagt wurde, er ist Anfängerfreundlich, weil Level 120, Item Level 378, BM-Hunter Horde. Ja gut, wir sind Anfängerfreundlich, weil wir in der Regel T-Mog rennen, wo sie ziemlich alles mit kann, was auch mit möchte. Ja, und mit 378, glaube ich, bist du auch kein Anfänger mehr. Es sei denn, hast du jetzt den Account bei Ebay gekauft. Aber 378 ist ja schon die ein oder andere Spielminute, auch auf 120. Grüße auf jeden Fall. Hallöchen. Hallöchen. Dauerregnerische Grüße zu sammeln. Ja, ich hätte auch gern Regen. Ich pfeife mir momentan so viele Antipollentabletten rein, weil hier nur Dürre und schwele Luft ist. Es ist absolut ungeil. Ja, absolut ungeil. Gut. Freunde, wir müssen heute die Pleite der Horde vom letzten Mal müssen wir wettmachen. Ich hoffe, das ist allen bewusst. Von daher, wer mitkommen möchte, an Toros müde. Schruppelol gleich offen für euch. Serverübergreifend. Horde müsst ihr sein. Stufe 120. GS bitte 380 rum. Gerne aufwärts. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten Agrama und Co. Wir haben es gesehen. Ja, es wird nicht besser. Liebe Leute, insofern, ja, hoffen wir das Beste für diesen Run. Wie immer, solltet ihr feststellen, dass wir zu viele oder zu wenig Heiler-Tanks, was auch immer sind, dann fühlt euch gerne frei umzuspecken, denn wir brauchen natürlich eine Menge Damage. Wir brauchen aber auch den ein oder anderen Heilungszauber. Ansonsten wird es ja auch alles andere als angenehm. Oh, gucke hier, mit 415 sogar, ne? Großartig. 412. Jawohl. Ja, die Shamis, ne? Alle wollen sie das an Toroset. Ist auch ein schönes. Ist auch ein schönes, wie beim Albtraum immer zu Legion die ganzen DHs mitkamen für die Lederschildern von Xavius, ja. Jetzt sind es hier die Kettenträger. Sehr, sehr schön. So, da unten sehe ich auch schon Heiler. Die letzten beiden Slots sollten bis dahin keine zwei Heiler drin sein, sind natürlich für Heiler reserviert, weil zwei brauchen wir schon mindestens, möchte ich meinen. So, dann können wir jetzt hier noch den guten Emagar mitnehmen und dann meine ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, wir haben jetzt mit Vianna nur einen Heal. Das heißt, wir bräuchten noch einen, weil einem Heiler möchte ich das nicht zumuten, zumuten, gerade wenn bei Agrama doch mal ein Elementar mehr durchkommt. Das kann sehr unangenehm werden, gerade als Pally. Gerade als Pally. Äh, Holy Cow, wenn du auch noch umspecken könntest, ja, das wäre natürlich top, wenn sich jetzt keiner noch anmeldet und du sagst, du machst auch noch Heal, dann können wir das gerne so machen, dann können wir den Gruen noch mitnehmen. Das würde funktionieren. Wurnork, hallöchen. Eben erst mal vom Wikinger-Markt gekommen, dicke Flasche Met gegönnt. Geil, gönnt ihr reichlich. Sehr, sehr schöne Sache. Ja gut, dann können wir den Gruen mitnehmen, ne, wenn der ein oder andere noch umspecken kann, dann ist das ja kein Problem. Mythisch, Freunde, heißes Passen wird 20 Leute rein. Mehr können wir leider nicht mitnehmen, machen das ja nur aber auch mehr wie regelmäßig, ne. Und wir haben keinen Hexer. Doch, um Gottes Willen, um Gottes Willen, den Pilgur habe ich fast hier übersehen, das tut mir leid. Können wir drinnen porten. Also, wenn ich mal etwas sagen darf, dann, deine PvP-Videos sind einfach die besten. Schön auf Nacken, das freut mich sehr zu hören, da kommen auch diese Woche noch einige. Müdisch ist, wir können dann drinnen porten, wie immer, Freunde, bitte nur pullen, wenn alle da sind. Der denkt an, KR und so ein Kram. Und, ja, toll, ne. Toll, toll, toll. Toll, zeig mal, Craft, was du aus meinem Huhn gemacht hast. Nein. Einfach nur nein. Einfach zu kalt. Apropos Kette, ich habe vorhin endlich den Elite-Kettenhelm bekommen. Setvoll, geil. Oder, das ist immer noch das beste Gefühl, wenn das Setvoll ist. Ich fahre mir momentan die Anki-Rage-Sets und bei manchen ist es nicht mal die Rufblockade von Brunots Dormus oder so, wo man 7000 Stunden fahren darf, sondern es fehlen dann hier die Handschuhe, die von Whiskydus droppen. Und ich weiß nicht, ob alle Whiskydus kennen, das ist dieser grüne Blubboss in Anki-Rage. Und den muss man erst mit Frost-Angriffen treffen. Dann fiert er ein. Und dann musst du den mit einer bestimmten Anzahl 40, 50 Melee-Attacks treffen und dann zerspringt er und dann ist er auch nur tot. Sprich, du brauchst eine Klasse, wenn du es alleine machen willst, die zum einen Frost-Schaden macht oder du verzauberst sie auf Erbstücke oder so eine Frost-VZ wie Elementarkraft und wartest dann, bis genug Procs davon durchkommen. Dann muss das 4 auf 1% sein und dann musst du alleine so viele Schläge im Melee-Bereich, nichts mit Mage oder so, es müssen meines Wissens nach Mili-Schläge sein. Musst du alleine da draufzimmern, ja, schaffe ich bisher original nur mit Furohrkrieger und mit Verstärker-Charme samt Kampfrausch und es fehlen überall Handschuhe und Armschienen und so ein Scheiß und es ist so ein Kackboss, aber der kann auch ein Pad droppen, was logischerweise nicht unter 20k weggeht, weil keiner hat Bock auf das Scheiß. Wie? Richtig räudig, man. Set soweit voll und immer fehlt irgendwo noch Handschuhe oder so ein Kram. Es ist ganz traurig. Arturo, Hallöchen, Abias, vielen Dank für vier Monate. Vieles Dankes. Wir saufen den Met, bis keiner mehr steht. Unser Häuptling heißt Rote Locke. Wir verbrauchen viel Frauen und tun Leute beklauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Ja, das muss ja auch sein. Das muss ja auch mal gegeben sein, eine solche, Achtung, Gegebenheit, oder? Toll. Ich gehe mir, was, einen Obstgarten holen, komm wieder, Red Offen und voll. Es geht Rucki Zucki momentan. gerade bei der Horde, bei der Allianz hatten wir gestern noch die ein oder andere Schwächesekunde, aber bei der Horde ist es in der Regel so, da mache ich auf und dann ist auch schon voll. Ja, schwierig beim ID Reset, aber so näher wir am Wochenende sind, umso schneller geht es hier logischerweise auch in die Vollen tatsächlich wieder. Whisky Durs ist lustig, das Pad ist immer noch recht viel wert. Ja, eben, aber so zum Farm, gerade von Set-Teilen und gerade auch mit jeder Klasse kannst du halt voll vergessen. Ja, kannst du voll vergessen, Pandora. Hallöchen, gestern wurde mein Sub gar nicht angezeigt, doof so war es. Ja, trotzdem vielen Dank dafür. Trotzdem vielen Dank, die miese Anzeige. Comics, Hallöchen. Kloa hatte eben noch irgendwas verlinkt hier oben, zwei Mal. Heute erste richtige Pizza, Emron, gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn dir. So, du hast das Huhn verunstaltet, zwei Mal. Wir gucken, ja, ist ein Kock, ne? Ist ein Kock. Okay, ja, kreativ, wurde alles gegeben, ja, wurde alles gegeben. Unsere Bedingungen für, für Antorus, für T-Mock-Farmen sind momentan die höchsten, die wir haben. In der Regel machen wir auch Grabmal mythisch oder Nachtfestung und so, da geht das natürlich ein bisschen runter. Antorus aktuell, Horde und 380 rum, ne? Dass wir hier auch problemlos durchkommen. Die Bosse auf mythisch schmettern eben noch mega rein. Wir müssen einige Mechaniken skippen, wenn wir nicht tryharden wollen, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr GS, aber 380 rum, wie du ja selber auch geschrieben hast, ne? So auch als Anfänger ist ja ganz gut zu erreichen. Machst du heute was auf der Ali-Seite? Ne, haben wir gestern gemacht. Gestern war schon feinste Ali-Gönnung wieder. So, da fehlen noch einige, oder? Hör mal, Freunde, da haben wir aber geschludert hier beim Porten. Das wollen wir uns natürlich nicht anlassen, Vollstorferlöchen. Ich hab das Pad direkt meinst Aha damit. Ja, ist richtig, ja, das Tröpfchen. Ich sag mal, so mit einem Verstärker zum Beispiel, wie gesagt, haust du Frostbrandangriffe rein und fertig, kein Problem. Furorkrieger, ja, habe ich momentan die beiden Erbstück-Dolche mit Elementarkraft verzaubert. Da ist jeder dritte Schlag irgendwie ein Frostangriff. Geht auch, ja. Aber danach wird es schwierig, so viele Auto-Attacks eben alleine draufzuhauen. Das ist in der Tat nicht schön. Nicht schön. Darkda, Hallöchen. Das ist aber auch ein Scheiß-Boss. Wer hat sich nur so eine Mechanik ausgedacht? Was ist? Malte war es. Dann alles klar. Wobei, Dreadmaster, wir müssen sagen, es ist ein Boss aus Classic und darum ist er natürlich Beste. Ja, da können wir ihn jetzt nur bedingt kritisieren. Aber so zum Nachfarben, ja, nicht jede Klasse hat Frostzauber. Und nicht jede Klasse hat auch alleine genug Attack-Speed. Ich weiß nicht, mit wem es war. Ich glaube, mit einem, mit einem, nee, mit einem Dicke. Mit einem Frost-Dicke. Mit meinem Revenger. Ja, mein erster Frost-Dicke. Hört man vielleicht am Namen. Bin ich reingegangen und dachte, okay, ist rein, heulende Böe, ne, eisige Winde und wie es alles heißt. Bam, bam. Ja, und dann habe ich so lange geheult, weil ich das Vieh nicht down bekommen habe, weil mein Attack-Speed zu low war, bis Sharoor mit dem Schorken noch ankommen musste und wir den zu zweit dann tot geknüppelt haben, ja. Also, das ist absolut nicht geil. Wer an Garage farmt, wer die Sets alle voll hat, Digga, krass. Ja, Props gehen raus auf jeden Fall. Props gehen raus. So. By the way, unsere lieben Freunde von GetDigital, also die lieben Lootbox-Leute, haben auch noch eine geschickt für diesen Monat, habe ich heute ausgepackt, kommt auch bald noch ein Video. War wieder sehr, sehr schön und war, äh, auch random so ein bisschen, ne. Hatten wir, glaube ich, gar nicht so geplant, hatte ich, glaube ich, auch gar nicht mit angekündigt, das sei denn, ich habe irgendwas im Kleingedruckten überlesen. Aber geile Sache, ne. Fetzt auf jeden Fall. So, was hier mit Abias? Da ist er der gute Mann. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Immer dieses Allianz-Bashing. Gestern Anturos Superb von der Allianz gespielt und bei der Horde ordentlich verschissen. Aber hey, es war ja warm. Eben, Vito, oder? Es war ja warm und die Allianzer, die müssen sich natürlich auch zusammenreißen. Ja, was anderes bleibt ja gar nicht übrig. Von daher, ähm, ist das halt schön. Ja, wir wollen es natürlich auch nicht übermäßig erwähnen. Junge, der Damage, was geht denn hier? Holy Shit. Schon der erste Boss hat ein bisschen Bock hier auf uns, ne. Haben wir einen Pally das Set aus Akku geholt? Brauche ich mir nicht nochmal geben, oder? Cabri, das sehe ich auch so. Wenn ich die Handschuhe habe, mache ich auch drei Kreuze. Und wie es immer so ist, du gehst von mir aus mit dem Stoffi rein. Ja, es droppt natürlich die Platte. Du gehst, äh, weißt du nicht, mit dem Verstärker-Charmi rein. Es droppt einen Bogen und so. Ja, das ist absolut super. Absolut super. Camisterino, vielen Dank für sechs Monate, ein halbes Jahr. Vielen, vielen Dank. Fredon, grüß dich. Hallöchen. Grüße, grüße. Wie sieht ein Pally-Set überhaupt aus hier? Äh, Set-mäßig. Kann ich ganz hoch scrollen wieder, ne. Danke für gar nichts. Achso, das Hero. Müdisch. Oh, auch fünf. Gucke. Ja, es wird. Es wird, es wird, es wird. Zwar nicht besser, aber, ne, zumindest auch nicht schlechter. Das ist ja schon mal etwas. Jeder soll tragen oder nicht tragen, was er will. So. Oder? Genau so sieht's aus. Bei uns kommt ein Unwetter auf. Ich geh lieber mal raus. Beim letzten Unwetter hat's mir den Monitor gecrashed. Bis später oder so. Sehr ein Stern. Ja, voll verständlich. Drücke ich die Daumen, dass diesmal nichts kaputt geht. Ja, dass es nur schön abkühlt. Und danke dir fürs Reinschauen. Mach es gut. Mach es gut. Bart, egal. Hauptsache Man-Bubes. Was soll man dazu sagen? Oder nur denken? Ja, fuck yeah, 2019 oder nicht? Ist doch klare Sache. Wer Männerbrüste heutzutage nicht schön findet, Freunde, der ist ja ein Nazi, habe ich mir sagen lassen. Insofern, pass da bloß auf, ne, mit euren Formulierungen. Das ist ja die Freiheit des Geistes. Heutzutage, wir leben ja in einer Zeit, da kannst du quasi als wirklich übertrieben übergewichtiger junger Mann in die Schule gehen und wenn du dann ausgelacht wirst für deine haarigen Männerbrüste, dann werden vermutlich die, die gelacht haben und ihre Eltern angezeigt, medial verpönt und du kriegst noch einen Preis von irgendeiner Stiftung für deinen Mut verliehen, dass du dich traust, das so auszuleben. Also in solchen Zeiten leben wir ja mittlerweile, von daher ist die Freiheit des Geistes ja mittlerweile so frei, dass man sich fragen muss, ob nicht alle Geistes krank sind. Ja, das wäre so ein bisschen das Problem, aber naja, jedem seins. Ja, jedem seins. So, Freunde, die Hunde, lange kein Mount gedroppt, es wird mal wieder Zeit. Aller höchste Eisenbahn, King Logan. Hallöchen. Als ich AQ damals das erste Mal reingegangen bin, war mein erster Gedanke, hm, wir haben aber recht viele Frostmages dabei. Komisch, später bei dem Schleimboss wusste ich warum. Eben, ja, also bis wir sowas wie Frostica zum Beispiel hatten oder auch irgendwelche Cutter-Verzauberungen, ja, da war es ja mit dem Frostschaden nicht ganz so weit verbreitet, insofern macht das natürlich durchaus auch Sinn, Lausbub. Hallöchen. Ist sowieso doof, dass man die Transmogs nicht klassenübergreifend sammeln kann. Ja, stört mich in der Tat auch ein bisschen. Dann wäre ich zwar mit vielem sicherlich auch schon wieder fertig, ja, wenn das gehen würde, aber das stimmt, sie sind ja dabei, so viel Bettenet mäßig anzupassen, ja, da weiß ich auch nicht warum, da die Grenzen auch beim Ruf und so weiter, ja, nicht nur ein bisschen weiter gelockert werden. Wäre ich vom Sammelaspekt auf jeden Fall auch mit dabei. Freunde, Handschuhe, Platte Non-Set habe ich bekommen. Wer die haben möchte, gerne einmal anhandeln. Da lasse ich mich lieber als Nazi beleidigen, als Männerbuchs toll zu finden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, du warst doch immer, der Please Show Feed schreibt, ist Rocktool da? Habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst du, hat auch das Ad vergessen. Sehr gut. So hat Hitler die Leute damals auch rumgekriegt. Wer Man-Hubstall findet, ist kein Nazi, ja. Das sind diese alternativen Geschichtsfakten, ja, von denen immer alle sprechen. Stark. So, holy cow, möchte ich ja meine Plattenanschuhe haben. Bitteschön, habe ich schon angeleckt, auf das sie dich ewig dran erinnern mögen. Tolle Sache. Am nächsten Mittwoch rennen die meisten nur noch in Hose rum. Stimmt, wir kriegen ja auch das freie Mogen, ja. Was können wir alles ausmachen? Schultern, Helm, Brust und so weiter, ja. Tolle Sache. Da bin ich auch schon sehr gespannt, vor allem wie die Demon Hunter dann aussehen, ja. Die haben ja aktuell schon gerade so ab und zu ein Fetzen um eine Brust gewickelt. So, irgendwie Mutti, wir haben ja noch Schuhe de Fasching, aber Mutti hat schon das ganze Geld für diesen Monat versoffen, ne. Und dann basteln wir was aus gelben Säcken. So sehen manche DHS ja aus, zumindest vom Stofffetzen-Faktor, ja. Bin ich höchst gespannt, wie das weitergeht, zumal wir mit Nazjata, ich meine natürlich mit Nazjata, auch eine ganze Menge neue, sehr fischige und sehr schuppige Temox und so weiter bekommen, ja. Bin ich sehr gespannt, was wir da alles wieder kredenzkriegen, ja, auf jeden Fall, alles weg bis auf Hose, ja, woher der Tarzan-Style, ne. Schöne Liane zwischen die Arschbacken klemmen und das ist auch erhöhter Movement-Speed. Natürlich, Mounts sind nur für die Schwächlinge, ja. Wir trainieren auch Beine, obwohl man sie ingame nicht sieht, natürlich. Crazy Blackout, hallöchen. Wozu dann noch was mocken, wenn man alles ausblenden kann? Ja, wir sind halt dann die Gegenbewegung, ja, wir sind dann so die klare Gegenbewegung und setzen eben einfach auch klare Zeichen, ja, indem wir sagen, Schönheit ist manchmal auch mehr als nur Nippelzeichen, ja, ist ja auch wichtig. Wenn ich schuppen will, kratze ich mir über den Kopf, das ist aber nicht so gut. Grüße an Sebastian Vettel an dieser Stelle. Dieser Mann kennt dieses Gefühl nicht, ja, der kennt das einfach nicht. Eigentlich sollte es auch mal Slots für Unterwäsche und dazugehörige Transmox geben. Ja, das ist ja dann was für die feine Fantasy-Fraktion. Ja, da müssen wir sagen, da sind ja unsere Asia-MMOs dann dafür da. Ich wette, da gibt es dann auch sowas mit detaillierten Rüschen-BHs oder so. Wenn du dann dein riesiges Hühnchen reitest, dass das so ein bisschen rausstibitzt und die ganzen Reeps drauf abgehen. Ich glaube, das ist eher was für die Schiene. Also, ich glaube, ein Drehnei mit irgendwelchen extravaganten BH-Optionen, ich sag mal, brauche ich jetzt nicht. Bei den Männern vielleicht. Bei dem männlichen Drehnei vielleicht, aber ansonsten ist das ja nicht mein Fachgebiet. Also, ganz ehrlich, das Music-Set aus dem Achara-Palast ist ja echt beschissen. Findest du? Ich finde die alle echt schön, muss ich sagen. Merkst du den Boss mit den, äh, was? Achso, musst du den Boss mit dem Talenteisige klauen und trommeln? Ja, meine ich, muss man echt kreativ werden teilweise. Ey, ey, Gottes Willen. Ich komme rein und Formel 1 halb nice, moin, soll ich fortfahren? Weiß nicht, kannst du auch Audi fahren, wenn du möchtest. Heute kam auch ein Arbeitskollege auf mich zu und meinte, er hätte mich gestern beim Shoppen gesehen. Ich zu ihm, ich war nicht shoppen, er, aber du hattest auch Einkaufsbeutel dabei. Ich, ja, er, also warst du shoppen? Ich will doch, nein, hin und her, ja. Wie, jetzt habe ich aufgeklärt, Alter, Frauen gehen shoppen, ich bin ein Mann, ich shoppe nicht, ich gehe einfach einkaufen, ich hole einfach Sachen, ja, auch das gibt es, sieh an. Ich war, glaube ich, auch einmal shoppen in meinem Leben mit meiner Tante. Damals war ich 8, ansonsten, wie gesagt, verlasse ich eigentlich nie das Haus. Ich glaube, seit ich auch 8 bin, bestelle ich auch meine Klamotten online, beziehungsweise damals über Kataloge, EMP und so weiter, ja. Keine Ahnung, hab glaube ich noch nie ein H&M länger als 2 Sekunden von innen gesehen oder so. Wüsste auch gar nicht, wie so Läden heißen, wo man einkauft. Keine Ahnung, Ebay, Amazon und Gibi, ja. Attacke, 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 das ist eine Lüge, Craft, sowas gibt es nicht in Final Fantasy 4. Kommt noch, Riku, wir warten drauf, oder? Nee, war jetzt nur auch ein Sinnbild für solche R. Asiatisch, asiatisch. So, genau, Nordamerika und asiatisch angehauchte MMOs, ja. Gibt es bestimmt auch. Was wir brauchen, sind scheiß riesige Schilde und mordsbrutale Waffen. So sieht es nämlich aus, oder? Da bin ich als Tauchenspieler ganz nah bei dir. Liebe mit Pallys, ihr habt den O-Mann gezogen. Ist wieder klasse. Ersten Run kriege ich gar nichts, dann handelt ihr mir ein paar Sachen und die kriege ich im nächsten Run exakt eins zu eins so wieder. Geil, wer den haben möchte, Z-O-Mann-Pally gerne einmal anhandeln. Theo, Hallöchen, Grüße. Kommen mit 8-2 eigentlich auch die neuen Anpassungen für Goblins und Flohteppiche? Ich glaube nicht, ich denke, das ist dann was für ein Zwischenpatch, Warfront. Hier sind jetzt die HD-Upgrades und so ein Kram. Hier sind neue verbündete Völker vielleicht. So was ist, glaube ich, dann eher Richtung 8-2-5. Da wird ja jetzt schon spekuliert, wann der kommt, ob der dann direkt live geht, wenn der Raid offen ist und so ein Kram. Ob wir überhaupt einen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es da feste Infos gibt. Mal sehen. Er kommen, wenn du einen Tauchend-DK, einen pinken BH und rosa Crafts Army Schlüppi anziehen könntest, würdest du das machen? Nee, tatsächlich nicht. Ja, und ich finde ihn nicht schön. Ich werde es eh automatisch bekommen, aber ob ich es mogge, weiß ich echt nicht. Ja, ist ja unser Glück, dass wir das mythische Gear zum Beispiel auch dann in BFA einfach geschenkt bekommen. Insofern, ja, ist ja auch wichtig, dass nicht jeder alles geil findet. Sonst würden ja alle in T20 und T6 rumrennen. Und wir sehen, das tun nicht alle, ja, das tun nur einige. So, ist ja auch wichtig. Schlitte belegt. Hallöchen. Geh nach Chibo, da bekommst du alles. Klamotten, Kaffee, ein Kanu, ein Atomkraftwerk. Ich erinnere mich noch bei einem Freund, damals in der Grundschule, Anfang Gymnasium. Der hatte eine Mutter. Soweit schon mal crazy story. Die hat in einem Chibo-Laden in der Innenstadt gearbeitet. Da hat er immer auch so Kuscheltiere mitgebracht, so Mr. Chibo, so eine Kaffeebohne mit Gesicht. Und da gab es da wirklich nur Kaffee. Und ich glaube, ab und zu man einen Schlafanzug. Das ist mittlerweile, Chibo ist eskaliert wirklich, ja. Ist wirklich eskaliert. Zumindest bei uns in der Innenstadt. Sensimil, ja, Hallöchen, Uschi Puschi ist auch da. Grüße. Machst du ein Video wegen dem neuen Cinematic mit Patch 8.2, wegen dem Endcinematic vom neuen Raid, wenn das dann sicherlich so zwei, zweieinhalb Wochen nach Start gedatamined oder eben offiziell released wird, dann werden wir das sicherlich auch in dem einen oder anderen Video besprechen müssen. Ja. Wenn man dir einen Hühnerhut schickt, würdest du ihn tragen und davon Bilder online stellen? Nein. Würde ich nicht. Aber vor 8.2 kommt auch Classic, also war das eh kein Menü. Richtig, stimmt. Vor 8.2.5 vor allem, ja. Absolut richtig, das stimmt. Da haben wir einen Monat dann ungefähr sicherlich unsere Ruhe. Ich hätte gern für Untote weiße Feinrib-Unterwäsche mit Bremsstreifen. Ja, aber dann auch noch die Option, so irgendwie ein extra Emote, wo du so mit der Kippe auf das Unterhemd aschen kannst. Ja, das ist relativ wichtig. Dann hätten wir auch so ein Komplettpaket. Neues verbündetes Volk, irgendwie Hartz-IV-Toter, ja, so in dem Dreh. Keine Ahnung. Nuhu, Hallöchen. Ich habe übrigens zum 8.2-Video nochmal nachgeschaut und Priscilla steht, glaub, auf Seiten der Naga. Ja, also definitiv, das steht sie ja die ganze Zeit. Das wissen wir ja seit der Ali-Kriegskampagne schon. Ja, da wollte die Gute ja auch schon die Flotte entführen und dann Achara übergeben und dementsprechend, sobald sie natürlich dann in Nasiata ankommt, ja, steht sie natürlich auch auf der Seite direkt von Achara und geht wie alle Bösewichte natürlich davon aus, dass wir keine Sekunde in Nasiata auch überleben. Ich fände es ja nochmal geil, wenn sie wieder Klassensets rausbringen und nicht eins für Platte, eins für Leder. Regt mich total auf. Ähm, ja, mich tatsächlich gar nicht so, weil umso mehr Sets, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eins wieder besonders geil ist und eins besonders lame oder so. Siehe Klassenmounts, ne, Vergleich irgendwie, keine Ahnung, DK-Klassenmount und Magier-Toilettendeckel. Insofern bin ich eigentlich gar nicht so negativ dem gegenüber eingestellt, aber klar, war halt schön grundsätzlich immer erstmal mehr zu haben, ja, mehr Unterschiedlichkeit, mehr Variabilität ist erstmal immer eine tolle Sache, aber, ja, so stark vermissen tue ich es aktuell auf jeden Fall nicht und erleichtert stellenweise ja auch das Farmen, ne. Erleichtert stellenweise auch das Farmen, liebe Leute. So, Gold gefarben, cool. Danke. Loco Hallöchen. Bei Aldi gibt es Lebensmittel auch nur noch so nebenher, siehste, ja, gibt es gar nicht mehr, gibt es auch keine Wagen mehr oder so, ne. Wie war das mit dem einen Typen, der eine Playstation gekauft hat, war das bei Aldi und hat die halt auf so eine Gemüsewaage gelegt, hat die dann abgewogen und das Preisschild überklebt und hat dann die Playstation 3 für 9,92 Euro gekauft oder so, und das war auch relativ nice. Deswegen gibt es das alles nicht mehr, ne. Es gibt nur noch Technik bald. Wir ernähren uns nur noch von Daten auf USB-Sticks und so weiter, es wird Zeit, es wird Zeit. Ja, steht sie, sie ist ja auch ein Boss im Raid, eben, ja. Das kommt relativ klar. Jo, aber lässt sich Silvanas Priscilla so schnell durch die Lappen gehen, einfach so. Wir wissen ja nicht viel, was auch Nathanos dann zu tun hat in 8,2 und in Nazjatar. Wir wissen, der ist mit Xalatas unterwegs, er hat wieder seine Geheimaufträge, ja. Inwieweit das zusammenhängt, inwieweit Silvanas Priscilla jetzt auch vertraut hat, ich denke, das ist auch gerade so ein Zweckbündnis, ja. Ich denke nicht, dass das auch blinden Vertrauen aufbaut, ja. Abgesehen davon, dass sie, denke ich, beide wissen, wie die jeweils andere auch allein schon auf Frauenbasis tickt, sind sie ja auch Verlassene und Mensch. Also, ich glaube, das war ein gegenseitiges Infotauschen und das war es dann auch schon, ja. Mal sehen, mal sehen. Lässt sich Silvanas so durch die Lappen gehen? Ja, gut, vielleicht hat sie keine Wahl gehabt, ja. Wer weiß, womit sie gerechnet hat, inwieweit sie da Pläne hatte. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig gewesen, Groß, ja. War nur, damit die Aschenwind-Story ein Ende findet oder so. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich weiß, wie das Cinematic aussehen wird. Wir sehen Sons neben ihn und schieben ihn auf einen anderen Planeten. Happy End. Du laberst in deinen Streams deutlich mehr als im Lore Talk. Ja, ich habe eine gesunde Erziehung genossen und rede dann nicht so viel, wenn andere Leute vorlesen, ne. Freunde, ich baue mal die Gruppe neu für eine schöne Eonar-Runde. Wir haben hier vier Gruppen. Der Bosskampf von Eonar läuft folgendermaßen. Dämonen spawnen überall in der Luft und am Boden. Die müssen wir unterbrechen und aufhalten, bevor sie die Lebensessenz von Eonar erreichen. Gruppe 1 und 2 stehen dazu hier unten bei Totenkopf. Gruppe 3 und 4 stehen dazu hier oben bei Blau beim Eingang. Und Gruppe 5 steht da oben bei Violett ungefähr. Ne, da so. weit weg zu markieren, da oben so ungefähr. Ihr habt einen Action-Button, benutzt den, um schnell zu reisen. Gruppe 1 bis 4 ist ganz wichtig. Wenn einer aus diesen Gruppen pennt oder verkackt, ripe die ganze Gruppe und wir können es nochmal machen. Deswegen brauche ich euch trotz hoher Temperaturen bitte möglichst aufmerksam. Das wäre sehr, sehr schön, denn auch First Strike kann man den Boss schaffen. Hier, spawnen. In regelmäßigen Abständen vier Blüten. Jede dieser Blüte ist ein Porter für jeweils einen Spieler. Darum bestehen die Gruppen auch aus jeweils vier Spielern. Gruppe 1 fängt an, geht in die Blüten, besiegt einen Boss in dem extra Raum, in dem wir geportet werden und in den Ecken stehen vier Kristalle. Jeder Kristall für jeweils einen Spieler. Man strömt in die Ecken, jeder benutzt einen Kristall, wir springen aus dem Raumschiff wieder raus, in das wir uns geportet haben und Gruppe 2 macht dasselbe. Geht zu den Blüten, geht rein, Boss umklatschen, jeder einen Kristall wieder raus. Das Ganze machen wir viermal hintereinander und das deaktivierende Kristalle und das Töten des Bosses, ja, was vorangeht, deaktiviert eben die One-Hit-Cast-Sequenz, die sonst durchkommen würde und den Encounter sowieso auf negative Art und Weise für uns beendet. Freunde, insofern, Gruppe 1 fängt jetzt an, wer es gar nicht kennen kann im Stream schauen, wie wir das spielen, obwohl wir auch manchmal verkacken, davon abgesehen, aber wenn wir das viermal durchgezogen bekommen, funktioniert das. Gruppe 5 kann chillen, aber bitte eben auch aufpassen, den Chat ansagen oder so, ja, vielleicht dann irgendwo aushelfen im Zweifelsfall. Bereitschaft? Schauen wir mal, was passiert. Wir wissen ja nicht mal, was zum Geier Sylvanas und Lady Aschenwinter auf dem Schiff besprochen haben. Eben, ja, also wir kennen die ganze Planerei ja nicht, das kam von was super Trivialem bis zu was mega Aufgebautes, super Wichtigen werden, wer weiß, was sie für Geheimnisse da offenbart hat oder auch nicht, ja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Gruppe 3 und 4 sind blau, so früh schon, naja, früh ist ja fast um 5, ja, Junge, da war ich am Männertag meinesischen Tages schon zum 10. Mal besoffen wieder. Glaubst du, wir sehen Kali Arminet hier auch noch irgendwann im Spiel? Ich denke ja, sie haben es ja auch geteasert schon, ne? In welcher Form ist noch fraglich, wann sie das schaffen? Geteasert haben wir es ja und wird sie dann Sylvanas ablösen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und wird sie ihr untutes Volk das komplett Licht schmieden und so geht sie dann zur Allianz? Zu viele Fragen auf einmal, ja, ist schwierig. Also klar, es kann sein, die Tendenzen hatten wir auch in Before the Storm, dass wir einige Verlassene haben, die eben nicht so auf dem Trip von Sylvanas sind und der Horde und sich wieder mit ihren Familien vereinigen wollen und so weiter. Ja, und nicht alle Verlassene sind böse und Monster und so weiter und so fort. Insofern könnte das passen. Ich sehe als Nachfolge von Sylvanas aber eigentlich Lilian Voss, die sich ja durch die ganzen Quests rein auch in Sholo und Co. und jetzt auch in BFA, finde ich, zu einem unfassbar tollen Charakter gemausert hat und so ein bisschen auch diese Welten der Lebenden und der Toten vereint. Ja, hatte ja auch nicht den einfachsten Einstieg in dieses verlassenen Dasein. Und in die setze ich eigentlich momentan eine ganze Menge Hoffnung, wenn wir über solche Sachen wie Fraktionsanführer diskutieren wollen, ja, was für mich immer ein bisschen nichtiger wird, wenn wir uns die kosmischen Probleme ansehen. Aber, ähm, denkbar, dass Kali ja auf jeden Fall nochmal eine wichtige Rolle einnimmt. Ob das eine Anführerrolle sein muss, ja, oder einfach nur so ein Licht der Hoffnung oder was auch immer, das, äh, bleibt abzuwarten, würde ich sagen. So, wir starten Evrel, Hallöchen, wir haben die Blüten benutzt, Gruppe 1 ist jetzt drin. Wir können uns schon mal so aufstellen, dass wir jeder in der entsprechenden Ecke auch steht. Oh ne, ich stehe bei Rot, Alter. Der rote Kristall ist der bekloppteste, weil er euch immer wieder mal in die Luft schießt. Wir strömen in die entsprechenden Ecken. Jeder deaktiviert seinen Kristall mit Rechtsklick, sieht gut aus. Und wir gehen zum Ausgang, Gruppe 1 ist durch. Das sehen wir auch daran, Cast zu unterbrochen. Reinigen wird gekastet, das ist unser Zeitfeld, um jetzt das Raumschiff zu verlassen, sonst werden wir auch Meisterpropper-mäßig weggereinigt. Und wir sind raus und Gruppe 2 kann sich jetzt ready machen, hinter Eonar in die Blumen. Silvio und Priscilla haben wahrscheinlich einfach Kochrezepte ausgetauscht. Kann auch sein, ne? Die eine hat das WoW, die andere das GOT-Kochbuch und Attacke. Ist auch klar, die Lady hat Silvio verarscht, damit die dahin segeln, wo Azshara das will. Also hat Silvio sich verarschen lassen, die dumme Olle. Ban for Warchief. Das ist halt, ne, ich will jetzt nicht sagen logische Erklärung, aber es könnte sein, dass, ähm, Aschenwind quasi, ich glaube nicht, dass Silvanas ihr blind vertraut hat. Und wenn die sagt, ja, segelt mal dahin, ich diene Azshara, wird schon nichts passieren. Ähm, können sie halt sowas zusammengesponnen haben, wie, ja, da sind die Flotten der Allianz versteckt und so, da ist so ein Nebelfeld, ja, da könnt ihr die platt machen und, äh, glaub mir, das ist eine wichtige Info, ja, tolle Sache, so, ich glaube nicht, dass Silvanas sich komplett hat um Finger wickeln lassen von der, das kann ich mir nicht vorstellen, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber, es wird schon mit ihr zusammenhängen, natürlich, ja, dass wir da aufeinandertreffen und dann hat Shara ihren Debütauftritt mit der Erhebung, Nasiathas natürlich hat, aber, dass sie da jetzt auch wie Best Friends sind und dann so, oh, nee, Priscilla, du hast mich verraten, ich bin doch so wie deine beste Freundin, ja, das glaube ich tatsächlich nicht, dass das so ist, die Vos habe ich gefressen, blöde Kuh, die Arme, die Arme, Nathanas und der Dolch unterwegs, ist die alte Göttin also freundlich, ähm, wir wissen ja nicht, ob wir von einer alten Göttin sprechen können und Xanathas als solche ist ja auch gar nicht mehr in dem Dolch, ne, die ist ja freigesetzt, die ist irgendwo sonst wo unterwegs, vielleicht bei Illidan macht er einen Abstecher oder sonst wo, wissen wir nicht, ne, Sharu, Hallöchen, Grüße, Lilian Vos teilt den Nachnamen mit Axel Vos, das geht gar nicht, das stimmt, ja, die zensiert dann einfach die Horde, kann auch sein, kann auch sein. Die Sissy-Filme sind viel besser, besser als Indiz geeignet, als Einhörner, okay, ich kenne keinen Mann, der auf die Sissy-Filme steht, ne, ich tatsächlich auch nicht, aber, äh, ich kenne auch keinen, der die gesehen hat alle, ja, von daher ist es natürlich auch schwierig, meinerseits da irgendwie jetzt groß was zu differenzieren. Wie funktioniert eine untote Lichtgeschmiedete oder hat man einfach ihre Seele zurückgeführt und mit Licht verstärkt? So genau ist das, glaube ich, gar nicht beschrieben worden. Wir haben, glaube ich, sinngemäß zitiert die Aussage, dass Kaliar Menethil dann im Neterlich-Tempel, also dem Tempel der Ordensklassenhalle der Priester aus Legion, eben mit den dort ansässigen Mächten, und da haben wir ja einige, eben wiederbelebt wurde, ja, also jetzt keine irgendwie Battle-Reds oder so, sondern, ähm, auch nicht nur einfach die Seele zurückgeführt, sondern mit diesen Mächten, ja, entsprechend da korporierenderweise wiedergeholt. Also Blizzard hält sich da aktuell, denke ich, schon, äh, bewusst, auch sehr bedeckt, ja, und wir haben ja auch nur am Ende von der, was ist das, ist das die 815-Kriegskampagnen, Entengelöt oder so, wo Anduin und Jaina dann irgendwie nochmal über Kalia kurz sprechen und sich in so ein Zimmer zurückziehen und man hört nichts mehr. Hm, die sprechen über Kalia, natürlich. Insofern, ne, viel mehr haben wir eben nicht. Viel mehr haben wir nicht. Da ist ein Nebelfeld, sind wir jetzt bei Yu-Gi-Oh! gelandet. In Yu-Gi-Oh! gibt's Nebelfeld, was hab ich denn verpasst, um Gottes Willen, siehst du? Ja, kann sein, keine Ahnung, keine Ahnung. Deutsch macht ein Abstecher. Der ist unterwegs, ne, will die weite, weite Welt sehen. Toll. Hättest du Lust und Zeit auf einen Online-Pen & Paper mit Herr-der-Ringe-Story, inklusive Herr-der-Ringe-Nerds und Newbies? Leider, äh, absolut keine Zeit in diesem Ausmaß, ja, würde ich durchaus gerne mal machen, aber leider, äh, zeitlich bin ich da aktuell absolut nicht irgendwie für, äh, einzusetzen, ja, aber klingt sehr gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Pen & Paper wird mir noch eine ganze Weile, glaube ich, äh, verwehrt bleiben in diesem Ausmaß, weil wenn, dann möchte man das natürlich auch richtig mitnehmen und Zeit und Herzblut entsprechend investieren. Na, danach kommt noch ein Run auf Hortenseite. Ja, aber höchstwahrscheinlich Grab mal, ne, zweimal Antorus, glaube ich, heute, äh, nicht. Oh! Oh! Gucke, so schnell kann es dann gehen. Ein Wiper-Eona, wie gesagt, liebe Leute, das passiert relativ regelmäßig, weil natürlich immer mal auch jemand dabei ist, der das nicht kennt, ein bisschen verwirrt ist, ja, das ist keine Schande, zumal wir nach wie vor auch im Grab mal ripen, weil Leute gelb und grün nicht auseinanderhalten können. Von daher, äh, ja, machen wir das gleich nochmal. Ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen und dann, ja, das Reich der Schatten ist ja wohl aber was anderes als Nebelwand, Freunde. Also Nebelwand, wenn ihr jetzt gesagt hättet, irgendwie in einem, äh, weiß ich nicht, so Age of Empire oder so ein Kram, ja, dieser Nebel des Krieges, Fog of War oder wie das heißt oder bei League of Legends, keine Ahnung, aber, äh, Nebelwand und Reich der Schatten müssen wir schon, oder? Bisschen auseinandergehen, Freunde, macht mir nicht schwach. Also, Gruppe 1 und 2 stehen unten bei Totenkopf, Gruppe 3 und 4 stehen hier bei Blau, Gruppe 5 steht oben bei Lila. Ganz wichtig ist es, nicht nur den Dämonen zu töten, die eben bei den Eingangs spawnen, sondern es fliegen auch Fledermäuschen rum in der Luft, es kommen auch große Konstrukte, die wir unterbrechen müssen, ja, nichts darf Eonar berühren. Nach und nach werden Blüten verfügbar und die komische Paradontitis hier beginnt einen Cast-to-Cast, in der uns alle one-hitted, wie wir eben gesehen haben. Deswegen hier bei Rot die Gruppe nach und nach in die dort spawnenden Blüten, dann kommt ihr in den extra Raum, tötet einen Boss und strömt dann in unterschiedliche Ecken. 4 Spieler, 4 Ecken und 4 Kristalle an der Zahl, jeder nur einen Kristall und dann springt ihr wieder raus und die nächste Gruppe macht sich bereit. Indikator dafür, dass eine Gruppe erfolgreich war, ist das Anfangen vom Cast oder das Casten, das Cast reinigen, ja, dann hat das mit den, äh, mit den Kristallen soweit funktioniert. Guti, probieren wir das nochmal. Wie gesagt, ihr habt gesehen, wenn einer pinnt, wenn einer falsch klickt oder so, das kann passieren, ist mir auch schon passiert, dann geht das hier ganz schnell nach hinten los, von daher, einmal alle wach und dann Attacke. Vorhört sich Kraft und alle anderen schon auf die knackigen 40 Grad Mitte nächste Woche. Richtig Bock, oder? Schön 8-2 und dann schmelzen, jawohl. Da gab es auch dieses schöne Lied, hat Bolias letztens verlinkt, weil wir über Pfadfinder-Lieder gesprochen haben, irgendwie mit den Webern, ne, wir weben und so, ganz irgendein altdeutsches Ding. Ich meine ein Pfadfinder-Lied und das können wir dann umdichten in wir schmelzen, ja, wir schmelzen, toll. Wie wäre ein Pen & Paper-Stream? Ja, du, äh, wie gesagt, habe ich aktuell nicht die Muße und tatsächlich auch nicht, äh, die Zeit hat sich für, das irgendwie amtlich mit aufzubauen oder mich anständig mit zu beteiligen, leider, ja. Das Problem ist es möglich, im Rat noch mitzukommen, äh, sollt jetzt jemand DC'n und du bist dann am schnellsten bei der Nachanmeldung, ja, ansonsten, mythischer Modus, passen nur 20 rein, da sind wir soweit aktuell voll. Neue Craft-Trailer-Analyse schon da, für was denn? Klar, kam schon was, aber, also wenn ihr jetzt den Trailer meint, so 8.2, das ist, glaube ich, gibt's da was zu analysieren, nö, oder? Das sind ja Sachen, da reden wir gefühlt seit einem halben Jahr, einem ganzen Jahr drüber oder so, Nasiata wird sich erheben, habe ich ja nur was analysieren. Wenn die Klicks diesen Monat doch scheiße aussehen auf YouTube, dann mach ich nochmal einen mit Clickbait-Titel, aber an sich, glaube ich, gibt's da wenig, äh, Besprechungsbedarf, ne, erst mit den richtigen 8.2 und Raid-Sequenzen, glaube ich, da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen unterhalten. Mein Kommentar war 10 von 10 heute, ja, ist natürlich immer 10 von 10, ne, wissen wir, als ob ich wieder den Roten bekomme, Alter, scheiße, das gibt's heute, hier hab ich jetzt extra in eine andere Ecke gestellt, Mann, dachte ich zumindest, ne, blöd gelaufen, auch hier ist falsche Richtung. So, reinigen fängt an, Gruppe 1 war erfolgreich, heißt, Gruppe 2 kann sich ready machen, ne, 40 Grad, okay, ich muss ganz dringend nach Sibirien, oder? Gleich irgendwie Antarktis, Iglu bauen oder so mit Berg Rills, oder? Und dann geht das auch nach vorne, natürlich. Bei mir wird's wohl maximal 36 Grad, zwar auch viel zu warm, aber besser als 40. Ja, da, da kämpft man für jeden Grad, wenn's so warm ist, ja, da ist alles irgendwie erstmal eine Verbesserung, das stimmt wohl, da nimmt man alles mit, was man kriegen kann, ja, welches WoW-Add-On ist sein Lieblings-Add-On? Ähm, aktuell BFA, ja, die Gilde läuft unfassbar super, äh, alle machen jeden Spaß mit, man hat mega, mega viel zu tun, die Story entwickelt sich sehr interessant, auch wenn's langsam mal einen roten Faden geben kann, dann jetzt mit 8.2 hoffentlich, ja, ähm, von daher aktuell BFA, also in meinen Augen war jedes Add-On immer ein bisschen besser als das davor, und, äh, klar ist so ein Add-On wie, als ich angefangen habe, BC oder Vortilkar natürlich die Anfänger als Noob die Welt entdecken und so, ja, ein Gefühl, was natürlich nicht wieder kriegst, das war natürlich ein ganz anderer Faktor, aber so, äh, möchte ich sämtliche Entwicklungen, die WoW genommen hat und die ich mitbekommen habe, eigentlich nicht missen. Hier sehen wir gerade übrigens so ein großes Add-Freunde, was gerade Artillerieschlag an Artillerieschlag direkt auf Eona durchcastet, wenn das zu viele durchbekommt, dann wipen wir auch, so oft kann ich leider auch nicht kicken, ja, deswegen Obacht, liebe Leute, wen ihr hier wann wie wo Fokus, zum Glück habe ich hier noch ein paar schildes Rechersprox gerade, ansonsten dürfte das für die gute Dame sehr unglimpflich ausgehen, hier die Aktion, ja, alle Augen müssen überall wach sein in dem Bossfight, sehr nervig, ich weiß, ich weiß, ich habe tatsächlich mal meinen Bruder gefragt, der so eine eigene, eine eigene Pen & Paper Runde hat und da einer abgesprungen ist, wurde ich gefragt, ob ich mich nicht dazusetzen möchte, schon Bock drauf, trotz Sozialphobie, ja gut, du kannst dich ja, das ist ja das Schöne dann, kannst dich ja dann hinter einer, einer Fassade quasi verstecken, ja, also da kannst du, weiß ich nicht, ist ja auch unterschiedlich, wie jetzt so eine Phobie immer funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die in dem Fall, gar nicht so durchkommt, ja, weil du dich ja hinter einer Rolle auch verstecken kannst, ich glaube, das kann eine ganz gute Sache und eine schöne Erfahrung sein, ich glaube, das kann schön werden, ich arbeite diese Woche bei uns im Lidl-Lager im Bereich Tiefkühlung, minus 25 Grad am Start, da schläfst du auch direkt, einfach Schlafsack mitgebracht und so, ja, die Arbeit nehme ich mit, nicht mit nach Hause, ich nehme das nach Hause mit zur Arbeit, ja, einfach mal umgedreht, geil, Gnolle, Hallöchen, guten Abend, meine Herren und Damen, Damen im Gaming-Streamen 2019, oder, Omega-Lull, was da los, Mann, was da los, ich gehe dann zum Chef, ich muss mal eine neue Frästechnik testen, welche, eisbeschlagenes Metall, ja, und die habe ich auch nur zu Hause im Kühlschrank, ja, wenn mich jemand sucht, ich bin im Kühlschrank, das war da bei Alpha auch immer so schön, ne, wenn mich jemand sucht, ich bin im Kühlschrank, ja, ich werde dich nicht suchen, ja, ich bin trotzdem im Kühlschrank, ja, tolle Sache, das sind Statements einfach, ja, das sind Statements, Lugiboy, Hallöchen, wenn man die Ads nicht kickt, wird halt selbst gekickt, oh, gucke, rigorose Methoden hier, ja, im Gnolleregime, Obacht, 40 Grad hier Übertreiber, hatten wir glaube ich letztes Jahr auch schon, ne, hatten wir nicht sogar schon mal 41, 42, vielleicht habe ich das auch geträumt, weil irgendwann, äh, ist der Körper nur noch taub vor Wärme, da merkst du es eh nicht mehr, ne, Magic Chisseltor, Hallöchen, dürfte das Dämonenfeuer in den ganzen Legion Fights eigentlich keinen Schaden bei die Haas machen? Ähm, naja, doch schon, die haben zwar Zauberschutze und irgendwelche Ruhen in ihrer Haut eingearbeitet und drumherum, aber wenn du jetzt mit so einem Teufelsfeuerlaser beschossen wirst, ja, das ist dann nicht irgendwie wie, wie Ruffy gegen Enel oder so, wo du dann als Gummi komplett immun gegen Strom bist, sondern das lötet dir trotzdem ein bisschen die Rübe weg, ja, oder wenigstens die Haare, da ein bisschen glatzen die Haare mit so abgesenkten Hörnchen, also das gibt trotzdem nach wie vor in die Fresse, die sind da natürlich gut geschult gegen, die wissen sich zu verteidigen, die haben ja auch wie gesagt ihre Runen und so weiter in ihren Tattoos, aber, äh, wenn du so einen Laser abbekommst und dann vielleicht auch von einem höheren Ereda wie Archimont oder so, äh, da geht schon das Licht aus, ja, da geht schon das Licht aus. Skyrim, Special Edition Start, ich wollte eigentlich leveln, ja, morgen dann 120, ne, in Skyrim dann 120, geht er auch, geht er auch. Ich habe heute eingeloggt und zack, hatte ich den als Reit hier, ohne dass ich wusste woher, okay, ähm, ja, wie gesagt, es ist ein 100%-Drop, ja, wenn du Obsidian-Sanktum machst, der droppt der hier, wer den auch nicht hat, Obsidian-Sanktum unter dem Wormut-Tempel der Raid, ja, in Vatikaner Drachenöde, äh, der droppt im 25er zu 100% und die schwarze Variante davon im 10er auch zu 100%, vielleicht wurde das irgendwie nachberechnet, Inventar voll, Postsystem gebackt, keine Ahnung, äh, kann ich dir nicht sagen, ja, aber ist, ist jetzt auch nicht so special, deswegen tippe ich mal auf, äh, irgendwie nach, nachkalkuliert. Mittwoch soll es bei uns 41 Grad werden mit 0% Niederschlag, wobei man weiß immer nicht, der zwergische Lord, manchmal ist das ganz schön, ja, weil dann wird es vielleicht nicht ganz so schwül, dann ist es auch eine stehende, eine sehr, äh, 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 Niederschlag wäre ein bisschen wäre auch kacke, ja, dann hast du 3 Minuten Regen und dann hast du noch diese tropische Nässe dabei, boah, muss nicht sein, äh, 41 Grad, kein Wind, das tut weh, oder? Das tut in der Tat weh, 36 Grad und es wird noch heißer, also Zweiraumwohnung, ja, Zweiraumwohnung, Alter, auch schon eine Weile her, ja, bei mir kommen keine 40 Grad nächste Woche, also Hashtag alle zu Fleeve, ja, Studentenparty bei Fleeve, was geht, geil, wir haben hier entspannte 20 Grad heute, hab trotzdem geschwitzt, vor Wut, ja, warum man sich jetzt irgendwie mental vorbereitet auf das Wetter und dann wird es nicht so warm, ist alles auch nicht schön, dieses Jahr soll es bis an die 48 Grad gehen, Alter, Junge, ich bin doch jemand, der bei 20 Grad vom Existieren und vom Atmen schwitzt, was soll ich denn mit mehr als dem Doppelten, Alter, das Obsidian Sanktum habe ich geklärt, deswegen, ah ja, siehste, hätten wir das geklärt, einwandfrei, jede mysteriöse Tat hier einmal ausgeräumt, ja, einwandfrei, Boys, zweiter Trial, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut und wieder ein paar Leute mehr, die jetzt wissen, wie Eonamidisch funktioniert, ne, Träumchen, Loot gibt's hier, dann mit der Essenz reden und dann porten wir uns quasi in die nächste Richtung, so, ich bau die Gruppen gleich mal wieder ein bisschen um, um, dumm, die Domen, so, dann geht's schon zu Imunar, wenn ich mich nicht irre, ne, auch der kann ein Arschloch sein, Boys, oh, Armschienen, geil, also, ein von zwei richtigen Arschloch-Bossen haben wir jetzt geschafft, aber es kann jetzt auch ekelhaft werden, also Imunar ist eigentlich nur da, um uns zu nerven, ja, der, wenn er jetzt kommt, das wird auch räumlich, wie im Death Valley in den USA, da ist es so heiß und trocken, da schwitzt man nicht mal, weil es direkt verdunstet, Alter, da sterbe ich locker in drei Sekunden oder so, feuchte Hitze, trockene Hitze, scheißegal, 40 Grad sind 40 Grad, ja, oder, muss einfach nicht sein, Mibio, Hallöchen, aber was genau hat man als DH eigentlich gemacht, dass man so wört, trinken die Dämonenblut oder was machen die, so, das ist mega ekelhaft und das wurde so auch sehr bildlich beschrieben in dem Illidan-Buch, was, glaube ich, zu Legion erschien, ja, als nochmal so eine Geschichte zu den DHs und da haben wir diese DH-Ausbildung sehr minutiös beschrieben, und zwar ist es tatsächlich so, dass, ähm, es zumindest unter Illidans elitären selber ausgebildeten so war, ja, wie das jetzt mittlerweile abläuft, frage mich nicht, dass du zum einen erstmal einen One-on-One gegen einen beschworenen Dämonen gewinnen musst, ja, also deine Reifeprüfung war es erstmal, ein Dämon wird beschworen, und wir wissen, so ein Teufelshund in der Lore ist erstmal mächtig, ja, mit ihren Tentakeln, diese Tierchen, die springen auch einen mächtigen Magier an wie Ronin und, also Ronin, der ehemalige Anführer der Kirin-Tor, ja, die springen den einfach an und saugen den aus, so, also, ein starker Magier kann One-on-One gegen den Teufelshund verlieren, ja, so, das ist in der Lore ja ein bisschen anders, und die Demon-Hunter mussten so einen One-on-One, haben den zerlötet, und dann waren das aber noch keine Demon-Hunter, die mussten dann das Fleisch des Dämons fressen, nicht braten oder so, du hast ihn erschlagen, in so einem Kreis aller anderen, die Haas und Illidan standen drumherum, die haben den Dämon getötet, und haben dann schön fein säuberlich mit ihren Messern und Gläfen das Fleisch rausgeschnitten, das wurde im Buch so schön beschrieben, denn, ein Dämon, als chaotische Ausgeburt des Wirbelen-Nethos, das Fleisch kämpft in deinem Hals weiter, es wurde minutiös in diesem Buch beschrieben, wie die Demon-Hunter gegen den Würgereiz ankämpfen mussten, weil das Teufelshundefleisch versucht hat, sich wieder aus dem Hals rauszukämpfen, ja, und die mussten dann nicht nur ein Pferdeherz fressen, Grüße an GOT an dieser Stelle, die mussten schön den Dämon naschen, ja, richtig leckere Sache, und ja, wer das geschafft hat, also zum einen, das Naschen des Dämons, ja, oder Teile des Dämons eben, und eben vorangegangen den Kill, was eben auch viele nicht geschafft haben, der konnte sich dann Demon-Hunter nennen, und im wahrsten Sinne haben die DHAs also einen Dämon in sich drin, den sie dann auch entfesseln können, ja, und an den sie dann auch nach wie vor die Kontrolle verlieren können, hatten wir ja auch zum Beispiel, erinnert euch an Rabenwehr, die Quest drumherum in Valsharah in Legion, ja, wo wir ja auch einige DHAs unten haben, die diesen Kampf dann verloren haben, und sich diesem inneren Dämon im wahrsten Sinne des Wortes hingegeben haben, ja, County, Hallöchen, Grüße, in Ostdeutschland wird das auch als Bio verkauft, ja, einmal mit der Sense drüber, ne, zack, einmal frei, also das sind, Demon-Hunter sind auch eklige Hainis, das muss man sagen, sind auch eklige Hainis, da kann man auch verstehen nach so einer Aktion, warum die alle oberkörperfrei gemockt sind, und ihre Tattoos und so zeigen wollen, ja, wenn man so eine Scheiße abziehen muss, so um diese Klasse sein zu können, dann, ne, dann will man das auch beweisen, hast du einen Dämon in die Tasche, hast du immer was zu naschen, ne, so sieht es nämlich aus, schönes Oma-Bäuche, ne, großartig, Grüße, Hallöchen, Grüße, lebendes Essen, wirk, also es war ja in dem Sinne nicht lebendig, der Dämon war schon tot, aber dieses, es riecht ja auch so, ne, dieses schwefelhaftige, grüne, Sotschen-Dämon-Fleisch, Junge, was dann so wabert, also ganz, ganz ekehaft, und sie haben sich wirklich bemüht, das auf ein bis zwei Seiten, sehr schön minutiös und detailliert zu beschreiben, wie dieser Prozess vonstatten ging, ja, und, äh, ich hoffe, ich konnte das sehr schön wiedergeben, und ihr wisst jetzt Bescheid, wow, eine so schöne Geschichte, beim Essen zu hören, und dabei grinsen, oder? Lecker Dämon-Fleisch, oder? Ja, köstlich-schmöchlich, natürlich, spricht er Dämon dann auch noch mit einem? Das ist eine gute Frage, ob die in Kontakt treten, also so ein Teufelshund kann ja auch nicht sprechen, sondern ein Teufelsjäger, wir haben ja auch Dämonen, die sind, glaube ich, auch einfach zu dumm zum Sprechen, das sind irgendwelche Killermaschinen, ja, inwieweit die da in Kontakt treten, kann ich dir jetzt lore-mäßig gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob wir Ingame-Beispiel haben, ja, ähm, sicherlich, wenn du jetzt, äh, auf ein höheres Level gehst, es gibt ja zum Beispiel Magier, die auch, äh, höhere Dämonen wie Schreckenslords in sich aufgenommen haben, was nochmal ein bisschen was anderes ist als dieses Dämonenjäger-Ritual und klar, Schreckenslords, mächtigere Seelen, mächtigere Dämonen, clevere Typen, ja, die konnten dann auch untereinander Kontakt aufnehmen, aber ich denke, wenn du jetzt auf so ein Bastion-Level gehst, wie bei den Teufelshunden, dann bist du, glaube ich, nur dabei oder damit beschäftigt, den im Zaum zu halten, ja, da ist, glaube ich, nicht viel mit Kaffeeklatsch, irgendwie Bücherclub, ja, das scheidet, glaube ich, äh, tatsächlich aus, Dämonen schmeckt wie Huhn, das kann sein, das kann in der Tat sein, das hier schmeckt nach Fisch, dann ist es Huhn, hatte ich letztens, by the way, äh, in einem Döner, Hähnchendöner, ja, und die Hähnchen wurden einfach, habe ich mich dann belesen, warum das so war, der Döner hat nämlich einfach nach Fisch geschmeckt, ne, und ich dachte so, hä, warum, haben die irgendwie gemauschelt, Speisekarte gecheckt, gibt es da Lachsgerichte oder so, nö, aber es kann sein, dass die Hähnchen, äh, mit Fischmehl gefüttert wurden und dann schmeckt auch das Hühnerfleisch, äh, nach Fisch, ne, geil, die Fischdöner, Alter, war minimal seltsam, minimal seltsam, trotzdem gegönnt, Brudis, was los, oder, easy game, nun habe ich eine Story zum DH auf Aldor, erstmal Dämon fressen, ne, geil, Hille, Hallöchen, Grüße, Grüße an alle, die gerade reingekommen sind, die ich während der schönen DH-Story überlesen habe, ich grüße euch, Hallöle, in Japan kann man doch auch halblebendigen Tintenfisch essen, sollten wir am Ende von BFA gegen SOS verlieren, und dann gönne ich mir das, als kleine Rache, also kurzer Flug nach Japan für ein Essen und so, ich hab's ja anscheinend, ja, Vermögensnachweis, ne, zeig erstmal deine, äh, Oktopoden, die du gehortet hast, genau, ja, ganz klar, tja, dann einfach mal, nachdem man den Dämon filetiert hat, einen auf Rocky Balboa machen, und den abgehangenen, oder das abgehangene Fleisch boxen, bis es sich freiwillig ergibt, ne, wie im Kollegah-Video, Alter, schön, ja, in die Niere, ja, großartig, stell dich mir vor, bis am Dämon essen, und eine Stimme so, iss mich nicht, das tut weh, ja, so ist es, ja, genau, so ist es dann, Simply Spray, hallochen, grüße, wie war dein Dämon gut durch, ja, bisschen nach Schweiß geschmeckt, vor der Boxhandschule, sehr, sehr schön, es ist so geil, wie du immer Alf zitierst, ja, ich höre auch nach wie vor sehr oft Alf, also früher in meinem immer noch funktionierenden, Kinder-DDR-Kassettenrekorder, ähm, mit so Steckenmikro dran, kennt vielleicht noch der ein oder andere, damals habe ich schon Alf gehört, und heute höre ich manchmal immer noch Alf zum Einhören, ja, zum Einschlafen, ne, gibt es sehr ehrenwerte Leute, die alten Kassetten, ähm, entsprechend umgewandelt haben, und auf YouTube das Ganze hochballern, ne, geil, Alf ist auf jeden Fall leben, Alf ist und bleibt leben, Illidan hat keinen Dämon gefressen, oder? Äh, bei Illidan war das ja nochmal sowieso ein bisschen anders, ne, der hat ja von Sageras persönlich so ein paar Zerlötungen bekommen, Grüße an die Augen an dieser Stelle, von daher, äh, ist es sowieso fraglich, ob sich das nach wie vor jetzt so ergibt, ja, wer jetzt die Schirmherrschaft bei den Ausbildern übernommen hat, ob das die Illidari selber machen, ähm, ob überhaupt neue Demon Hunter jetzt nötig sind, ja, das sind ja dann so moderne Lore Aspekte nochmal, wie das jetzt weitergeht, aber unter Illidan war das auf jeden Fall, so vonstatten zu gehen, ja, ich meine das mit dem Tintenfisch war Korea, und die krabbeln dann aus dem Magen, und dadurch sind schon Leute geschoben, ja, also ich werde erstmal in nächster Zeit auf jeden Fall kein Sushi essen, Freunde, aber, Gottes Willen, Gottes Willen, life kommt auch im TV, siehst du, es wird immer besser, ja, besser als die 10.000 Wiederholungen von Big Bang Theory, auf jeden Fall, färde, salüchen, was für einen Dämon hast du in dir? Ein Wichtel, ja, sag's dann einfach so, ne, das stand nicht in meinem Arbeitsvertrag, geil, manche Azubis haben auch ein Wichtel im Magen, Alter, ne, das stand hier nicht in meinem Arbeitsvertrag, dass ich jetzt hier das Regal anräumen muss, Alter, das ist wirklich so, ein Ring, Subi, Alter, mein eigener Ring sozusagen, danke für nichts, ey, danke für nichts, wow is fun, hallöchen, Illidan und Seen, lül, ne, schön, zum Einhören, meinst du vielleicht Einhorn, also das männlichste Wesen, was es gibt, weiß ich nicht, bist du Einhörner immer, indem du dich auf ihren Kopf setzt, oder, wie muss ich das jetzt verstehen, was geht, Alter, wie laut immer der Übergang ist hier zum brennenden Thron, holy shit, da ist die Sageras Wolke, ne, schön, sehr wolkig dieser Typ, sehr, sehr wolkiger Typ, auf jeden Fall, interessant wäre, wenn dich das tote Dämonenfleisch disst, während du es kaust, so in etwa, das war dein kräftigster Biss, Weichei, selbst meine Mutter hat mich fester gebissen, ja, sehr gut, naja, in dem 1-Cynematic stehen die ja auf einer kleinen Plattform, und dann kommt von unten so Höhenfeuerstrahl, durch die Geschossen, ja, also es gibt auch nach wie vor, da kannst du Immunität haben, wie du willst, ich glaube, auch wenn du ein mächtiger Magier bist, und irgendwie eine Arcane Barriere hast, ne, und gehst dann in Malygos Raid, ins Auge der Ewigkeit, und der Güte zerlöte mit seinen Aspektkräften, äh, ein Arcanes Odem, was die ganze Plattform zerpfeffert, ich glaube, da guckst du dann auch in die Röhre, im Zweifelsfall, ja, das ist ja immer so eine Sache, so, Mia Miau, Hallöchen, lieber Craft, deine Lounge ist voll, kann die erweitert werden, oder musst du erstmal den Papierkorb leeren, äh, folgendes Problem, Freunde, bei der Battle.net Lounge, ich kann da nicht sehen, wer wie lange offline ist, sprich, ich kann da nicht ordnen, weiß nicht, ob ihr da einen Trick kennt oder so, ich hab keinen gefunden, ich kann nicht ordnen, äh, wer da jetzt wann zuletzt on war, und bei 1000 Leuten, da habe ich natürlich auch keinen Überblick, wer da jetzt wer ist, und wen ich da jetzt kicken kann, deswegen habe ich da leider noch absolut keine Universal-Lösung für, ne, was noch frei ist, müsste die Char-gebundene Community sein, wo aber aufgrund der Char-gebundenheit absolut nichts los ist, und die Gilde, ja. Was ist der Unterschied zwischen Hühnern und Frauen? Die Hühner sitzen ruhig auf den Eiern. Na, Bruder, muss dringend los, Alter, was zum Teufel, County, äh, vielen Dank für diese, ähm, wichtige wissenschaftliche Differenzierung und deine 3 Euro auf Nacken, vielen, vielen Dank, von daher, äh, bin ich noch nicht schlau geworden, wie ich das mit der, äh, Bnet Lounge am besten löse, bin ja mit dem ganzen System an sich sowieso unzufrieden, so, von daher, äh, ja, kann ich euch leider noch keine Info geben, ne, leider nicht. Wann gibt's wieder einen Ali-Run? Gestern gab's zum Beispiel einen, ne, von daher, erst mal nicht so schnell wieder. Einhörner sind auch nur Ponys mit einem Strap-On am Kopf und für Bolias, das ist kein Klebestreifen von Tesa. Was, wieso das denn? ich verwirre diesen armen Mann bitte nicht, der hat schwer zu schuften, ja, schwer zu schuften. Na, einfach Augen zu und jemanden kicken, ich bin da drauf. Na, great, siehst du, dann haben wir doch wen zum Kicken gleich. Ne, Freunde, keine Ahnung, habe ich noch keine Lösung gefunden, ja, muss ich, äh, muss ich mich mal schlau machen, weiß nicht, ob es Sinn macht, eine zweite aufzumachen oder so, oder dann wirklich, wenn das Ding voll ist, quasi eine neue aufzumachen und dann quasi den Link in der Alten zu posten und dadurch dann die Spreu von dem inaktiven Weizen zu trennen oder so, ja, äh, werde ich mal die nächsten Wochen überlegen, was sich da anbietet, was nicht, aber momentan habe ich leider nichts zum Übers-Knie-Brechen an Lösungen gefunden. Wahrscheinlich ist diese Plattform die finale Bekehrung, dadurch werden ja erst die Augen ausgebrannt, vermutlich futtern die ihren Dämon vorher, kann gut sein, ne, es ist nochmal so die, die letzte heilige Zerlötung, ja, bevor du dann aufsteigst in den DH-Kurs, musst oder so, schön, Gilder hat noch einen freien Slot, echt, ja, ist Feiertag auch wieder, ne, zwei sogar, guck mal, 50 Leute an, zwei freie Slots, WoW ist wieder tot, Digi, was ist passiert, oder? Da passen auch noch 1000 rein in die Chargebunde, oder? Ja, aber da ist weniger los, also viel weniger los und da sind auch deutlich weniger drin, glaube ich, bin nicht mal mit meinen Twinks drin, glaube ich, ähm, von daher, da ist noch offen, ne, da ist noch offen, aber da will gerade vor dem Boss stehen, was ist genau die Lore von Varimatra, sagen wir mal raus, das ist ja so unglaublich lang, der stand ja schon zu Classic bei Silvanas rum, der und die Schreckenslords waren ja schon vorher, hatten wir nicht sogar, war Griff 3 Kampagnen mit den Kollegen auch schon, das kann ich dir nicht zusammenfassen, das dürften einige Abschnitte sein, wovon ich nicht alles jetzt so re-paraphrasieren kann, wie es nötig wäre, wenn du Bock hast, der ein oder andere Wiki-Artikel, ja, fasst das sicherlich sehr schön zusammen, gibt es garantiert, äh, bei, WoW, Wikipedia oder wie das alles heißt, ja, gibt es sicherlich schöne Zusammenfassungen, aber, ah, das wäre jetzt zu viel, um das spontan zu bringen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, tut mir leid, äh, tut mir leid, klingt echt unpraktisch, ne, ist es leider auch, also, das ganze System ist eigentlich wirklich sehr, sehr geil, aber stellenweise einfach nicht zu Ende gedacht, ja, und das ist nur irgendwie so ein bisschen die Spitze des Eisbergs dabei, finde ich auch echt nicht, echt nicht so schön, aber, dann, die, die drauf sind, bekommen Vorrang, drauf zu kommen, auf die neue, oder? Ne, das ist ja nicht in Sekunden voll, also, das ist ja jetzt erst seit anderthalb Wochen, wenn überhaupt, ist es ja so, dass das Battlenet-Ding tausend Leute geknackt hat, das war jetzt ein Prozess über wirklich mehrere Monate, bis sich das gefüllt hat, ähm, von daher denke ich, dass wir da nicht irgendwie groß was mit Bevorzugung machen müssen oder so, ich denke mal, es kommt auch nur ein Bruchteil von den tausend Leuten dann mit rüber, ja, weil nur ein Bruchteil davon ist noch aktiv, und nur ein Bruchteil davon checkt auch regelmäßig, was abgeht, und davon wieder nur ein Teil hat Bock nochmal mitzukommen, also, da wird es, denke ich, wenig Probleme geben, ja, wenn man sowas neu macht, dann bleibt sehr viel auch hängen, ähm, von daher, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, ja, wer da jetzt drin ist, der wird sicherlich auch wieder einen Platz bekommen, wenn wir es denn so machen, ja, war ja nun mal ins Blaue gedacht, ne, mögliche Optionen, geht es denn zu Varimatras mal einen Lore-Talk, weiß ich nicht, wenn der nochmal wichtig wird, der, der dir folgt, Hallöchen, Grüße, wie ist das denn von Silvi nach, wie ist der denn von Silvi nach Antorus gekommen, warum ist der da, der hat uns verraten, es gab damals die ominöse Schlacht um Unterstadt, Großapotheker Putress mit Varimatras geputscht hat, ja, ich erinnere an die Pforte des Zorns, wo es dieses große Seuchenattentat gab, wo auch der Sohn von Saurfang dann zum Opfer gefallen ist, und so weiter, Bol war, ja, und solche Konsorten, und da war Varimatras mit dabei, Schreckenslords natürlich immer listige Kollegen, die ihre eigenen Ränkespielchen treiben, und den haben wir dann getötet, als wir mit Varian und Co. Unterstadt zurückerobert haben, ja, und natürlich wissen wir, Dämonen sterben nicht einfach, es sei denn, wir töten die Imneter, oder auf einer Welt, die so Teufelsenergie verdorben ist, dass es quasi dem Neter ähnelt, oder whatever, ja, nächstbeste, was wir daran vergleichsweise haben, und das heißt, Varimatras Seele kam wieder hier hin, nach Argus, wir wissen, in Argus, die Weltenseele wurde ja ausgebeutet von der Legion, um ihre Soldaten schnell wieder fit machen zu können, und neue Körper, wo die Seelen wieder rein konnten, zu formen, whatever, ja, und Varimatras hat halt so oft verkackt, dass ihm das nicht mehr gegönnt wird, und darum wird er hier gefoltert, weil er so oft verkackt hat, ja, da wird seine Haut ihm abgezogen, deswegen sieht er so aus, er regeneriert nicht mehr, er hat keinen Zugriff auf diese Reckfähigkeiten, und so weiter, miese Brise, miese, miese Brise, von der Agrama, ähm, wird auf jeden Fall auch ein räudiger Boss, definitiv, Robino, halluchin, ähm, ganz wichtig, wenn ihr nichts zu tun habt, im Sinne von Voids raustragen, oder sonst was, dann steht bitte möglichst hinter dem Boss, nicht vor ihm, hinter dem Boss, nicht vor ihm, ganz wichtig, es gibt Phasen, als der Boss immun und steht in der Mitte, und beschwört Ads, diese Ads müssen sterben, bevor sie ihn erreichen, der Clou dabei, die Ads sterben nicht wirklich, die werden zu Aschehäufchen, umso mehr Ads den Boss erreichen, umso mehr kriegen wir ins Maul, erreichen mehr von als 5 Ads den Boss hintereinander, ist es in der Regel nicht mehr gegenheilbar, und wir sterben, heißt, Ads vor allem in der Nähe des Bosses, auch für die Minis, oberste Prio, ja, vor allem wenn der Boss in der Mitte steht, und immun ist, das ist, ganz, ganz wichtig, dann kann der auch First Try werden, na, dann kann das sogar funktionieren, so, Dreadmaster, hat auch nochmal eine schöne kleine Zusammenfassung geschrieben, ja, Richtung Varimatras, wer da nochmal reinlesen möchte, Guti, würde ich sagen, alle da, wir probieren das mal, kann schwierig werden, muss nicht, aber kann schwierig werden, ja, erinnert euch, wir hatten Runs, aber alles First Try Boys, die Hoffnung, sie lebt, ja, der große Parker, vielen Dank für 11 Monate, vielen, vielen Dank, heute um 2 Uhr nachts Wartungsarbeit, was da denn los, so, die ersten Voids kamen, jawohl, schön rausgetragen, sehr gut, jetzt kommt die erste Kombo, den nehme ich solo, jawohl, und jetzt wäre halt die Möglichkeit, dass auch eine Fähigkeit kommt, die ich in die Gruppe lenken muss, aber wir haben offenbar genug Schaden dabei, heißt, jetzt kommen die Ads, früher war es, hier kommt die Maus, jetzt ist es, hier kommen die Ads, Kaphora, auch dir vielen Dank für deinen Sub, und deinen Support, hat nie Elie dann eine Schreckenslord-Welt angegriffen, mit seinen Dämonenjägern, ja, seinen Dämonenjägern, hat er auch, genau, die haben ja ihre Ausbildung, ihre Dämonenjagden über die verschiedensten Portale, mit dem Portalstein eben, fortgesetzt und ausgeweitet, ja, und da war auch, ich meine, sogar die Heimatwelt der Schreckenslords dabei, oder war es nicht so, schon eine ganze Weile her, auch wieder, ne, Freunde, ich bin da zwar voll drin, aber jede Seite an jedes Detail, jedes Buches erinnere ich mich tatsächlich auch nicht, aber ihr seid da definitiv auf der richtigen Spur, möchte ich meinen, so, ein Add kam durch, das ist nicht weiter schlimm, ein Stack ist nicht das Problem, da kommen sie aber schon wieder gespawnt, Agama, bewege dich, bewege dich, sehr schön, leider jetzt ein zweites rein, ist hier gespawnt, uff, das wird gleich eine knappe Kiste, glaube ich, das war gleich eine knappe Kiste, die stehen da gar nicht so gut, ich ziehe mal noch ein Stück weiter, dass die vielleicht nochmal spawnen, ein Stück weiter rankommen, weil wenn er jetzt wieder in die Mitte geht, oh, die gehen da noch rein, oder, hoffen wir, dass jetzt ausläuft vorher, oh, das ist gut, okay, Timing mäßig ging das sogar noch, Freunde, nächsten Add Waves, let's go, let's go, let's go, Problem ist, diese Flammen von Teshalach, diese anderen großen Ads, die verstärken halt die kleinen, ja, sprich, die müssen auch weg, die dürfen wir nicht vernachlässigen, weil die machen die groß, rot, CC immun und all solche Sachen, ja, das heißt, ihr müsst einfach alles sterben und jetzt im folgenden, haben wir natürlich von beiden Add Waves, ihr seht das auch in eurem Leben, oh, das sieht nicht ganz so gut aus, haben wir jetzt natürlich beide Add Waves auch, ja, fünftes Add jetzt durchgekommen, es wird nicht besser, Freunde, oi, 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 aber es stehen noch genug, oh, sechstes Stack, eigentlich stehen noch genug, können wir es schaffen, ich muss jetzt halt Dauer kiten, und die Adds müssen jetzt fallen, okay, das ist tot, was mit den anderen, die kommen zu schnell, ne, unmöglich von beiden Seiten, das war zu viel, das war zu viel, Freunde, das kann passieren, das ist Timing, ja, hier war ein bisschen zu viel, da war ein bisschen zu wenig Damage und schon sterben die Adds in dem Moment, wo er gerade wieder in die Mitte läuft und schon verkacken war, ja, das ist Timing, das passiert, darum, Agama und Eonar kann den ein oder anderen Try in Anspruch nehmen, und wie immer haben wir sicherlich Leute dabei, die das nicht kennen, von daher auch schön, dass sie das jetzt mal gesehen haben, so, Freunde, äh, wo, wo war ich denn bei euch, Wartungsarbeiten im Rechenzentrum, zwei bis sechs Uhr, die waren doch aber schon, ach so, ja gut, siehste, ne, das eine Donnerstag, das andere Mittwoch und so weiter, ja, wir haben mit 8, zwei die Klassen eigentlich überarbeitet, ja, aber hält sich in Grenzen, hier mal ein bisschen mehr Schaden, da mal ein bisschen weniger, also jetzt nichts, äh, überragend Großes, ja, eher Hotfix mäßig, möchte ich meinen, möchte mit meinem Frost unheilig, äh, unheilig, 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 nach Eredatransen, lohnt der momentan für Raids, für PvP, beziehungsweise wird er, also PvP kannst du ja gerne auf meinem Kanal von überzeugen, ja, da habe ich ja einige sehr sauber Runde, äh, Runde, Digga, ist zu warm, laufende unheilig Runden auch, ja, äh, auch im PvE, wir raiden zwar nur Hero-Content, ja, aber auch da haben wir, äh, DKs sämtlicher Specs in der Regel dabei, wobei momentan, glaube ich, nur noch unheilig, aber auch das läuft, und vor allem, Freunde, nach wie vor, wenn ihr WoW spielen wollt, und euch nicht zu den 0,2 Top-Spielern zählen wollt, die irgendwie wiederum auf die 0,1%igen Biss-Werte von dem und dem Schmuckstück achten wollen, spielt, was ihr wollt, und es wird funktionieren, wenn ihr euch richtig damit beschäftigt, ja, es sei denn, wie gesagt, ihr wollt jetzt irgendwie euch bei Masset bewerben oder so, wo es dann um Mikrosekunden geht in eurer Rota, aber ansonsten geht das alles, ja, da geht das an sich alles, aber seine Klingen sind von einem Schreckensloh, miese Hund, ne, miese Hund, wobei, nee, warte, sprechen wir über Illidan? Waren die? Von, von, von einem Schreckensloh? War das nicht so ein Oberdämon, Asinot? Weiß nicht, ob wir jetzt von Illidan reden, aber ich meine, Asinot, dessen Brustpanzer ja auch dieses Bollwerk-Schild ist, ne, das war doch so ein anderes fettes Vieh, oder? So ein, wie heißen die denn? Die mit den Hufen, die großen Hufe und Flügel, ne, Burning Legion, die Typen, glaube ich. So, Freunde, ähm, Zeit für eine zweite Runde, Zeit für eine zweite Runde, jetzt haben es alle gesehen, Kiten ging gerade auch gar nicht, links kamen sie, Alter durch die Mitte ging, auch nicht mehr, es war alles ganz traurig, guti, alle da, ne, nicht Grubenlord, ne, nicht Grubenlord, auch nicht Schreckenslord, ne, das ist aber auch kein Schreckenslord, oder? Ne, 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 nicht Grubenlord, die anderen Viecher, ich, wie Kasak, wie, wie Kasak, wie, wie benennen wir den Kasak, das ist ja auch kein Grubenlord, Verdammnislord, Verdammnislord, genau, Parasit, genau, die meinte ich, exakt, richtig, genau, so einer war das, glaube ich, oder? Ich glaube, so einer war das, könnt ihr ja im Zweifelsfall mal googeln nach Asinod, aber ich glaube, das war so ein Verdammnislord-Typ, genau, Doomlord, jawohl, also meine ich mich zu erinnern, kann auch sein, dass ihr jetzt recht hattet, weil es so viele geschrieben haben, aber, ähm, ich meine da mal, ein Bild gesehen zu haben, so, Freunde, da wären wir wieder bei den Ads, jetzt haben es alle gesehen, jetzt haben auch alle gesehen, das ist ja immer ganz schön, wie wichtig das ist, man kennt ja die DHS hier dann gerne nochmal ein Eyebeam auf den Boss durchpfeffern oder so, statt dann auf die Ads zu gehen, aber es nützt halt nichts, ja, wir sehen da hinten auch wunderbar, Freunde, ihr könnt die auch slowen, ihr könnt die CC-10, ja, wie gesagt, auch nicht die großen Flammen hier vorne vergessen, es ist ein bisschen reudig, es ist ein bisschen stressig im Vergleich zu den anderen, aber, das sah gerade auch deutlich besser aus, möchte ich meinen, von daher jetzt KR, jawohl, schön die Phase jetzt skippen, und wenn wir die nächste Ad-Phase, uns bis zur nächsten Ad-Phase sauber schaffen, und ich dann in Ruhe kiten kann, dann sollten wir das auch haben, ja, dann sollten wir auch das Schlimmste haben, so, da kommen sie schon wieder, die miesen Schweine, oh, ich kann ihn nicht bewegen, kann ihn nicht, come on, na, das kam durch, okay, schade, das Problem ist, Agra hat halt so eine große Heatbox, ne, bis der losrennt, guck mal, wie weit ich nach hinten paddeln kann, bis der auch mitrennt, das ist eben auch immer schwierig, dann abzuschätzen, geht das Ad jetzt hoch, geht das rein, töten wir das noch vorher, ne, gar nicht so einfach, gut, zweite Phase, Stack müsste auslaufen, hier vorne natürlich dolle Aufpassen, jetzt bei den Kollegen, ja, schmecke ich auch mal mit drauf, kriegen wir den noch, uff, ganz, ganz knappe Kiste, ja, aber auch geschafft, okay, sieht gut aus, sieht, möchte ich meinen sogar besser aus, ich weiß noch nicht, wo ich ihn gleich hinziehen soll, Freunde, das weiß ich noch nicht, drei Ads sind drin, viel mehr dürften es jetzt nicht mehr werden, da hinten noch das große Downhauen, jawohl, da kommt noch einer, glaube ich, hier dürfte gehen, oder, vier hat er noch reingegangen, scheiße, hier sind überall Flächen, überall sind hier Flächen, da ist auch noch eins gespawnt, uff, das ist nicht schön, die Ads laufen sehr unschön, oh, 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 nächster Vibe, ich weiß gar nicht, haben wir zu viel Damage, dass sie an solchen Positionen sterben, weil es, es geht auch nicht, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Freunde, aber wir haben quasi, hauen die so um, dass wir so eine Art doppelten Ring im Grunde haben, von den Ads, und dann sind die groß ermächtigt, kommen von allen Seiten, und da kannst du auch als Krieger wirbeln, das wird einfach nichts mehr, und jetzt kommt Flammenschnitt, da fliege ich jetzt runter, ich glaube, egal ob wir es in die Gruppe lenken oder nicht, der hat zu viel Wumms hinter, zu wenig Leute da, ja, aller guten Dinge sind 57, Aggrama kann schwierig sein, Doomlord, Shit stimmt Verdammnis, ne, siehste, Verdammnis war es, ja, also so wie der Aggrama Feind, aber wir werden besser, ihr habt es gesehen, wir werden besser, vielleicht laufe ich diesmal auch einfach los, Gottes Schild und Ruff, das Problem bei Gottes Schild, ist ja auch, ich verliere in der Sekunde Agro, ne, wenn er sich dann entscheidet, in der Sekunde ein bisschen schneller loszurennen, uh, belastend, ja, dann haben wir auf einmal 20, 6, vielleicht fange ich aber echt an, schon mal schneller zu laufen, ähm, und dann nehmen wir halt in der einen Ecke 2 mit, aber dann haben wir auch wirklich nur die 2, wisst ihr, wie ich meine, laufe ich vielleicht diesmal einfach ein bisschen weiter außen rum, dann ist ja egal, ob sie von beiden Seiten kommen oder nicht, dann haben wir mehr Raum, die wegzumachen, ist kein Problem, allerdings, Freunde, ich glaube, dritter Try ist immer unser Maximum, also mehr als 3 Mal sind wir weder bei Eona noch bei Aggrama jetzt gewiped, von daher, ne, jetzt hier, Attacke, letztes Mal mussten wir sogar einen Kessel stellen und Buffhut nehmen, damit wir die Damage-Phase skippen, weil wir nicht so nice DPS-Boys dabei haben, aber jetzt sollte laufen, ne, okay, dann auch ja, vorhin angesprochen aus dem Main-Raid, der gute Mann, ja, geht auch in Antoros noch ab, ha, 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 funktioniert auch noch sehr, sehr gut, Asinoth war Captain der Schreckenswache und dementsprechend eine Verdammenswache, so, hätten wir das auch nochmal, Schwarz auf Weiß, ne, großartig, oder Weiß auf Schwarz, besser gesagt, ich habe immer hier diesen Nachtmodus an bei Twitch, Karwon, Hallöchen, Grüße, bin ich auch nicht dabei mit Goliash, das war der First Try Run, ja, so ist es dann, so sieht es dann aus, einmal gelaufen, ne, und dann vernachlässigen hier alle alles, ja, ich hau mir jetzt hier Winterhauchplätzchen, Buff Food rein, Boys, für die Gang, ihr wisst Bescheid, Tugan ist auf Heilung gespeckt, und das kann eben wirklich schon viel bringen, ja, hier zählen teilweise Sekunden, hier zählt teilweise, gerade, wir haben zwei, zwei Parler Heiler gehabt auch, die haben sich natürlich nicht einfach mit solchen AE-Schellen, jetzt haben wir noch einen Shami, ist natürlich Heilungsflut-Totem und so eine Megasache, ja, von daher, Freunde, das läuft jetzt, dritter Try ist immer, das funktioniert, wir haben jetzt alle Schrecken, alle Probleme gesehen, Gesus sind hier ja auch mit bei, habe ich natürlich als vorbildlicher Tank auch gebeindet, hier unten, von daher, hier habe ich es gebeindet, so, von daher würde ich sagen, Let's Go Nummer 3, wir haben es alle gesehen, jetzt wird das auch, oder, kein Problem, kein Druck, kein Druck, nein, danach noch eine Runde an Toros, nee, ich will es leider da, kleine Pause und dann Grab mal, oder, dann auch ein, zweimal Grab mal heute drücken, ähm, ich will auch nicht so oft an Toros irgendwie, weil sonst, sonst sieht es nachher so aus, als sollen wir immer, immer nur verkacken bei den Bossen, ne, dann fallen die First Try Runs bei allen irgendwann nicht mehr auf, voll sad, das wäre richtig sad, deswegen müssen wir in Maßen genießen, wie Alkohol, nein, Alkohol ist schlimm, Freunde, trinkt kein Alkohol, lasst mich den für euch vernichten, trinkt bewusst und so, nee, ihr wisst Bescheid, aller Vorbildfunktion ist einfach nur vorhanden, gerade als ostdeutscher Alkoholiker ist es ganz wichtig, das zu sagen, und Agra mal derweil zu denken, ne, so, das lief wieder mal wunderbar, das lief sehr, sehr gut, und pass auf, wir ziehen ihn jetzt einfach mal hier hinter, damit die Ads einfach auch ein bisschen anders laufen, wisst ihr, wie ich meine, einfach pass auf, hier gucke, so, hauen wir eins einfach rein, das müsste ja ganz gut funktionieren eigentlich, haben wir schon mal eins ausgeräumt, und das Decker ist ja letztes Mal auch ausgelaufen, als er dann in der Mitte wieder war zum Resetten, ne, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, ansonsten, okay, jetzt wurde noch ein zweites rangezogen mit Todesgriff, weiß nicht, ob das gut war, weil der Timer natürlich dann wieder hoch springt, von den Sekundenanzahlen her, mal sehen, hoffen wir, dass das eine gut durchdachte Grab-Aktion war, ansonsten könnte es jetzt schwierig werden, holla, aber auch sehr knapp, verstärkter Flammenschnitt muss in die Gruppe rein, sehr gut, und der Windsbrecher, den muss ich alleine nehmen, jawollo, und zweite Phase, also, okay, die Ads stehen jetzt anders, wir sehen das, wir haben eine andere Ausgangsposition vorne, geben wir unser Bestestes, schön der Todesgriff gewesen letztendlich, ja, hätte auch nach hinten losgehen können, aber das kann ja alles, das kann ja alles, probieren, geht hier oft auch über studieren, natürlich, aber das sieht bisher eigentlich ganz gut aus, guck mal, wie ja auch durch unser Milicamp an dem, an dem großen Ad hier, die kleinen gar nicht durchkamen, ja, großartig, haben wir jetzt ganz, ganz viele, come on, was wird dem hier, um Gottes Willen, uff, die Panik, so, den ziehen wir jetzt hier hinten in die Ecke, come on, hier drüben, wir haben drei Stacks jetzt, da steht das vierte auf, das wäre, glaube ich, gar nicht so fatal, aber noch geht es, noch geht es, Freunde, das ist es, das ist es, come on, da darf jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen, das ist auch down, da kommen die Nächsten gerade an, jawohl, die Milis drehen sich auch um, ah, voll Traum, das hier gerade zu sehen, jetzt wieder, und gucke, jetzt haben wir es wieder, jetzt haben wir es, jetzt ist es egal, von wo sie kommen, jetzt liegt der Boss, sehr schön, sehr, sehr schön, aller guten Dinge sind drei, super gemacht, da funktioniert doch der letzte Pilger, Hallöchen, Grüße auch an Ukrila, hi hi, das kann doch nicht wahrsteigen, dass du was gegen Alk sagst, du hast doch eine Goldkrone, weil du so viel trinkst, ach, und Schleifwerbung, okay, Void Lord 2, die Hitzeit auch nicht gut, ja, das ist ganz, ganz schwierig, wie sich da die Hörnzellen, entsprechend untereinander absprechen, ja, da kommen auch nur noch Summengeräusche bei raus, das geht nicht gut, das geht nicht gut, Craftquards und Nerdfrage, Prinz Farondis, wer spricht den Typ, Alter, mir kommt die Stimme so, bekannt vor, ich meine auch, dass wir darüber mal gesprochen haben, vielleicht weiß es gerade wer, aber ihr wisst, Synchronsprecher bin ich ganz, ganz schlecht, ihr habt ja auch, als wir Herr der Ringe gestreamt haben, habt ihr gefühlt, bei jedem neuen Charakter, irgendwie drei, weiß ich nicht, andere Seriencharaktere zuordnen können, ja, und ich so, ja, ja, hab ich schon mal gehört, ne, kann ich dir leider nicht sagen, tatsächlich, kann ich dir nicht sagen, Void, geht's heute echt nicht gut, oder, Kloa, dann müssen wir Tränen vergießen, bittere, bittere Tränen, so, fehlt nur noch Abias, dann sind wir bei Argus angekommen, vorher müssen wir was trinken, es ist so warm, ich dehydriere vom Reden schon wieder, Allah, kannst du keinem erzählen, ich trinke auch echt nur Wasser, ich kann mir bei der Hitze, kann ich mir echt kein süßes Gelumpe geben, zumal ich ja so einer bin, dass so irgendwie Bananennektar, oder irgendein hohes C oder so stehen, ich setze das an, es ist weg, ja, es ist einfach weg, Junge, Void, die ging's nie gut, ja, und es ist quasi bei Null gestartet, und dann ging's stark bergab, ja, ganz traurig, vor allem bei Argus effektiv nur dran denken, wenn ihr ne Void um euch rum bekommt, also ein Kreis, der nicht perfekt rund ist, sondern mit Zacken besetzt, dann steht bitte nicht genau in der Gruppe, das wär sehr, sehr schön. Google sagt, Marios Gavridis, oder Gavriles, okay, ja, gut, ne, sind wir alle wieder schlauer geworden, jetzt ein Kronensprecher kann ich mir gar nicht merken, keine Ahnung, war nie mein, mein Game, ja, einfach nie mein Game, liebe Grüße, Zetsuko, liebe Grüße zurück, bin ganz neu in Twitch unterwegs, sein Eck ist der erste, dem ich folge, mega cool, danke für deine Classic Videos, ja, freut mich sehr zu hören, ähm, fühle mich ja nahezu geehrt, ja, vielen, vielen Dank, und dann herzlich willkommen hier bei uns, auf eine schöne Twitch-Zeit, würde ich sagen, ja, gucke, hier professionell, ne, wie rausgegangen wurde hier, mit dem Zackenstern, du kannst aber ruhig rangehen, nur nicht, also, nur nicht im Millicamp kuscheln, ne, also, du musst jetzt nicht den Range, die Camer, jawohl, dieser arme Mann, ne, er muss full range gehen, sehr, sehr sad, Assassin's Creed Odyssey, Gameplay, Alexios auch, ach, gucke, schreibt da auch gerade, ja, ja, seht ihr, vielleicht kennt das da, hast du schon von dem Gedankenspiel von Barlow gehört, dass er vielleicht mit, äh, deiner Gilde raiden will, ne, habe ich nicht, aber wäre natürlich cool, ne, dort mich natürlich sehr, sehr freuen, zumal der gute Onkel ja auch ein guter Spieler ist, ne, da ist natürlich immer Platz im Raid, ob wir nicht machen, bei welchen, ne, fliegt irgendwer raus hier, ansonsten machen wir einfach welchen, wer synchronisiert eigentlich Til Schweiger, deutsch ist das ja nicht, ja, irgendwelche, weiß ich nicht, Menschen mit Kieferfehlstellungen, ne, oder einfach Menschen mit einer Wäscheklammer auf der Nase, kann ja auch sein, ne, ja, haben wir wieder Argus im Kopf, ne, und kein Orchitan, da richtig nice, man muss sich wirklich die Nase zuhalten, ich kann gar nicht so polypenhaft auf einmal daherreden, man muss eigentlich wirklich so ins Gen irgendwie, Leute, wir werden jetzt alle sterben, ne, das ist ja wirklich so ein bisschen, das klingt, für mich klingt das eins zu eins so, muss ich sagen, ist ganz seltsam, Umbruch, Hallöchen, der Name vom RL-Sprecher ist nicht so interessant, wie die Rollen in anderen Serien, wo seine Stimme vorkommt, das wäre essentieller, das stimmt wohl, das stimmt wohl, damit kann man dann in der Regel auch schneller was verbinden, Arnold Schwarzen, egal, ja, möglicherweise auch, Alter, was ist denn hier los, Cheat Day, oder was, hallo, wir sollten uns opfern für die Welt, na toll, irgendwer tanzt immer außer Reihe, was sagst du eigentlich zu Bulias neuer Frisur, ja, sehr ostdeutsch, ne, sehr ostdeutsch, ne, im Sommer muss Korts getragen werden, ja, natürlich, natürlich, Muri, was geht, Mr. Moor, vielen Dank für deinen Host, Grüße, äh, aus Azeroth an die ESO-Welt, schön, dass er reinschaut, wir sind gerade bei Argus, und kriegen jetzt unser Mount, ne, geil, vielen Dank für deinen Host, Barlow will mitraiden, in Main Raid, hat Rocktour das abgesehen, nein, wir haben da auch überhaupt nicht drüber gesprochen, das ist, äh, bestimmt mal in einem Streamcourt angesprochen worden, aber, äh, der Onkel hatte ja zuletzt auf jeden Fall keine Raid-Gilter, noch keine M-Plus-Gruppe richtig und so, ne, und hatte da eigentlich Bock, von daher mal sehen, ob wir da den Mies vielleicht mal drüber quatschen, wenn er Bock hat, ne, mal sehen, aber das ist, äh, überhaupt nicht groß angesprochen oder geplant bisher, ne, war nur so ein Gedankengang, Black Drift, Hallöchen und Carle, vielen Dank für deinen Sub und deinen Support, Scott County hatte ich dir auch schon gedankt, ich hoffe, ich seh's hier gerade, ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, Agrama lenkt mich immer sowas von ab, wenn nicht, danke ich dir einfach doppelt, ne, schön, so, Freunde, Mount und Sense jetzt bitte, come on, come on, Argus, bitte, let's go, boy, let's go, nope, leider nicht, was haben wir, äh, nur Mist wieder, ne, wobei, letztes Mal wurde mir die Sense ja auch nicht angezeigt, obwohl sie gedroppt ist, aber wir haben original nur wieder Titan-Schmuckstücke, oder, Überzeugung, Kühnheit und Klammerung, üff, schade, 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 aber gut, immerhin clear, ne, immerhin clear, so, äh, warte mal, Kloa hatte irgendwo, äh, Moment, ich habe gestern nur den Vorschlag gemacht, dass er bei dir nachfragen soll, wegen Raiden und so, da hat er nur geantwortet, dass er das mal machen will, meine ich, Kloa, ja, ganz, äh, Dankeschön für die Richtigstellung nochmal, bevor sich da wieder reingesteigert wird, und im Endeffekt heißt es, ich leite Barlos Classical, oder so, wie beim letzten Mal, ja, das war nur so ein Gedanke sicherlich, der im Raum war, schön, ja, und Mr. Moore erlaubt es auch, seht ihr, sehr schön, können wir bald so, äh, Fame-Guilden-Rate machen, ne, richtig nice, Fastjack, vielen Dank für dein Cheering, und Grüße an Kilmister, Hallöchen, Grüße, Grüße, so, ähm, ihr wollt T-Mock, habe ich so das Gefühl, kann das sein, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr wollt T-Mock zeigen, kann das sein, liebe Kinder, geil, wie früher, ne, wenn der Lehrer so ins Klassenzimmer kam, guten Morgen, mal die Finger zeigen, ob die auch sauber sind, sonst gibt es mit dem Stock, Alarm, sonst gibt es schön eins mit dem Stock, gut, gucken wir mal, wir haben Adamarat mit dabei, ja, schön ist die Hase, ne, ist überwiegend Klassenhalle, möchte ich meinen, natürlich die feurige Gleichgewicht der Kräfte, D-H-D-D-Artefakt-Quest abgeschlossen, ja, und daher hier natürlich wunderbar mit den Bränden, oder, warte, waren die Bränden Mage Tower, mh, ich weiß immer nur bei den Tank Save, ne, wait, 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 bevor ich Gleichgewicht der Kräfte schreie, der brennende Aschenbringer war Gleichgewicht der Kräfte, aber die beim D-H-D-Sensen, Boys, Mage Tower, ne, Crade schreibt es gerade, genau, Mage Tower, Digga, ich war gerade so im Flow und dachte, wait a second, wait a second, ist kein Paladin, ne, dieser Mann hat Mage Tower, und er ist sehr grün, und das ist super, oben natürlich klassisch die schwarze Augenbinde, ja, grüne Tattoos, grüner Gürtel, der Gürtel hat Flügel, Bruder, beste Leben, das ist ein normales, schönes D-H-Sit einfach, ja, da können wir auch nicht groß meckern, der ist so D-H, der hat Messer an seinen Schuhen, ja, an seinen Schuhen, Bruder, die Krieger aus Hammerfall, haben gebogene Schwerter, wir haben einen Bix, haben wir am Stizzle, mit einem sehr, sehr interessanten Mix-Up-Set, ich meine Dunkelküsten Warfront zu sehen, vor allem in diesem Waffenrock hier, den finde ich ja sehr, sehr interessant, ähm, Schultern, müssen Votika sein, random Augenklappe dazu, und den Bogen aus ICC, finde ich, ist eine sehr interessante Kombi, die auch farblich durchaus zueinander passt, vor allem, weil wir eben wenig jetzt Grelle und Scheinde und sonst was, äh, für starke Farbtöne haben, ja, finde ich sehr interessant, als kleiner Eyecatcher, als kleiner Bonus hier eben, diese leuchtenden Totenschädel im Bogen, ähm, finde ich sehr interessant abgestimmt, ja, auf jeden Fall, ist jetzt kein superprotziges Set, ist auch kein Fullset, ja, ist über Add-on-Grenzen hinweg so ein bisschen, möchte ich meinen, aber dafür sieht es auch echt ganz brauchbar aus, ja, kann man, denke ich, machen. Wir haben, äh, deine Augen werden brennen, ich wollte gerade sagen, äh, sowohl beim Namen, als auch bei dem Set, Alter, ist das überhaupt gemockt? und ich hoffe nicht, ja, ist es, zum Glück, zum Glück wurde da kein Gold für investiert, Alter, das ist so ein Mock, wenn du davon ein Bild deiner Mutti schenkst oder malst, die hängt das nicht mal an den Kühlschrank, ja, Digi, das ist ja das Sa'alor, das ist einfach BFA-Kram, das ist ein bisschen Warfront im Gürtel, das ist BFA, das Sa'alor mit den Knochen im Kopf, in den Schultern, Uf und Ogrimmer Wappenrock dazu, ne, das tut wirklich weh, das tut wirklich weh, muss sich leider aus der Gilde kicken gleich, Brudi, wenn das nicht besser wird, ne, du weißt, wir haben Lights Rower, ja, schön Dunkelsperr-Troll, oder, mythisch T20, jawohl, die Armani-Waffe dazu, vom Ehele-Schamanen, ja, sehr, sehr schön noch das blaue Set dazu, großartig, ja, sehr, sehr schön, sieht super aus, mein Schamane, mein Hamsterasche sieht momentan ja auch so ähnlich aus, ne, kam ja erst ein Verstärker-Pvp-Party-Tage auf YouTube, also auch mega fettes Set, passt farblich, finde ich wunderbar auch dazu, ja, müssen wir gar nicht groß streiten, schönes Ding, wir haben Gromelina, Good Old Pilgrim, ganz in Grün hier dabei, mit den Hörnchen, mit den guten alten Hörnchen von dem alten Set, beziehungsweise auch von den älteren, mittlerweile älteren, extra Quest, wo man auch nochmal so nach Bock Schatten fangen muss und so ein Kram, ja, die man von den Klassenlehrern, glaube ich, bekommen hat, da gab es auch nochmal immer solche Sachen dazu und das ist eben T20 auch, ne, das ist eben T20, wenn auch nicht die mythische Variante dazu, hier, wunderschön, guckt mal, oder wie das auch wieder dazu passt, Rückgrat von Taikiel, ja, sehr, sehr schön, der Schädel der Manari hier, natürlich die Demo, Artefaktwaffe, passt wunderbar zueinander, der Grünton hier wunderbar, in Gürtel, Schultern und Waffe getroffen, sehr, sehr geiles Hexos Set, dazu ganz wichtig, Boys, ist die grünen Augen, beim Blutelfen natürlich nicht die goldenen, ja, einwandfreie Mischung, Belidor haben wir, ein kleiner, gemeiner Goblin-Schorker, auch mit der Standard-Augenbinde sicherlich, jawohl, der verfluchte Blick des Sargeras, wieder von Illidan, mythisches T20 vom Schorken aus dem Grabmal, und dazu ist das der Splitter, der Splitter von Asinat, das sehen wir, ja, vorhin haben wir noch drüber gesprochen, natürlich auch der Dolch aus BT, schöne grüne VZ darüber, dieser Mann ist grün, der ist noch grüner durch das Set, und der ist klein und gemein, und das soll ein Goblin auch, ups, im wahrsten Sinne sein, auch im Umgang hier nochmal solche giftgrünen Passagen mit drin, ja, sehr schöne Sache, sehr, sehr schöne Sache, wir haben, Magaluran haben wir, in einem, das ist ein PvP-Set, wenn ihr mich nicht irre, oder? Ich möchte meinen, ist ein PvP-Set, genau, haben wir auch bei vielen Pellys gesehen schon, ja, die so ein bisschen Schwerzer an die Sache rangegangen sind, oder Armageddon, was ist Berserker, oder ja, Berserker drauf verzaubert, dieses rote, tropfende, blutige Verzauberungsgelöt, ja, passt natürlich super, passt super auch zu Magar, so ein bisschen Chromanlehnung mit der Friese auch, ja, denke ich, können wir gar nicht groß streiten, auch sehr, sehr schön, schwarze Ritter, ja, am Stizzle, wir haben Abias am Stizzle, mit einer auch sehr interessanten Mischung, dieser Mann ist ready für Nazjatar, ja, er ist ready für Nazjatar, auf jeden Fall, und auch die Waffen, die Waffen, die Waffe ist ja Drachenseele, das Schild müsste MOP sein, Kopf und Schultern müssen lookalike non-set vom mythischen Hunter-Set sein, und die andere Rüstung, das ist Bastion des Zwielichts, meine ich, oder? Das ist ja auch von dem Hunter-Set, wenn ihr mich nicht irre, mit diesen Fischeiern auf der Schulter, ne, das war auch irgendwie, frühes Cutter war das, glaube ich, ne, das ist eine höchst interessante Kombi, und passt wegen diesem Fisch- und Schuppen-Aspekt natürlich auch ganz gut zusammen, von den Farbtönen und auch von der Auflösung natürlich, rein grafisch mal mehr, mal weniger gut, ja, aber an und für sich, auf jeden Fall hier auch mit den Zacken, ja, bisschen variiert, finde ich, sieht das schon sehr amphibisch aus, insofern interessante Kombination, ja, und natürlich super bei dem Nagerhelm, seht ihr das, Freunde? Guck mal, wie die Tentakel wackeln, oder? Geil, richtig geile Aktion, kann man, denke ich, problemlos so machen, Totellini haben wir noch am Stisse, ja, weibliche Blutelfe mit der grünen Leuchten-Variante vom Todesruder, ich meine, es ist der Hidden Skin, oder? Ich meine, es ist der Hidden Skin vom Frost-Artefakt, und, ich wollte gerade sagen, von dem Frost-Artefakt-Waffe, zum Glück nochmal gerettet, hat keiner mitbekommen, ne? Und natürlich die 25er-Hero-Variante von unserem Todesruder-Set aus Eisgrund, der T10, ja, ganz wichtig, das Eder einfach runterzuschlucken, und das passt natürlich super, weil auch hier haben wir diese grünen Aspekte mit drin, ja, von daher auch hier sehr, sehr schöne Kombinationen durchaus, und hier haben wir Drenai Tatas im Bild, und hier haben wir die Holy Cow, oi, das ist auch eine schöne Kombi, das ist überwiegend, Legion-PVP-Set, angelehnt natürlich ans T20 wieder, ja, mit der Krone, und den, ich glaube, das gesamte Set bis auf die Schultern, ja, dazu der Höllen-Hasher, der Goodout-Höllen-Hasher, schön mit Mungo-VZ, auch so wie das Blitz, oder? Könnte ich mir gut vorstellen, natürlich Höllen-Feuer-Ball-Werk-BC, und die Schultern müssen Feuerlande sein, oder? Die so ein bisschen, äh, non-Set-mäßig waren, da gab es glaube ich wirklich kein Set zu, ne? Finde ich sehr interessant, dass er ja gerade im Kopf auch die Krone mitgenutzt hat, die ja auch so ein bisschen eskalativer zu leuchten scheint, dazu diese feurigen Schultern, finde ich passt auch ganz gut zusammen, nahezu überraschend gut, ja, auf jeden Fall, ach, Legos sind das sogar, Asche zu Staub, ja, aber die gibt's mehrmals, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch in Feuerlande so vorhanden sind, ähm, ist auch wenig verwunderlich, so wie die aussehen, die meisten Legion-Legos waren ja auch irgendwelche Recolor-Sachen, von daher, schön, schön auch kombiniert, sehr, sehr rot, und hier steht noch der gute Saies wieder mit rum, gucken wir natürlich auch gerne rein, Tahani, grüße dich, hallöchen, hi, hi, wieso spielst du kein Classic-Beta? Weil ich Classic nicht gern spiele, deswegen, Saies, ja, morgen abgegrüßt hier mit natürlich der Schattengram-Vor-Variante, der Schattenschneider mit Kaltlicht-VZ, sehr, sehr schön, das Schöne bei Kaltlicht ist, das ist halt sehr kalt, da fallen sogar ein paar Schneeflöckchen mit runter, ne? Super, vor allem für den Nordend-Bezug, und wir haben hier wieder ein sehr interessantes Mix-Up, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, durch die verschiedensten Decay-Sets, oder? Ich meine, das ist hier ein Toros-Set, ich meine, das ist schon ein bisschen älter, hier Kreuzbrecher, was ist, wird auch irgendwie Richtung Kata, oder? Und ne Menge, Menge durchgestylt quasi, wobei Brustgürtel dürfte auch schon wieder ein bisschen Legion sein, ja? Wie gesagt, Schultern auf jeden Fall ein bisschen aus der Bahn geworfen vom Set, aber ansonsten farblich, sehr, sehr schön zueinander passend, oder? Sehr, sehr schön zueinander passend. Es gibt Leute, die Classic nicht feiern, Mehrzahl, ich glaube, auf jeden Fall hier sogar die Mehrzahl, ja? Von daher, sehr schönes Set, definitiv, und vor allem auch wieder den Parler so ein bisschen Klassen entfremdet, ja? Nicht mehr viel mit Leuchten, insofern, äh, schöner Leuchten geht hier mehr von Waffe und Schultern aus. Vorne sehr schöne Sets, auf jeden Fall, bist du eine Lampe, mein Hübscher, auch, ja? Kann man auch mieten, einwandfrei. Guti, liebe Leute, Dankeschön für diesen schönen Run, ja? Kleinere Probleme, aber, äh, die halten uns natürlich nicht auf, ja? Die halten uns natürlich nicht auf. Hä, wenn Classic Release wird, spielt doch keiner mehr Retail, ist so, Schami, oder? Spielen alle Kochsimulator, oder was, das war den Tag? Hab ich zugeguckt, ne? Wollte nur in Ruhe essen und kam irgendwie aus dem Lachen dann nicht raus, dann war es Essen kalt, danke dafür, by the way. Beste Grüße an dieser Stelle. Ja, Freunde, ähm, sehr schöner Run gewesen, Agrama und Eona natürlich immer ein bisschen Struggle auch dabei. Das wird halt nicht ausbleiben, zumal ja, beim Grab mal, wie gesagt, ripen wir auch immer wieder an der Mite, weil irgendwer meint, mit Gelb bei Grün zu stehen, von daher, können wir uns da, glaube ich, keinen riesigen, äh, fehlerbehafteten Schuh jetzt anziehen, ja? Das können wir, glaube ich, an der Stelle einfach mal vermeiden. Guti, wir werden jetzt eine kleine Pause machen, weil ich hab mega Dors, ich muss übertrieben trinken und dann starten wir noch mit 1, 2 Grab mal Runs auf Horden Seite, ähm, um da auch die Sets soweit zu füllen und vielleicht mal noch einen Kluftwurm oder so zu bekommen. Das wäre ja auch eine schöne Sache, ne? In diesem Sinne, liebe Leute, sehen und hören wir uns gleich, wenn ihr wollt, in wenigen Minutas, äh, wieder, denkt an trinken, dehydriert sein, ne? Ganz wichtig, bis gleich. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt gerade mit 8.2 zum Beispiel kriegen wir einen der größten, wenn nicht den größten Inhaltspatch, den wir je hatten mit neuen Zonen, mit Mega Dungeon, mit neuem Raid und so Ja, also es geht nach wie vor nach vorne, da musst du dir keine Sorgen machen Von daher, ja, am besten testen Am besten einfach einmal testen Der Vater hat alles richtig gemacht Einzige Alternative wäre wegmachen, weil kaputt und neue Zeugen gewesen sind immer schwierig Wenn sie schon das Besteck selber halten können Dann ist es immer Bisschen schwierig Instant gekickt, ne Ja, ich wollte jetzt schnell den Schaden begrenzen Bevor ihr vielleicht überhaupt gesehen habt, dass die Annahme da war Dachte ich, komm schnell, eil dich Hobbit, ja Eil dich, eil dich Ich mag BFA am liebsten sogar Ja, ich ja auch, ne Ist ja auch gar nichts dabei Bei Gleichgewicht ist Ruf nachmachen das Beschissenste Auch noch, hab ich gar nicht erwähnt, ne Ruf braucht er auch noch Und nicht Raids laufen, weil musst du Frühkohl auf Respektvoll Nachtsüchtige auf Respektvoll Und Verrondes auch freundlich Das ist in der Tat nicht schön, ja Da gibt es wirklich, wirklich Schöneres Die Frage, ob es sich lohnt, mit WoW anzufangen Triggert mich immer dezent Ich meine, lohnt es sich, sich Heroin zu spritzen? Ja, es ist schwierig, klar Ja, also schwierig zu beantworten Der erste Teil zumindest Wahrscheinlich nicht, aber Leute tun es trotzdem Macht halt einfach, wenn ihr Bock habt Ja, letztendlich geht es ja um den Fun, ne Und wenn du Spaß dran hast und das für dich so festgestellt hast Dann gönn dir eben immer reichlich, ne Immer, immer Reichlich nach vorne Hat der Patch manchmal die Größe von 10 Gigabyte? Wird mir hier im Hintergrund runtergeladen Irgendwelche hatten gestern noch was geschrieben Ja, gerade auch wieder, ne 50 bis 60 Gigabyte, was da abgeht Keine Ahnung Uff, Raymond, Hallöchen BFA war kein Erfolg Viele Spiele haben aufgehört Ich spiele seit Anfang BC und höre das schon zum siebten Mal Ja, die WoW ist Todphase hatten wir ja immer Ja, jetzt durch diese Classic-Debatte Wo eben viele als Konterpart wieder anfangen Und meinen, sich jetzt abgrenzen zu müssen Und sich als was Elitäres und Besseres fühlen Ja, ähm Weiß ich nicht Das ist natürlich nochmal so ein weiterer negativer Faktor Ja, für viele jetzt auch irgendwie eine Chance Mal aus der Versenkung mal wieder aufzutauchen Ja, mit dem Classic-Beta-Hype So ein bisschen jetzt ein paar Zuschauer wieder zu generieren Deswegen, das ist ja eine Hype-Maschinerie Von der auch alle profitieren Blizzard außerhalb von Classic Content-Creator außerhalb von Classic Ja, ähm Das muss man eben immer in die Relation auch setzen Ja, das ist ja auch ganz, ganz wichtig Dann beteiligen sich ja auch Leute Das dürfen wir ja auch manchmal nicht vergessen, Freunde Bulias, grüße dich Beteiligen sich ja Leute an dieser Debatte Letztes Jahr hast du in der WhatsApp-Gruppe wieder gehabt Boah, Classic, BFA ist Müll und so Das war ein Typ, der hat geschrieben Der ist in einer Beziehung Der darf in einer Woche zwei Stunden FIFA spielen Und hat seit BC kein Finger mehr in WoW krumm gemacht Was will der mir denn von dem richtigen WoW erzählen Der kann sich verpissen Und seiner alten die Füße lecken Weißt du Solche Leute reden da ja auch mit Und machen auf dicke Hose Deswegen, wir müssen ganz dringend immer alles In die richtigen Relationen setzen, ja Und nur weil jetzt irgendein YouTuber auf einmal meint Boah, Classic-Beste, ey Und dann sieht der die Einnahmen Und dann macht der noch 20 Videos davon Damit er mal wieder irgendwie 10 Klicks bekommt Dann müssen wir das auch in die Relation setzen, ja Das wird eben leider immer vergessen in solchen Debatten Weil ein Hype ist immer ein Hype, ja Und da kannst du wenig gegen machen Aber Vergesst das nicht, Leute Ja, vergesst das nicht Aber das war doch bestimmt Der oberste Kriegsfirst, natürlich Simpli Spray in Classic Alles zerrissen Ja, First World First Ragnaros, natürlich, ja Genau so Genau so Ach man Ach man Die Füße lecken Omega-Lul Ja, ist doch bestimmt so Ist bestimmt so Vor allem, wir werden jetzt auch gar keine Classic-Diskussion Groß führen Weil ich genieße es eigentlich sehr Wie das Thema ein bisschen runtergekocht ist, ja Aber das nur nochmal dazu, ja Lasst euch eure Sicht da auch nicht komplett verklären Um Gottes Willen Und denkt vor allem dran Äh, dass WoW seine größte Spielerzahl zu Cutter hatte Und seht dann, was dieses Argument wert ist Wenn man Cutter heutzutage in der Community anspricht Und denkt auch dran Wie alt das Game ist Wenn ihr auf Argumente trifft Wie, das spielt ja keiner mehr, ja Also das ist ganz, ganz wichtig Das auch Nicht aus den Augen zu verlieren So Freunde Würde ich sagen Wir legen los Alle sind da Nächste Runde Grab mal Let's fucking go Oh, ein paar Mounds wären sehr, sehr lecker Das wäre sehr, sehr lecker Aber Asmongold hat gesagt Ja, come on Ja, die Relationen, Boys Die Relationen LOL spielt FIFA und wagt es WoW schlecht zu machen Nächstes Ding, Dreadmaster Oder am besten wäre noch FIFA auf dem Handy Weißt du Dann wäre ich aber durchgedreht in der Gruppe Kannste wissen So Liebe Leute Ich sag's gleich vorneweg Bis auf irgendwelche Random Drops und so weiter Habe ich hier so ziemlich alle Items Sprich, wenn ihr seht Unmoralisch bekommt ein Set Oder irgendein Teil, das ihr möchtet Dann könnt ihr mich gerne anhandeln Und das bei mir abholen Ja Das könnt ihr euch dann gleich einmal gönnen So Stimmt, aber die Zahlen sinken bei jedem WoWs tot ein Ja, das stimmt wohl In jedem Klischee ist natürlich auch immer ein bisschen Wahrheit Natürlich, ja Aber das Ausmaß ist halt bestenfalls immer geisteskrank Peak war ja glaube ich 13,5 Millionen Ich glaube auch irgend sowas zwischen 13 und 14 Millionen im Kopf zu haben Aber gut Wie gesagt, wollte ich gar nicht groß nochmal thematisieren Noch nochmal ein kleines Schlusswort dazu Bevor es überhaupt hochkorkt Ja Klare Sache Crap for War Chief Zocke Diablo Immortal WoWs Zockt Ja, damit entwertet man sich quasi in der Gaming Diskussion auch so ein bisschen Oder? Keine Ahnung Ich glaube Gibt es überhaupt Leute Außer professionelle Spieler und Streamer Die wirklich den ganzen Tag FIFA spielen oder so? Ich meine, ich kenne keinen Ich kenne wirklich keinen Die FIFA Spieler in meinem Umfeld Das waren immer so Leute Die eigentlich den ganzen Tag skaten Den ganzen Tag dann irgendwie vor H&M sitzen und rauchen Und dann eine Stunde FIFA spielen Und dann so Gaming Tags Bilder auf Insta hochladen So, also FIFA Richtige FIFA Gamer kenne ich auch echt gar nicht Ist ganz seltsam Ganz traurig Wird auch gerne welche kennen Ist nicht so Vielleicht seid ihr dabei Vielleicht ist hier jetzt wer dabei Crafty Line Ich meine, ich stehe vor einem Dilemma Umzugstechnisch Muss ich so langsam meine Küche machen Und stehe vor der Wahl Alles abzuwaschen Oder einen Großteil einfach wegzuwerfen Und neu zu kaufen Ähm Der gute Adlossen Einer meiner liebsten ostdeutschen YouTuber Der lebt ja schon auch den asozialen Lifestyle Er besinnt sich zwar immer mal Aber er hat dann auch immer wieder eine Woche Wo er durchläuft Ja, oder durchkifft Oder beides Und der gute Mann Der macht einmal in der Woche Abwasch Und zwar in seiner Badewanne Ist jetzt keine Empfehlung an sich Aber Wenn ihr für euch vielleicht feststellt Mensch Ähm Bevor ich es wegschmeiße Vielleicht haue ich es einfach in die Wanne Lass es da mal eine Stunde im Wasser Und gucke dann, was noch brauchbar ist Weil wegschmeißen kann man es immer noch, ja Bevor man jetzt Großabwaschaktionen macht Und drei Stunden schwitzend irgendwie über der Spüle steht Belastend, ja Belastend So Vorhin haben wir schon FIFA-Kommentare FIFA ist tot Achso Ja, habe ich vergessen Stimmt, FIFA ist tot Cat von Hell Hallöchen Grüße, Grüße FIFA und WoW haben viel gemeinsam Beides gehört seelenlosen, riesigen Firmen Waren jetzt nicht die Vergleiche, die ich triggern wollte, ne Aber Ah, okay Also alles wie immer Bullshit Sowas Die singenden Spielerzahlen sind dasselbe wie Arbeitslosenzahlen Wer in der Flaute sein Abo stoppt Ist nicht in Erzählung Obwohl sie nur Pause machen Und Umschüler ETC zählen auch nicht mit zu den Arbeitslosen Obwohl sie auch keine Arbeit haben Ja, das ist ja sowieso Bullshit Wenn man sich das mal gibt mit den ganzen Statistiken Das ist ja Wahnsinn Das ist ja Wahnsinn, was da auch passiert Allgemeinpolitisch sind ja gerade die letzten Monate auch nochmal auf einem ganz anderen Level der Geisteskrankheit gewesen, ne Aber Deswegen, ja Freunde Immer gucken, immer hinterfragen Und immer auch in die Relation setzen Ansonsten kann da einiges Sehr böse in sehr falsche Richtungen ausschwenken Das ist wohl so FIFA Immortal, ne Das hat jetzt original keiner geschrieben Yo, ich bin FIFA Gamer Und zock 18 Stunden am Tag FIFA durch, ne Ich kenne immer noch keinen Was soll da Also ich habe eine Devise Wenn ich ein Spiel spielen will, spiele ich es Wenn ich es nicht spielen will, spiele ich es nicht Diskutier, darüber tue ich nicht Und das ist auch sehr ehrenhaft, Handix Und wenn alle so drauf wären Oder auch einfach nur in der Lage wären Einfach allen ihren Spaß zu lassen Dann wäre auch die Gaming-Welt, ich glaube, eine bessere und ruhigere Aber da brauchen wir anscheinend alle noch ein bisschen Oder hier mittlerweile nicht mehr Ja, hier sind eigentlich viele relativ lässig in der Hinsicht Aber in manchen Themenbereichen, auch jüngst, fragt man sich Ob wir nicht eigentlich noch in der Steinzeit auch leben Na, das ist wohl auch so Und dann vergisst du die Gabel in der Wanne Oh, und dann schön rein, schön Köpper Flachkörper in der Wanne, ne Und oh, das Messerset Das gute Asiatische Um Gottes Willen Um Gottes Willen Trau keiner Statistik, die du dir nicht selber gefälscht hast Genau sieht es aus, ja Oder die Arbeitslosenzahlen gehen immer zu Enden von Schuljahren hoch Seltsam, ne Zufälle gibt es aber auch Zufälle gibt es auch Bei FIFA regt man sich zu sehr auf Das stimmt, Kleinfinger Okay, das ist ein Argument Ähm, das ist ein Argument Allerdings gibt es ja auch Leute, die 25 Stunden am Tag geführt League of Legends spielen Oder Overwatch Und ich glaube, das ist schon auch ein ähnliches Level, ja Von daher, ich hab grad überlegt Okay, dieser Aufregefaktor, den du bei WoW dann wieder verkraften kannst Dann gehst du eine Runde T-Mock-Farm Oder hast dann hier mal einen Bonus-Roll-Drop oder so Ja, Belohnungsfaktor ist da Den hast du da natürlich nicht Aber haben ja auch genug andere Games, die durchaus zu Rage-Momenten einladen Ja, ich glaube, LOL ist da natürlich auch so ein Vorzeigeding Teller und so sind ja nicht das Ding Ich nutze nur einen Pizza-Teller und eine Schüssel Single-Haushalt Geht eher um das gufflige Besteck Das eh dazu nahe kaputt zu gehen Ein Euro laden, ja gut, dann scheiß drauf, oder? Also ich sag mal so, den Euro hat man dann auch noch beim Umzug, oder? Das spart man dann auch nicht, wenn man da einmal alles neu macht Da kannst du den Stress damit jetzt natürlich sparen Und investierst die Zeit und Energie dann in was Besseres, ja Und ganz ehrlich, im Gegensatz zu Abwasch ist, glaube ich, alles was Besseres Mein letzter FIFA-Teil war 2002 Und das war im Dezember 2001, okay Mein Freund spielt FIFA, keine 10 Stunden am Tag, aber so 5 Okay, 5 ist schon mal aber auch mehr als der Otto-Normal-FIFA-Spieler, den ich so kenne Ist jetzt vielleicht auch bei uns als überwiegend WoW-Only-Community Bisschen schwer zu sagen, wer spielt hier 20 Stunden am Tag FIFA, ja Aber, wie gesagt, ich kenne auch so keinen Ich kenne auch so keinen FIFA 98 Beste Ja, FIFA Classic Beste, ne Da konnte man noch viel entdecken, das war viel schwerer Ach man, ich wollte nicht Ich wollte gar nicht in die Richtung, Mann Kann man nicht eigentlich einfach beides geil finden? Retail-Unclassic? Ja, also hier schon Also normal schon Aber in manchen Formen, Obacht In manchen Formen, Obacht, ja Ich habe gehört, an FIFA sind schon Freundschaften zerbrochen Ja gut, Balladium, aber das auch schon an Mario Kart 64 Oder wenn, weiß ich nicht, ich erinnere an die eine Geschichte Als ich auf meiner gelben Edition meinen Kadabra hatte Und mein Cousin auf seiner blauen seinen Apollo Apollo, so, oder? Apollo, ja, ohne L, oder? Das eine war eine Brillenfirma, das andere ist Geist-Pokémon Oder beides dasselbe, ganz mystisch auch Und dann haben wir die getauscht Und plötzlich fand mein Cousin aber das Simsala, was er bekommen hat Was sich aus dem getauschten Kadabra entwickelt Und was meins war geiler Und wollte nicht mehr zurücktauschen Da wäre aber fast die Familie auseinandergerissen Zumal mein Onkel und mein Vater Eben auch da mitgespielt haben So gesehen war das auch deren Pokémon Und dann mussten wir halt da erstmal hingehen und das klären Und das war auch schön beim Familienessen, wie wir dann dazukamen Und jeder bei seinem Vater hat die Situation geschildert Und der Rest wusste gar nicht, was abgeht Und dann saßen wir da und mussten erstmal die Situation klären Dass ich meinen Simsala wieder bekomme Und er sein Gengar dann, ja Also das war Da brauchen wir gar keine MOBAs oder irgendwelche Sportspiele zu Da reicht auch Pokémon auf den Gameboy Color Das ist einfach so Nachdem ich jetzt 10 Stunden am See war Könnte ich mir noch ein bisschen, bis ich wieder los muss Das ist schön, dann hoffe ich war eine schöne Seezeit Und du hast viel sehen können Ja, es ist warm, es tut mir leid FIFA ist halt einfach kacke geworden Seit Mets Nintendo verlassen hat Ja, ist so, seitdem Activision die Lootboxen ableckt Bevor man die bekommt Ist das alles nicht mehr dasselbe, Mann Das ist alles nicht mehr dasselbe Ja, der miese blaue Panzer Eben Da sind wir Alpollo, ne Alpollo Loco, genau Ja, da sind wir bei South Park und Kenny auch wieder am Wrestling Sehr schön, sehr schön Früher war FIFA besser Da gab es noch keinen Cristiano Ronaldo Es gibt FIFA-Teile, wo kein Ronaldo drin ist Was ist da denn los? Ist das dann überhaupt FIFA? Darf man das dann überhaupt Fußball nennen? Oder ist das dann so eine Randerscheidung, ne So irgendwie, möchte gern Fußball Ist das dann die Special Edition? Gibt bestimmt auch Leute, die so drauf sind, oder? Ich bin auch so froh, dass ich null im Fußballgame bin Ich glaube, ich werde noch mehr kotzen Da ist ja, werden Fußballfans sicherlich kennen So Vereinsdiskussionen untereinander oder sowas Wenn es dann von der witzigen Ebene mal schnell umschwenkt Das ist ja auch so eine eigene Classic-Diskussion in sich immer wieder, oder? Da bin ich auch froh, dass ich so sportlich überhaupt nicht im Game bin Ja, da bin ich bei Basketball, bin ich Fan Aber auch nur von den alten Chicago Bulls spielen Mit Jordan und Rodman und so weiter Und, äh, okay, so, da sagt eigentlich keiner was gegen, ja? Da bin ich relativ sicher So, jetzt, wenn du dir heute umguckst Oh, 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 oh Dortmund und Schalke-Fans Ja, da gibt es sicherlich mehrere Parogen, ja? Da habe ich absolut keine Ahnung und bin da auch echt sehr froh drüber Echt sehr froh drüber Gengar ist besser als Simsala Ja, das wussten wir ja damals nicht Wie alt waren wir denn? Fünf oder so? Ich wollte meinen Löffel-Pokémon So, ich wollte den mit den Löffeln haben So, ganz klar, ja, ganz klar Da er nun 8.2 nächste Woche kommt Bleibt es eine deiner Überlegungen Am Mittwoch und Donnerstag Stream-Pause zu machen Ähm, ja Ich denke schon Ich denke schon, weil Ähm, ich wenig Lust habe Emeron zu grüßen, mach ich trotzdem Satan oder auch Mai aus Overwatch genannt, Kappa Ja, man kennt sie, ne? Emeron, danke schön für deine diabolische Donation, Diggy Vielen, vielen Dank für deinen Support und Grüße an alle Mail-Spieler Und, äh, ja Ich könnte dann, wie vermutlich jeder, die Kiste anschmeißen Und irgendwie Nasiata streamen Weiß ich ja, glaube ich, nicht so den Sinn Zumal ich da auch lesen will und nicht so auf den Chat eingehen könnte Und ihr spielt es ja auch selber alle sicherlich früher oder später Zumal, selbst wenn ich dann sagen würde Okay, wir machen T-Mock Dann alle selber spielen würden in Nasiata und Mechabahn, ja Von daher, denke ich, macht da eine kleine Pause in der Hinsicht Sinn Und, äh, ist nicht fest Aber Spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken verstärkt, ja Den einen oder anderen Tag dann zu 8.2 Erstmal selber reinzukommen, ja Und uns dann auch die Luft der T-Mock-Pause quasi zu gönnen FIFA sucht dies 24-7 mit, äh, Paris-Jogging-Anzug In der Shisha-Wahl Schöne Paris-Jogger, ja Geile Sache Sehr gut, der Team-Platin-Jogger Ja, geht natürlich auch, ein gutes Sonnenuntergang Hahaha, schön Sehr schön Funfact Simsala und Kadrabra können nie wieder im Anime oder in Werbung gezeigt werden Weil Uri Geller Nintendo wegen ihnen verklagt hat Nein Wirklich jetzt? Oder ist das so ein Instagram-Funfact von so einer ominösen Seite, die von irgendeinem Aber so eine Aktion, das geht gar nicht Ist wahr? Alter Was ist mit dem, oder? War da irgendwie Geld knapp oder so? Keine Ahnung, konnte er sich den vergoldeten Haifestank nicht leisten unterm Waschbecken? Was ist mit den Leuten manchmal? Ich verklag doch nicht Pokémon Alter Wie fertig muss man denn sein, um Pokémon oder South Park oder so zu verklagen? Digga Was da los ist, oder? Gottes Willen Naja, wieder mal überlesen Is Classic Keine deutschen Server, nur internationale in Europa Quelle Wendel Joa, siehste ein Mann frei, ne? So, dann muss man sich auch noch international verständigen Dein Träumchen Kordix, Hallöchen Grüße Das ist Grabmeier des Ageras Das ist der vorletzte Raid aus dem Legion-Addon Und hier gibt's Mounts und Artefakt-Skins Und, äh, und, äh, was neuer T-Morg, ne? Beste T-Morg Geile Sache Ähm, aber meinst du jetzt richtig oder in der Beta? Es gibt ja dann auch wieder Stresstestphasen und so, ne? Keine Ahnung Null mit beschäftigt, Alter Null mit beschäftigt Wird aber schon komisch sein, wenn sie reiner Europa-Server machen, oder? Und keinen extra deutschen Bin verwirrt irgendwie In Classic wird's keine deutschen Server geben, nur europäische Es schreiben auch mehrere gerade Uff, wäre sonst ja immer die Chance Ne, egal wer's schreibt, dass man sich mal verlesen hat oder so Aber wenn's dann plötzlich 70 Leute hintereinander schreiben Dann ist die Chance auf einmal sehr gering Schon richtig Wowhead auch Uff, okay Okay Natürlich schwierig, ja? Weil früher konnte man noch gar kein Englisch Als man Classic gespielt hat Vincent Rafe war immer noch der Geilste Ja, der immer so fast gekotzt hat, ne? Wenn er seine Rabensprache gemacht hat Geil Er hat die doch verklagt Kam damit aber nicht durch Soweit ich mich dran erinnere Von wegen Öh, das hat mich angelehnt Aber ja Aber gib dir auch Du definierst dich als Person Oder als Person des öffentlichen Lebens Dadurch, dass du einen Löffel hältst So, das ist doch irgendwie auch ein Armutszeugnis, oder? Wenn du sagst Ey, das Pokémon hält einen Löffel Und die Mutti so Komm Uri, komm Isst dein Brei Das hält einen Löffel, Mutti Uri, komm Ich verklag die Ja, das ist ja auch richtig krank, Alter Was zum Fick, Mann Also ganz im Ernst Weißt du Verklagst du Teletubbies Weil du irgendwie Möbelpacker bist Und ständig irgendwelche Fernseher Vor deinem Bauch rumträgst, Junge Was ist mit den Leuten, oder? Das kann doch nicht Das kann doch nicht deren Ernst sein Rosanna wurde ja auch geändert Von schwarz in lila Weil sie eine schwarze Frau angegriffen gefühlt hat Ja, come on Wenn das Jahr 2019 wieder kritisch trifft, ne? Freunde Die Maid Ist nicht Eona Ist nicht Agrama Kann aber genauso schlimm werden Hier gibt es zwei D-Bars Gelb und Grün Mit Gelb dürft ihr nur zu Gelb Mit Grün dürft ihr nur zu Grün Oh, ich hab's gerade falsch rumgestellt, ne? Warte, so So, da kuscheln wir Mit Gelb nur zu Gelb Mit Grün nur zu Grün Habt ihr eine Bombe über dem Kopf In der Mitte runterspringen Bevor die hochgeht Ansonsten kriegt der ganze Raid Schaden Das wäre sehr unschön Von daher Ja, ne? Das wäre nice, wenn das funktioniert Das stimmt nur zum Teil übrigens Game Freak hat selbst gesagt Wir zeigen die nicht mehr Weil sie keinen Bock mehr auf den Mist mit dem haben Ja, oder so Okay Also das ist dann die Quintessenz Ja Zwar jetzt nicht Zwar jetzt nicht vielleicht gesetzlich durchgebracht Ja, aber die haben einfach gesagt Gut, bevor der jetzt die Welle schiebt Nicht drauf geschissen Ja Dann zeigen wir nur lauter Abra So, mit Gabeln Mit Gabeln Gut, sind alle da hoffentlich Let's fucking go Einmal schön reingecharged Und mal gucken, was wir kriegen Gib mir Gelb bitte, Alter Komm schon Gib mir Gelb Ich kriege Grün So sad Dann können wir sie noch ein Stück Moven Problem ist, der erste Hammer wird wieder gelb werden Na, das ist wieder nicht delicious Das wird sehr unschön Nehmen wir den mal raus aus der grünen Gruppe Zumindest so weit wie es geht Dann kriegen wir jetzt hier nämlich die ersten Bomben vor Und das kann ich dann als Tank leider nicht anders managen Wenn der erste Hammer gelb ist Ich aber grün habe Dann muss da der ein oder andere leider nicht Fresse bekommen Aber wir sehen Trotzdem schön down gebracht die alte So, ich habe hier auch die Brust bekommen Liebe Krieger vom Set Ja, Brust und Handschuhe habe ich Könnt ihr euch gern beim Jaum abholen Haben wohl nicht mehr genug Leute Ihre kaputte Waschmaschine auf den TV gestellt Wenn er wieder per Löffel-Telepathie Kaputte Haushaltsgeräte reparieren wollte Da geht man wohl auch mal so einen Schritt wie Das hält einen Löffel Ja, das ist so Technik, Hallöchen Uff, so, so Da bin ich wieder Nachdem mein Mitbewohner Erstmal seinen Download beendet hat Schön zwei Was, schöne zwei KMS gehabt Habt nicht mal die Themabewertung von meinem DH mitbekommen Set live, ja War aber schönes grünes Set Können wir nicht meckern Können wir nicht meckern Als Lurker muss ich jetzt mal sagen Danke dir, Craft Du rettest meinen Arm, Beabuden Das freut mich Grüße gehen raus Hallöchen Freunde, mal was anderes Mal was anderes Ob es auch Leute gibt Die ihr Weltbild von WoW festigen Indem sie bei uns hier im Stream reingucken Und wirklich denken Dass das BFA-Rates sind Die wir machen Und quasi auch dadurch Zeitweise oder stellenweise Das Bild In den Köpfen entsteht Dass BFA Komplett einfach ist Man alles geschenkt bekommt Und man so durchrusht Durch den Content Weil die Leute Stellenweise nicht raffen Dass wir alte Raids gehen Glaubt ihr die Leute Sind so dumm? Jo, definitiv Erste Antwort Jo, definitiv Ich kann mir das gerade vorstellen Also No Hate Jetzt Wenn jemand reinkommt Und fragt Was macht ihr da Man kann nicht immer alles wissen Wir haben hier Anfänger Wir haben die verschiedensten Spielertypen Ja, no Hate dagegen Aber ob es echt so Leute gibt Die so jetzt so voll auf Klassiker Hyped Irgendwie ihr Weltbild nähern wollen Und so sich auch komplett gönnen So BFA Scheiße Voll einfach Man kriegt alles geschenkt Dann gucken sie hier in den Stream Sehen wir rotzen alle Bosse One Shot durch Und dann so Boah, ist ja voll easy Alter, hat mit WoW nichts zu tun Und dann ersticken sie quasi An ihrer eigenen Dummheit Und Unfähigkeit Ja, ne Ja, das schreiben alle Ja, okay, ist so Kam mir gerade zu der Gedanke, ne Weil ab und zu ja Leute kommen Fragen, was macht ihr so Was ja überhaupt nicht schlimm ist Um Gottes Willen Aber ich hab das gerade mal weiter gedacht Was daraus entstehen könnte Wenn man das eben nicht fragt Sondern sich da selber zusammenrein Gottes Willen Um Gottes Willen Uh, das ist ja ganz traurig, oder? Das ist ja ganz traurig Man hört ja auch erstmal zu Und hält den Beifach Ja, das wäre eine Traumwelt, ne So ein bisschen utopisch gedacht, glaube ich Schreiben lieber Legion-Gedöns Ja, besser ist das, ne Um Gottes Willen Um Gottes Willen Einer ist bestimmt immer dabei Außer geht Eona auf Hordenseite Stimmt, das ist noch härter Als der aktuelle Content Das ist wahr Hunderunde Ja, Hunderunde machen wir auch Hunderunde machen wir auch Würde ich auch sagen Boah, ey, BfArs voll easy Wenn man mal so sieht Wie ihr da durch den Content-Rush Und so direkt mal Abo beenden Ich glaube, wir hatten noch keinen Der das geschrieben hat Aber ich glaube, diese Tendenzen Sind vorhanden Ich glaube, ja Ich glaube, ja Wie, das ist nicht der aktuelle Content Ja, jetzt wachen einige erstmal auf, Junge Ich darf nicht zu viel erwarten Von den Menschen, ja Hört das? Das ist doch ein Dolly-Lied Ne, erwarte ich auch nichts mehr Von den Menschen Kubiks, yo, was geht Ich hab 5 Chars auf 405 Plus Und 8 Chars auf 120 Ist das neuer Content? Hier rümmelt die Bosse ja immer First Try um Ach, Mann Ja, ich wette, das gibt es Ich wette, das gibt es auch Weil es ist ja wirklich In diesen Debatten Ist ja wirklich ganz, ganz viel Dummheit Auch dabei, ja Ganz, ganz viel Verblendung Und so weiter Und wenn das dann zusammenkommt Kann ich mir echt vorstellen Man erzählt sich am Classic-Stammtisch Das soziale, ja Das ist ja das Schöne Da müssen wir ja gar nichts fürchten Von daher ist das absolut wahr Ich bin kein Classic-Freund Aber ich denke, unsere friedverliebten Friedenstauben vom Classic-Server nebenan Müssen wir keinesfalls fürchten Endlich Feierabend Hallöchen, Tyrion Grüße dich Ich hab mir extra eine bewegliche Klima gekauft So lässt es sich im Dachgeschoss aushalten Ja, es ist sicherlich immer noch nicht das wahre Leben Ja Aber es ist vor allem erstmal Überhaupt Ist man in der Lage zu leben Das ist ja auch ganz schön Immer First Try Ja, ich darf auch noch träumen Ich darf auch noch ein bisschen träumen Ja, nein, es ging nicht direkt um den Löffel Sondern um die Aussprache im Japanischen Und bei Sinusala war es, glaube ich, Fudin Und er hatte einen da gemeckert Wegen Harry Houdini Okay, ja gut Ich hab absolut keine Ahnung Bin auch in der Zaubererbranche Jetzt echt, ich sag mal, eher weniger unterwegs Aber krass auf jeden Fall Liebe Mitkrieger Haben wir vielleicht auch gar keine? Ich spreche ja ständig die Mitkrieger an Doch, ich hab auch die Schultern noch bekommen Und wenn ihr jetzt Z-Teile braucht Wie gesagt, gerne anhandeln Und dann machen wir jetzt noch eine Hunde-Runde Würde ich sagen Jawohl, da kommt er doch Hier, nimm alle drei, mein Freund Und wir starten noch eine schöne Runde Mit dem Hunde Oder? Das wär schön Ich bin Warchief in BFA Ist das nicht an Schaden? Ja, die musst du umdrehen vorher Ja, die musst du umdrehen Sagen wir mal, es ist verkackte Sonnenblume Ne, das ist nicht die Sonnenblume, Dreadmaster Das ist ja Dieses fucking Toy Was dieses Dot und Dolly Lied singt Von den Vulpera Wie heißt das in der Spielzeugkiste? Voldunai Hier, das kriegst du aus dieser fucking Vorratskiste Von Prestige Ruf Und das haben mittlerweile einige Und erfreuen sich dann an diesem Lied Aber es ist wenigstens vorbei Es ist nicht wie der Zug Ja, es ist nicht Wie der Zug Also laut dir hab ich T-Mog drauf Also die H-Set ist top Mage als Frost und Arcane Set ist top Warlock set ist top Und Pala set ist top Alles on top Siehste, so wollen wir das haben Wie du im positivsten Sinne Fehlen mir in dieser Debatte immer Deswegen muss ich die immer ein bisschen kitzeln Weißt du wie ich meine Lichtbräsche Schauen wir mal Jo, bin da Ja, nice Vielleicht magst du ein, zwei Sätze mal droppen Aus seiner Sicht Wie das aussieht Das wär lässig Hey, Craft Hey, Sasomi Oder Sasomi Na, denkst du, dass man gegen Sylvanas in diesem Add-on kämpfen wird Oder in Zukunft dann Denkbar ist das Ich hoffe aber, dass Sylvanas zu was Größerem aufsteigt Und wir sie nicht bekämpfen müssen Ja, so die Inkarnation des Untodes fehlt uns ja beispielsweise Was dann vergleichbar wäre mit alten Göttern Als Inkarnation der Leere oder Naro Als die vom Licht Und der Untod ist ja in Bewegung Na, das sehen wir ja an allen Ecken und Kanten An Derek Prachtmeer An Kali Amenity An Vonsamdi Sein Boss Bolvar und Co Und deswegen sehe ich sie da durchaus als was Größeres noch Allerdings wird 8.2 uns mit der Sequenz danach im Raid ganz klar zeigen, wo es hingeht Ja, also da sind alle Wege offen Sowohl der absolute Verfall im Garage-Stil Ja, als auch eben der totale Aufstieg Als Anführerin eines, nicht nur einer Fraktion Sondern eines solchen kosmischen, naja, Kraftaktes Ja, wie dem Tod Und dementsprechend mal sehen Ganz, ganz viele Möglichkeiten Ja, ganz interessant und spannend bleibt es auf jeden Fall Aber genau wissen wir es eben noch nicht Machst du ja noch eine Ali-Runde? Ne, wir machen jetzt, denke ich mal, noch eine Runde Horde Graben Oder wie spät haben wir das überhaupt hier? Hör mal Ja, wir machen jetzt noch eine Horde-Runde, würde ich sagen Und dann, äh, ja, machen wir Schicht für heute, ne? Schicht im Schacht Ich gebe dir gleich den Gürtel Echt? Das wäre natürlich sehr, sehr schön Sehr, sehr, sehr schön Tanksy pullen wie geisteskrank Und alle sterben Und dann sagen, was tut ihr? The fuck? Ja, the fuck, ne? Würde ich auf jeden Fall auch so sagen Sehr schön Denke die, so jetzt, äh, Locke Zum, zum Klassiker Löt als Mühle Schrader Denke die Boss-Mechaniken könnten einfacher sein Als sie in Erinnerung sind Hab mich aber mit nicht viel beschäftigt Sieht mir insgesamt aber wie ein ganz anderes Game aus Mehr auf Zusammenspiel ausgelegt Siehste, auch interessant mal diese Seite beleuchtet zu haben Einwandfreie Sache Vielen, vielen Dank Für dein Feedback aus dieser Ecke Ich hoffe bloß, ein SOS wird nicht einfach als Boss hingeklatscht Black Empire, Nualota, ETC, verdient dein eigenes Addon Ja, auf jeden Fall Also die Möglichkeit besteht da auch Dass Silvanas an Xalatas erhebt Teile von SOS einsperrt Er nicht mächtig genug ist, sich zu befreien Wir dann als 8-3-Raid irgendwie noch unter Nasiata unterwegs sind im Gefängnis und so weiter Ja, und dann keinen Black Empire Addon bekommen Weil wir die Bedrohung im Keim ersticken Ja, sondern dann irgendwie so einen positiven Kataklysmus Ja, so ein Azeroth wieder aufbauen und so weiter Also da sind ja so viele Möglichkeiten im Raum Das kann man glaube ich bis zu dieser Sequenz unmöglich richtig voraussagen Cedrix, vielen Dank für sieben Monate Vielen, vielen Dank Vielen, vielen Dank Kann man sich auch als Tank anmelden Dann muss ich auf die Idee gehen Wie jetzt hier bei uns An sich kannst du dich auch als Tank anmelden Ja, also wenn es dann zu viele werden Ist das ab einem bestimmten Punkt schwierig Ja, aber an und für sich kannst du dich auf jeden Fall auch als Tank Wie auch als Heiler durchaus melden Wirst du in Classic spielen? Nee, tatsächlich nicht Also ich habe hier in der Beta reingucken können Und ich bin ja jemand, der durchaus die Vorzüge des modernen WoWs zu schätzen weiß Ja, in so ziemlich jeglicher Hinsicht Ich brauche weder diese Entschleunigung Noch irgendwie Bosskämpfe Wo du teilweise Auto-Hit-AfK gehen kannst Auch von den Mechaniken der Klasse an sich her Ja, von daher, das ist gar nicht meins Wird vielleicht interessant Wenn so Flaut jetzt im aktuellen Content ist Vom nächsten Add-On Ja, dann muss man nicht irgendwie wieder Terra oder so mal angucken Sondern kann WoW nur in einer anderen Version weiterspielen Aber an sich juckt es mich jetzt nicht so Ja, auf jeden Fall nicht so Vielleicht wird Silvana sowas wie Illidan oder so Und man kann mit ihr ebenfalls eine einzigartige Klasse erstellen oder so in der Art Kann auch sein, ja Also die Möglichkeiten haben sie Die Frage ist jetzt nur In welchem Rahmen, in welchem Aufwand sie die jetzt ergreifend auch umsetzen wollen Das ist ja auch immer nicht ganz so klar Was, wenn Silvanas, der die Aschenwind beauftragt hat Sie zu Azshara zu bringen, um ihre Armee zu übernehmen Mit Hellja läuft ja auch noch was Im Trainer werden ja vier Hordenschiffe von Allischiffen gejagt Ja Aber dann müssen wir uns fragen, warum Aschenwind dann trotzdem wieder zu Azshara rennen Wenn die jetzt einen Deal machen Und Aschenwind müsste eigentlich auch clever genug sein Oder stelle ich den Chars einfach, um zu wissen Was man auch erwarten kann Wenn man wieder zu Azshara zurückkehrt Und teilweise versagt hat Und jetzt auch nicht die wichtigste und beste Dienerin ist Das würde mich dann sehr wundern, warum die dann nicht bei Silvanas geblieben ist Zumal sie die ja auch aus dem Knast befreit hat und so Also denkbar schon Aber da fehlen noch einige Story-Elemente Dass das lückenlos quasi so vonstatten gehen könnte in meinen Augen Gut, äh, Freunde Kein Hund gedroppt, ne Sad life Sad life ohne Hund Dann starten wir in die nächste Runde Würde ich sagen Mit den Hunden Craft wird immer wieder überrascht Wie viel du über WoW weißt Echt heftig Und es macht einfach Spaß zuzuhören Vom Meister zu lernen Nebenbei zu zocken Das freut mich sehr zu hören Ich weiß vieles, aber nicht alles, ja Das muss ich auch immer dazu sagen Man vergisst ja doch so die ein oder andere Buchseite Die man irgendwann mal vor sieben Jahren oder so gelesen hat Ne, aber Freut mich, wenn das so rüberkommt Und wenn man das dann auch noch versteht Und so weiter Ist das natürlich ein toller Effekt Ja, wo es mich freut Von eben jedem dann auch zu hören Schön Habe jetzt in der WoW-Flaute mit Diablo angefangen Mit Kollegen Ne Season Helden am ziehen Bockt schon, mega Auf jeden Fall Also Diablo hat auch zwischenzeitlich immer mal wieder Fun gemacht Kommt mich halt langzeitig und langfristig immer nicht fesseln Ja, das hat es nicht geschafft Aber wie es so ist Guti Äh, Crad, was war jetzt mit dem Gürtel? Wolltest du nur trollen? Du Frechdachs Was da los? Was da los? Was da los? Sky King Brad Hallöchen Ich kann nichts zum Thema Aschenwind oder Chara bringen Okay Okay Geht es mit Ironcraft noch weiter Oder ist das Projekt zu Ende? Hab das Format damals gefeiert Äh, dann hast du die letzte Folge verpasst vermutlich, ne Wo ich gesagt habe Wir pausieren, wenn ihr mich nicht öhre Holk, man Ja, also Durch die Level-Skalierung War es mir selbst für den Iron Man irgendwie Auf einem anderen Schadu-Arsch Achso, okay Äh, war es mir selbst für den Grundgedanken des Iron Mans Einfach zu schwer Ja Also wenn ich selbst bei irgendeinem unwichtigen Non-Elite-Peon am Hof Um mein Überleben kämpfen muss Und dann irgendwie in einem Part Eine dritte Quest fertig kriege Und nicht vorankomme Ja Dann nimmt das mir irgendwie den Spaß Beim Spielen und euch sicherlich auch beim Zuschauen Und darum habe ich das vorerst erstmal pausiert Ja Keine Ahnung, ob es nur an mir lag Oder am Dudu Ähm Oder ob ich einfach zu bad war Das kann ja auch sein Aber Äh, hat mir auf dieser Ebene Auf jeden Fall nicht mehr so Gefallen Und darum ist es erstmal pausiert Ja, bis Ich weiß nicht wann Ich kann mir gut vorstellen Dass Blizzard will Dass wir Sivanas anfangen zu hassen Oder ehrlos Äh, halten Und schlussendlich rettet sie uns allen den Arsch Hoffe ich ja auch Ja Wenn ihr in die jüngsten Videos In meiner Lore-Playlist schaut Wo wir uns ja auch über sowas unterhalten Da versuche ich ja auch immer alles In so eine Richtung zu lenken Ja Weg von nur Allianz und Horde Und nett und böse gut Und hin und her Ja Und mehr zum großen Ganzen Was vielleicht solche Charaktere Die solche Elemente auch verkörpern Wie den Tod Beziehungsweise Untode als Inkarnation Ja Dass sie vielleicht Ein bisschen größeren Konflikt Schon im Auge haben Und da relativ egal ist Wer jetzt Kriegshäubling ist Und was ehrhaft ist Und was nicht Ja Das ist ja so Lortog immer Samstag Sehr wohl Tragar lädt ein Wo ist der gute Mann Bist du hier irgendwo Kannst du Dalla kommen Amena Ich weiß es nicht Und dann starten wir gleich in Dalla Alles klar Dann starten wir gleich in die nächste Runde Grab mal Nice one So morgen direkt Ja cool Vor allem eine Season Helden auf Qual 3 zu leveln Ist schon hardcore Ist schon eine Challenge Bei manchen Bossen die kommen Auf jeden Fall Haben gestern Diablo Homesave gekillt War mega hart Aber haben es geschafft Ist dann ein ganz anderes Erlebnis Wie ihn mit zwei Hits umzurommeln Auf jeden Fall Das ist ja schön an Diablo Dass du durch die ganzen Schwierigkeitsgrade Ne Dich so hochballern kannst Great Mein Guter Der gute Tragar Vielen Dank für den Goddel Mein Guter Wo kommt der her Ist der eben gedroppt Ich hab es gar nicht gesehen Wenn Vielen vielen Dank man Du Pisser Das war jetzt nicht nötig Mit Dot und Dolly Aber Boys wo ist es denn Das Hero Set hab ich voll Grab mal Wir sehen es fehlt nur noch der Goddel Vom Rolldrop hier Und den hat der gute Mann Mir eben getradet Und das Set ist auch voll Vielen vielen Dank Vielen vielen Dank Für diesen feinsten Streamer Loot Aller fettes Set Der Goddel Den braucht man auch schon dazu Oder Auf jeden Fall Tragar Vielen vielen Dank Fürs Straden Set ist einfach Full Brudis Set ist einfach full Sehr sehr cool Vielen vielen Dank an Tragar Richtig nice man Richtig nice Ich danke dir Oh da kann ich umloggen Brauch nämlich Platte nicht mehr Kann ich jetzt wieder auf den Priester gehen Wo ist der Verbrecher Äh da ist er Da ist der Verbrecher Da laufe ich extra mit meinem Guffeltwink Wegen seinem geilen T-Mock mit Und dann denyt er einfach Eiskalt oder Eiskalt Tut mir leid Priscilla Aschenwinds Unerbittliches Streben nach Macht Hat sie zum ewigen Palast geführt Und ein finsteres Bündnis Mit König Anachara eingehen lassen Was Aschenwind im Gegensatz Für ihre Loyalität bekommt Ist vielleicht mehr Als sie eigentlich verlangt hat Ist glaube ich ein Zitat Vielen Dank dafür Aus dem Dungeon Compendium sogar Beantwortet aber im Grunde Nicht die Frage Was jetzt genau mit Silvanas Der Deal Und hier nun her Und warum sie auf sie hört Und so weiter Ja also Eine Menge irgendwie Weiß ich nicht Lücke Einfach eine Menge Eine Menge Lücke Aktuell noch Ja Wieso Silvanas ihr vertraut Und hin und her Und ach Das fehlt uns noch irgendwie Ein bisschen Keine Ahnung Oder vielleicht fehlt es auch nur mir Ich weiß es nicht Aber irgendwas passt da In meinem Kopf noch nicht ganz zusammen Machtgier an sich Kennen wir von Gul'dan Haben wir auch im Loretalk Immer wieder irgendwie kritisiert Was da schon wieder los ist Ja Kann natürlich ein treibender Machtfaktor In jeglicher Hinsicht sein Aber Fehlt mir irgendwie Gerade in Bezug zu Silvanas Und der Horde Sag mal Schreibe ich in deinen Augen Anstößige Sachen Oder warum ignorierst du mich gerade Seit mehreren Minuten Ne Ich sehe aber auch gar nichts Von dir Redmaster Ich scroll gerade auch hoch Und ich sehe nichts Ich sehe nichts Oh da ist was Kommt gleich mit Auf die schwarze Liste Gleich unter Die Blume und den Zug Ja haben wir uns nicht eben unterhalten Wegen dem Dot und Dolly Spielzeug Seitdem habe ich euch Nein nichts gesehen Auch beim Scrollen eben nicht Sorry Guarde Nudel Hallöchen Grüße Grüße Und heilige Madwurst Ja die muss wirklich heilig sein Hoffen wir es Vielen vielen Dank Für deinen Sub Und deinen Support So Freunde Wir starten die letzte Runde für heute Eine letzte Runde Grab mal Bitte anschnallen Sitze in aufrechte Position Mit der Horde Schöne Runde drehen Neues T-Mog Auf dem unmoralisch Weiß ich nicht Also das Müssig Set Trägt eigentlich Börbine momentan Meine Panda Dame Kam ja heute Oder gestern Kam ja Charleston Die hier auf YouTube Mit allen T-Mogs Mit allen Charakteren Da kann man das Mal schön Beleuchten Was fehlt noch mit dem Hero Set Auf dem Priest Boah bestimmt einiges Hero sind wir ja nicht So oft gerannt Ne Wir gehen ja Wenn dann auch nur Müdisch eigentlich rein Da fehlt auch nur noch Weltbeutengürtel Dankeschön Und Hero Ja da fehlen noch Einige Teile Avatar Wachsame Maid So ziemlich Fast alles Möchte ich was meinen Eine ganze Ganze Menge Eine Insel mit zwei Bergen Auch zum Beispiel Ja Klotz Hallöchen Grüße 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 Feinste Runde Abschluss Grab mal heute Nach erfolgreich Antorus Und ja auch Schon mal Grab mal wieder Geil Was soll das heißen Du siehst nichts Ja keine Ahnung Ich hab eben hochgescrollt Und das Einzige Was ich von dir gefunden habe War das zu Dot und Dolly Weiß ich nicht Was das heißt Um Gottes Willen Schafft man Grab mal Auf normal Solo Könnte sein Weiß aber nicht Ob du dir das antun möchtest Also es wird auf jeden Fall Nicht schön Wenn es klappt Dann wird es auf jeden Fall Nicht schön Ja Liebe Leute Deswegen gehen wir zusammen Wer mitkommen möchte Grab mal mythisch Server egal Horde müsst ihr sein GS bitte 340 rum Beziehungsweise aufwärts Dann können wir uns hier gerne Einmal zusammen Raffen Und die letzte Runde Bei diesen bestialischen Temperaturen schon wieder Oder Können wir Bewältigen Brille beschlagen Ist zu warm Und dann die Klima Ja ich bin auch gespannt Wir wollen nach dem Stream Heute auch noch eine Runde Kuldirana aufnehmen Bin sehr gespannt Wie wir auch wieder leiden Bei den Temperaturen Ja weil auch der gute Tenendo Ist ja Ein Leidensgenosse Bei diesem Wetter Ich bin gespannt Was passiert Vielleicht diesmal Ohne Mütter In Dungeons Ja also mittlerweile Müssen wir ja sagen Ich weiß nicht Ob ihr den letzten Kuldirana Part Gesehen habt Wenn nicht Dann guckt ihn unbedingt nochmal Auch wenn ihr kein Fan Dieses Projekt seid Weil Der ist wirklich Komplett krank Also was da abging In dem Dungeon Ja Das war Wahnsinn Ich hoffe Das passiert heute nicht nochmal Halte ich nämlich Nicht auf Dauer aus Ich muss sagen Irgendwie dafür Dass die Tür Tausend Jahre Warte warte Lese ich gleich Ich mach erstmal die Gruppe Sonst lade ich wieder zu viele ein Hier Ähm Der gute Mann Muss noch annehmen Den sehe ich diesmal Wenigsten Ja da ist nichts mit Dort und Dolly Und dann auch die drei Imps Ja Ich muss sagen Irgendwie dafür Dass die Für tausend Jahre Das Planeten Und die uns In ne Falle führen Und wir das umdrehen Und sie als Königin töten Auch wenn ein Sors freikommt Sie will auch herrschen Was Sie will ja auch herrschen Nicht für ihren Macker sterben Um ihn zu befreien Aber naja Ja Aber Naja Ich hab auch glaube Nur die Hälfte verstanden DG Das war irgendwie Ne Menge Satz Ansatzbau Aber ja Naja 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 So Wir stehen auf mythisch Wir haben Hexer Wir können auch drinnen porten Wie immer bitte nur pullen Wenn alle da sind Liebe Leute Und dann Attacke LFR ist schon mehr Und dauert Ja Wenn LFR schon kacke ist Dann wird normal nicht schöner werden Ja Warte dafür lieber bis zum nächsten Ender Genau Oder es sind eigentlich auch immer gruppenoffen Ja Es gibt auch genug Von unseren russischen Freunden Die immer wieder Grab mal durchrotzen Oder so Ja Haben wir ja im Tool ja auch Nicht nur benutzer definiert Sondern auch Klassische Beziehungsweise alle älteren Raids Ja Wo man gucken kann Also da gibt es ja auch durchaus Paar Optionen Ich dachte ich könnte über Timewalk marken Meine Erbstücke Also die relevanten Auf volle Stufe ausbauen Hm Pussekuchen Hab die alle schon Beim letzten Mal ausgegeben Und dann Timewalk quasi sein gelassen Weil Timewalk ist Krebs Wär auch ein guter Format Titel eigentlich gewesen Wär auch schön Du hast mich doch eigentlich nur Weil ich Ali bin Ja So ist es So ist es Dann hast du bei mir auch noch Blaue Schriften im Chat Ne Ich kann das nicht mal irgendwie verdrängen Oder so Genau Das ist es Ja Zecke Hallöchen Grüße Grüße Herr mit dem Link Für die Kuldirana Weiß nicht Ob den gerade Wer am Stizzle hat Die letzte Folge Ähm Vielleicht Reem Shailrun Gerade irgendwie Am Start I don't know Es gibt noch Menschen Die WoW-Zone krank Oder Völlig geisteskrank Junge Und Satzzeichen Ich bin Deutschabiturient Also ne Ist nicht so meins Eben Ja dann ist man ja auch durch damit So hat man das einmal gezeigt Im Abi Dass man das kann Und dann hat das die Umgebung Gefällig zu wissen Oder Darf ich mich gleich Mit meinem DH nochmal Zum T-Mog anstellen Hab die letztes Jahr nicht mitbekommen Weil mein Internet abgeschmiert ist Äh Ich hab's halt noch im Kopf Wenn du das mit den grünen Klingen warst Ne Mit dem Matchtower Skin War halt Grün War grün denn grün Der Gürtel hatte Flügel Und war ein schönes abgestürmtes Dehase Mit ner Menge Eben grün Ja ich meine So ein Klassenhalle dabei Das ging nach vorne Ja Shireen hat's gepostet Die letzte Kulirana Folge Wer da sich nochmal ne Menge Menge Geisteskrankheit abholen will Ja der ist da Auf jeden Fall richtig Helja Die gefallene Königin der Valkyr Somit müsste sie ja die Macht haben Valkyr zu erschaffen Und wir alle wissen Dass Sylvanas die Valkyr braucht Eventuell war das ja Teil des Deals Mit Sicherheit sogar Ja Mit Sicherheit hatte sie nicht sogar Diese ominöse Laterne Von Helja Mit der sie dann die Königin der Valkyr Da Ne Pinöppeln wollte Und dann kam Genn Und hat die kaputt gemacht Und so Das war da auch Teil schon des Deals Oder nicht Das war da auch schon im Zusammenhang Üff Üff Achso die letzte Wait Achso ja es ging gerade um die letzte Also die Folgen sind alle relativ krank Aber vor allem die letzte Weil da hat Hitze kritisch getroffen Und wir hatten halt ein Dungeon Gut ich spoiler nicht Wie gesagt Wer das sich geben will Der kann sich das gerne einmal Gönnen Nein Hab LRS Schutz Also juckt mich nicht Der Fehlerschnitt Es darf halt nur dem Lesefluss nicht schaden Also nicht so schlimm Ja gut Beim letzten Absatz würde ich mich da Trotz dieser Aussage mit dir streiten Aber Das stimmt wohl Ja Das stimmt wohl Boah VOD Szenario Ich liebe es Und wieder habe ich vergessen Dass man das über die zeitlose Insel Oder wie das heißt Skippen kann Das stimmt wohl Aber Gerade wenn du levelst Also wenn du jetzt nicht mit dem DH Da unbedingt hin willst Oder so Und das nachspielen musst Zum leveln finde ich Das Pre-Szenario Gibt auch schon ganz gut Prozente eigentlich Wenn ich es richtig im Kopf habe Von daher Das geht eigentlich ganz gut nach vorne Ja Das geht eigentlich ganz gut nach vorne So Freunde Sind alle da Ich bin als Priester dabei Das heißt ich werde mich hier nicht in die Bosskämpfe stürzen Von daher fühlt euch gerne frei Ähm Nochmal zu pullen Beziehungsweise den Pullermann Tuse Maximum rauszuschrauben Und dann ja schön zu attackieren Wenn ich pulle Dann kriege ich als Stoffi Böse in die Fresse Das wollen wir nicht Nur Moderatoren können links schicken Ja das ist auch wirklich eine Grundeinstellung Die ich auch jedem empfehlen möchte Der irgendwie anfängt Mit Streamgelöt und Co Hatten wir ja vorhin auch eine kleine Tipps und Tricks Runde Äh Wenn ihr das nämlich deaktiviert Dann schließt das schon mal aus Dass die ganzen Bots Die ja dann irgendwelche Gold Sellings Und so weiter Spammen Ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist Da haben wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr gehabt Äh Die filtern dann halt gezielt nach solchen Channels Die das anhaben Und spammen da auch ihren Shit Ne Und wenn du das aus hast Beziehungsweise nur für die Mods Dann fällst du aus den Filterlisten Von denen schon mal direkt raus Ja Ich weiß wir sind alle aktuell ein bisschen sehr triggert Beim Begriff rausfiltern Aber in dem Fall ist es tatsächlich was Gutes Ja Da ist was Gutes Wollten wir die letzte Folge schicken Ja Das dachte ich mir Ist ja auch kein Problem Aber genau deswegen können wir da Nur über die Mods gehen Ah genau deswegen Wie kann man das denn Über die zeitlose Insel skippen Hab da nie irgendwas gefunden Du hast glaube ich So eine Unterwasserhöhle Ich kann dir jetzt nicht die genauen Koordinaten sagen Vielleicht weiß es hier wer Ansonsten kann man das bestimmt auch recht schnell ergoogeln Über die entsprechenden Keywords Und da gibt es eine Unterwasserhöhle Und da ist so ein Kreis mit Skeletten und Stühlen Und wenn du dich irgendwie auf den richtigen Stuhl setzt Dann portest du dich Auf so einen ähnlichen Stuhlkreis in Gorgond So irgendwie so war das Keine Ahnung Es gibt auch glaube ich überhaupt keine Erklärung Für diese Connection Aber es funktioniert Ja Es funktioniert Hey Kraft Ja grüß ich ne Wenn du das Spektraltiger Jungs noch haben willst Ich hätte eins im Schwarzmarkt Auktion So was für 127.400 Gold Ja dann sage ich mal Es wird da leider verwaist bleiben Aber ja ich möchte es noch Ihr möchtet es noch Aber Schwarzmarkt Weiß ich nicht Ich habe halt nur so viel Gold Weil ich es nicht ausgebe Ja deswegen Schwarzmarkt Ist ganz ganz schwierige Geschichte auch für mich Liebe Mitpriester Wir haben keine ne Wir haben wieder keine Nein Ganz traurig Ich kann keine Setteile abgeben Und Egwin labert wieder mehr durcheinander Als ich sie könnte Uff Worts rausfiltern Bis wohl CDU Wieder was Ja leider kein Mittwoch meine Kerle Leider kein Mittwoch Der Kuldirana Schwinger ist schon sehr neus Ja da kann man auch seinen Spaß mit haben Da hatten wir jetzt auch Wir haben ja unsere Dunkeleisenzwerge jetzt auf 110 Sprich die Tradi Rüstung freigeschalten Haben wir dann mit den Kuldiranern gleich weiter gemacht Und kann man schon schön mit experimentieren auch Ja definitiv Und machen wir ja auch so in unserem Kuldirana Let's Play Ja Auch da geht es sehr gut Nach vorne So Klo hat ein Video gefunden Mit entsprechender Verlinkung für Den WOD Skip Ja wer sich das mal Anschauen möchte Ist da sicherlich gut aufgehoben Subaru Hallöchen Du liebst also den großen Tipp von Exitus Wie kommt man an wie Gold in WoW Keine Ausgaben Ja so blöd das klingt So ist es halt bei mir Ja ich habe mir immer wenn ich was haben wollte Das selber erfarmt irgendwie Gut auch mal ein Mount gekauft Wie jetzt die Frösche die irgendwie 333.000 Gold kosten Ja aber mal geht das Ansonsten wie gesagt Seit ich Raide spielt auch mein Vater So der war schon immer Alchemist Der hat dann entsprechend eben Für die Versorgung in dieser Richtung gesorgt Ja Bolias ist ein Juwelenschleifer Shireen macht Kochen und so Von daher bin ich da auch immer rundum versorgt Ne also ich mal auch ein bisschen was Ich mal auch Schmiedekunst und so Als die Warfronts live ging Konnte ich da auch alle entsprechend versorgen Freunde es sind noch nicht alle da Von daher Oder hat er gesagt er ist AFK Habe ich jetzt leider nicht gelesen Von daher hoffe ich ihr habt das so gelesen Ansonsten die Nein Wird dem guten Mann gerade sein Loot Das wäre natürlich nicht so gut entsprechend Ähm Ja von daher Hatte ich einfach nie Ausgaben Ja Da hatte ich einfach nie Ausgaben in größerem Rahmen Und vor allem auch nicht jetzt In einer gewissen Frequenz Irgendwie jetzt ständig Ja wer jetzt irgendwie Raid Vorbereitung Auch hatte ja mit den Runen zum Beispiel Klar sowas sieht Aber die kannst du ja auch dann Über viele Twinks Über viele Chars Und über Missionen und so Dann zusammenklamüsern Ja Deswegen hatte ich da einfach nie So Standard WoW Ausgaben Kranker Scheiß Oder Rock Du hast ganzes Jahr voll gemacht Mein Bruder Vielen vielen Dank für deinen Support T2 Bruder Dankeschön Dankeschön So Freunde bitte guckt da drauf Ich weiß es ist warm Ich weiß wir kommen schnell voran Aber nicht jeder hat einen super Rechner Äh Und nicht jeder hat ein gutes Internet Von daher bitte vor dem Pult Unbedingt gucken Dass auch alle mit am Start sind Das wäre sehr sehr schön Ich würde das Intro immer machen Weil man da immer mindestens zwei Level macht Und geht nicht so lange als Also Skippen unnötig eigentlich Ja also je nachdem was man halt machen will Ja also kann ich auch verstehen Wenn man keinen Bock drauf hat Insofern hast du recht Wie gesagt Habe ich auch gesagt ja Ähm Dass man das mitnehmen kann Für gut EP Aber wer nicht will Der hat schon Ja Deine Freundin kocht für dich Okay kenne ich Aber dein Vater ist eigentlich Mist Kann der aus Blei Gold machen Ne aber der hat seinen Bruder In so eine riesige graue Ritterrüstung gesteckt Keine Ahnung ob den kennst Relativ bekannter Typ Ja so in dieser Richtung Ist halt unterwegs Was wünschst du dir fürs nächste Addon Housing Ich möchte Housing Ich möchte vor allem Gilden Housing Habe ich mir ja schon für BFA gewünscht Dass wir irgendwie mit den Schiffen Mit der Seefahrt mehr haben Dass wir eine Art Gildenschiff haben Ja wo du egal was du machst In der Gilde deinen Beitrag leisten kannst Die Raider stellen die Gallionsfigur Ja den Kopf von Gahun oder so Wer irgendwie einmal die Woche einloggt Für ein paar BGs Er kriegt dann irgendwie zusätzlich Zu den Ehrenabzeichen Noch so ein paar Holzplanken Kann die Schiffe reparieren Ja je nachdem wie groß das Schiff ist Umso mehr Inseln kannst du erforschen Und so weiter Gildenevents Mehr Spieler zusammenschweißen Die Bock drauf haben Wenn du alleine spielst Auch sowas keinen Bock hast Kannst die Gilden bezahlen Um Zugriff auf ihre Schiffe zu bekommen Dann hätten die Gilden auch wieder mehr Zusammenhalt Beziehungsweise mehr Mehr Wichtung in dem Ganzen Sowas fände ich super geil Ja Sowas fände ich super super geil Da kann jeder mitmachen Wer keinen Bock hat mitzumachen Der kann das über Gold regulieren Und da hat man so unfassbar Viele schöne Möglichkeiten Da bin ich heute noch traurig Dass wir es nicht bekommen haben Weil ich das Konzept Wirklich unfassbar geil finde Was wir uns hier irgendwie War in einem längeren Stream Mit fast nur diesem Thema Zusammengearbeitet haben Und sowas fände ich super geil Sowas fände ich sehr sehr geil Gerne auch verbunden Irgendwie mit den Erfolgspunkten Dass man da irgendwas Zur Schau stellen kann Oder so ja Das fände ich schon cool Natürlich auch Weil ich ein Alpha Nerd bin Ja Aber das fände ich schon Sehr sehr cool Ja Sehr sehr cool Wurde gestern als Rechtsextremer beschimpft Weil ich verlauten habe lassen Dass ich es besser finden würde Wenn meine Steuern eher an Rentner Die Deutschland zu dem gemacht haben Was es heute ist Anstatt dass Steuergelder An illegale Asylanten gehen Linke zu triggern Ist schon echt lustig Ja Okay Lull Ähm Gibt es einen Mount Ne es gibt keinen Mount Es gibt keinen Mount Boys Es gibt einfach keine Mounts Es gibt keine Mounts Muss man halt aufpassen Mit Aussagen heutzutage In jeglicher Richtung Ja In wirklich Jeglicher Richtung Das beste Add-on War immer noch Woddelka Warum Ist sein Spitzname Fullmetal Fullmetal Vater Ja Man kennt ihn auf jeden Fall Brötchen Laugenbrezeln Und Kuchen Und ich trottel Hab mich wieder zurückgehalten Hättest auch gleich so Tupperdose mitnehmen können Oder hier Ich nehm noch was mit nach Hause Für die Katzen Und so Wie der Family Guy Ja Man kennt Zurückhalten ist immer Kacke am Buffet Mach ich auch nicht Entweder Ich esse gar nichts Weil ich vorher schon gegessen habe War so als wir beim Geburtstag Von Charu und Opa waren Da haben wir so viel Süßes Schon gefressen Und lagen nur rum Und haben ein Genetflix Ähm Dass ich einfach gar keinen Hunger hatte Ja Oder ich esse so unfassbar viel Dass ich vom Essen schwitze Ja Auch das kann ich sehr sehr gut Was gab's bei dir Oder hatten wir das schon Weiß ich nicht Ne Wollt hat nicht gefragt Der Mann schwächelt Der Mann schwächelt Um Gottes Willen Was gab's denn heute Ähm Ich hab Salat gegessen Digi es wird wieder warm Es wird Salatzeit Also wow 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 Salat im Sinne von Dose Mais Dose Thunfisch Hähnchenstreifen Fertig Ja so nach dem Motto Bisschen Dressing drauf So ein bisschen was Kühles Ja Das geht schon Hat er Okay dann schwächle ich Wollt dort alles ist cool Ich schwächle es tut mir leid Hat er doch gefragt Siehste Es gibt kein Mount Ne Es gibt einfach kein Mount Aber Wahnsinn 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 Nemesis Hallöchen Obwohl es mir eigentlich egal sein kann Weil ich nur noch eine Woche Da bin Ja Toll ne Dann hättest du eigentlich erst recht reinhauen können Eben ja deswegen Das meinst du sicherlich mit Hätte dann die Wirkung egal sein können Bist dann eh weg Ne Ich bin dann mal woanders Schön Du Hund Ich hab gefragt Ja doch Es tut mir leid Es tut mir leid Bei uns gibt es gleich Schicke Nuggets Und Salat Ja Zu den Schicken Nuggets So ein bisschen Beilage Oder warum nicht Huhn Und Salat Genau so Was ein Privatkoch Weiß nicht was es zu essen gab Such dir einen neuen Ja Wollt dort Wir schwächeln einfach beide anscheinend Das ist alles nicht gut Das ist in der Tat Alles nicht gut Mit oder ohne Dressing Und ja Welches Dressing So ölmäßig Oder sahnemäßig Wenn du weißt was ich meine Schön die Sahne zum Kaffee Man kennt sie Ähm Ich bin Fan von Knoblauch Ich liebe Knoblauchsoße Ich liebe Tzatziki Äh Wenn ich bei Vatern bin Zum Grillen Und wir haben richtig Nices Fleisch Dann pimpen wir vorher Das Tzatziki Kippen die Bottiche Zusammen machen Noch mal ein bisschen Extra Gurke Knoblauch rein Und so Ähm Und ich liebe Knoblauchdressing Ich liebe aber auch hier So Dressing Sylter Art Weiß nicht ob ihr das kennt Deswegen so irgendwie ölig Und jetzt irgendwelche Kräutermischungen und so Muss nicht sein Ja aber Full Knoblauch Full Sylter So Joghurtrichtung Ist das glaube ich ne Die feiere ich schon sehr sehr hart Auf jeden Fall Die feiere ich sehr sehr hart Buff ist super Aber es passiert mir auch immer das Was Kraft sagt Ich schwitze Achso Buff ist super Alter Ich wollte schon sagen was passiert jetzt Buffet Knolle Buffet Ich schwitze beim Essen Dann traue ich mich nicht mehr zu holen Vielleicht sollte ich Die Buffet Diät erfinden Das Problem ist gerade Viele feiern auch so Hochzeiten Sind ja dann meist auch Zu Wetterlagen Full Knoblauch Alchemist Genau Äh äh Alchemist Der Stotterer Man kennt ihn ja Ähm So wo so noch schönes Wetter ist Wo man dann Anzug trägt Und dann sitzen alle in einem Raum Der Raum hat null Luftzug Ja Oder Luftstoß Lugia ist auch nicht eingeladen Und dann holen sich alle Essen Das Essen ist ja in diesen Warmhalteschalen Ja in diesen Aluasietten Oder was auch immer Dann alle laufen rum Alle essen Alles wird noch wärmer Und boah Also das ist immer mein Tod Oft gehe ich da echt raus Und fresse dann am Buffet So die Reste So eine Hand ein Bierchen Andere Hand schön die Schnitzelsnacken Weißt du Mach ich mittlerweile so Uff Also das ist auch schwierig Ja Freunde Also wir viel Schwitzer Ihr seht das schon Wir haben Problemwelten Die kennen viele von euch gar nicht Fucking Normies Riii Ja das ist schon echt belassen Da muss man echt einen Plan machen Wann man zum Buffet geht Einfach weil man sonst Den ganzen Anzug durchschwitzt Ja das kennen viele nicht Und es ist schön Dass wir über diese Problemwelten Reden können Heavy heavy American Dressing ist das Beste Was ist das Ein Glas Nutella drüber Oder was ist das American Dressing Ja schön ein bisschen Erdnussbutter drüber Und gib ihm Schön 1,4k PvP Rating Reicht wieder für die nächsten Jahre Einwandfrei oder Geht Zeddy geht raus Schöne Sache Wow Ich schaue zum ersten Mal zu Bin echt beeindruckt Dass man ohne Unterbrechung reden kann Ja oder Einwandfrei Dann willkommen in unserem Kreise hier Grüße gehen raus Bei Was Bei DeWai Achso alter By the way Junge das können die mit mir Heute nicht machen bei dem Wetter Also generell nicht Auch in der nächsten Zeit nicht Bei DeWai Dein Twitter Post Vorhin mit Champions Es tritt Arzried aus Habe ich ungelogen 5 Minuten Überlegt Ob ich eine Was tritt sonst noch bei dir aus Antwort verfasse Ja das wäre bei einem Tweet von Bolias vor allem nötig gewesen Das stimmt wohl Und das ist eine sehr gute Und auch folgerichtige Überlegung Ja das sind auf jeden Fall die Gedanken Die dann bei solchen Posts Auch kreisen müssen Ja Definitiv American Dressing Das ist doch die ekelhafte Scheiße Mit Ketchup Oder Ich hatte jetzt auch tatsächlich Abseits von Erdnussbutter Und Nutella Hatte ich jetzt Big Mac Soße Im Kopf Ne nicht nur Aber Tatsächlich aus so einem Barbecue Gelöt Irgendwie Ja Ketchup Keine Ahnung Ich weiß es nicht Hobby Hallöchen Und Ich denke jetzt an Gewitter Im Kopf Und an Pommes Und auch an Big Mac Soße im Kopf Vielleicht ein Zweitkanal Von den Jungs Na man weiß es nicht Wie bei meiner Abschlussfeier Von der Fachhochschulreife 35 Grad draußen Drinnen alle im Anzug Ich rotes Hemd an Alle am Schwitzen Wir waren dran mit Buffet Hemd dunkelrot inzwischen Also aus Scham Sakko drüber Schlimmste Idee meines Lebens Gnolle Sage ich dir wie es ist Habe ich exakt schon mal So gemacht Ich war Mehr als einmal sogar Auf Feiern Wo ich binnen Sekunden Mein Hemd Unterm Sakko Durchgeschwitzt habe Und dann als einziger Da saß Und das Sakko Nicht ausziehen konnte Ja weil ich dachte Fuck Nachher vielleicht Wenn Licht aus ist Oder gehst mal raus Versuchst bisschen zu trocknen Stellt sich an so eine Kerze Oder so Kenne ich ganz genau Kenne ich ganz genau Liebe vier schwitzenden Leidesgenossen Ich teile euer Schicksal Ja Kenne ich ganz ganz klar Auch so Egal ob es warm ist Oder kalt Ich fress wie ein Scheunendrescher Für fünf Leute Und seh aus Als wollte ich nie was essen Frauen hassen mich Ich auch Skyking Brad Für diese Aussage Ich auch Ich fress auch Wie ein Scheunendrescher Für fünf Leute Aber ich seh auch so aus Ja man isst was man isst Oder wie war das Gewitter im Arsch Gibt es auch Mit Sicherheit Schön Die Zweitkanäle Die Zweitkanäle Ging mir auch so Auf der Hochzeit Bei meinem Bruder 45 Grad Alter Komplett im Anzug Rip ne Einfach wirklich Rip War auch so Als wir Bei der Hochzeit Von meinem Cousin waren Und der gute Mann Hat auf dem Schloss geheiratet So und da sind wir Ausgestiegen Beim Parkplatz Es war herrlicher Sonnenschein Und dann durften wir Das Schloss hochgehen So Das war eine wahre Freude Das war eine wahre Wahre Freude Für mich Also ich muss sagen Ich bin vielschwitzer Sein Vater Auf Arbeit schraube ich Bei dem Wetter Zwei Schrauben Und mein T-Shirt ist nass Und nein das ist nicht übertrieben Ne das Wie gesagt ich kenne das auch Ja Vor allem Im Gesicht schwitze ich so hart Und wische das mit dem Shirtärmel immer ab Die sind triefnass immer Ja Ich hatte früher im Sportunterricht Hatte ich auch einfach Schweißbänder So richtig fette Adidas Dinger Die so fast den halben Arm einnehmen Bruder da konntest du irgendwie Wenn es nicht vom Schweiß wäre Hättest du damit halb Afrika ernähren können Wassertechnisch danach Ne also ich kenne das auch Ich kenne das auf jeden Fall auch Bei mir gibt es Käsestangen und Pommes Sehr gut Sehr sehr gut Ich esse auch fünf Scheunendrescher Ja Mit American Dressing geht das Auf jeden Fall Oder wie war das American Dinger Apropos Essen Ich werde mir mal ein paar Schnitzelchen in die Pfanne hauen So 10 bis 12 Stück Ja kleiner Snack Zwischendurch Genau Vom Abendbrot Was habe ich noch Also wir nehmen ja dann Jetzt sicherlich erstmal Kulirana auf Und dann habe ich glaube ich Noch so Chili Cheese Nugget Dinger Und ich habe noch Irgendwas habe ich noch Im Gefrierfach Ihr wisst Ich greife immer rein Und dann Hauptsache war Fleisch drauf Mal sehen was ich noch ziehe Aber Salat allein Macht nicht glücklich Also mich nicht Wen Salat alleine glücklich macht Das ist schön Ja aber Mich nicht American Dressing Heißt ja eigentlich Thousand Island Dressing Und hat im Original Nur Paprikapulver Und Chili Soße Ketchup Tomatenmark Gibt es nur in Abwandlung davon Okay krass Stelle ich mir bei manchen Salaten Gar nicht mal so geil vor Muss ich sagen Aber gut Geschmäcker sind verschieden Regen Pilgur Regen Gucke Sehr schön Warum heiraten Leute Nicht mal im Winter Oder Haben wir auch schon gesagt Wenn wir das machen Dann schön in der Kälte Auf jeden Fall Auf jeden Fall So Freunde Es gibt hier zwei Diebe Das ist mutig Okay Das ist mutig Das Glück ist mit den mutigen Boys Let's fucking go Ich gehe mal hier nach hinten Ich gehe nur mal so ganz unauffällig Hier nach hinten Und dann wird das schon funktionieren Okay Wir haben nur einen Mark Vielleicht reicht das Vielleicht reicht ja das eine Boys Oh ich sehe da viele Bomben Oh das eine reicht nicht Oh das eine Mark hat nicht gereicht Vielleicht reicht der Damage Vielleicht reicht der Damage Boys Ich heile auch Ich heile Ich gebe alles Hier nehmt meine Kuppel Schluck Schnecken Und was nicht alles Let's go Come on Okay Ja war nicht schön Aber dafür dass nur einen Mark stand War es okay oder Dafür war es okay Wollte ich sagen Nice one Ich habe jahrelang Schweißbänder als Mode getragen Und mich nicht getraut Die zum Abwischen zu nehmen Oh okay Immer so als Notfall Wenn keiner guckt Mal schnell Ansonsten Modestatement Ey Gnollde Sehr schön Real Donny Vielen Dank für 10 Monate Vielen vielen Dank für deinen Support Da gibt es aber so ein Spray Antitranspirant oder so Hammer geil Hole ich mir morgen Nice ne Gibt es so eine Erfindung Irgendwie namens Deo oder so Muss man sich mal gönnen Ja also das ist ja auch so ein Ding Nur wenn man viel schwitzt Muss man ja auch nicht unbedingt stinken Ja also ich habe eigentlich auch immer Irgendwo noch ein Deo einstecken Irgendwas kleines oder so Ja wenn ich weiß Ich bin irgendwo länger unterwegs Rucksack mit Zack Wechselklamotten rein Und fertig ist die Laube Da habe ich mittlerweile auch kein Problem mit Man gewöhnt sich eben dran Ja aber Weil gerade so Sachen wie Gamescom oder so Bist halt machtlos ja Und mastlos auch Gibt halt nichts zu essen für kleine Preise Ähm Wenn du dann selber nicht stinkst Dann reifst du dich in den Schlangen an irgendeinem Das ist eh egal Da ist dann Eh egal Ach man Du bist ja auch kein Hase Craft Dass du nur Salat isst Oder Ganz klar Fleisch geht immer Na aber Na aber Hallo Silvergroove Grüße Lohnt es sich noch mit WoW anzufangen Wenn man neu ist Habe Lust auf das Spiel Aber weiß nicht ob es sich lohnt Dann finde das am besten raus Also wie du siehst Wir spielen hier nach wie vor Wir haben nach wie vor unseren Spaß Wenn es für dich interessant aussieht Wenn dir die Mechaniken gefallen Schau auch gerne auf meinem Kanal vorbei Findest du eine Vielzahl an verschiedenen Videos Und Modis Die wir ausprobieren Und ansonsten lad's dir runter Es gibt eine Gratistestversion Die auch gratis bleibt Bis du das selber von dir aus änderst Kannst du reingucken Kannst du leveln Kannst dir ein paar Klassen und Rassen ansehen Ja Insofern Mein Tipp Wenn es dir gefällt Erstmal selber ausprobieren Und bezahlen kannst du Im Nachhinein dann immer noch Wenn du dann weiterspielen möchtest Mein Verlobter und ich Hassen auch diese Sommerhitze Und von daher Werden wir schön im Frühling Oder Herbst heiraten Hauptsache nicht über 20 Grad Das finde ich sehr sehr gut Finde ich sehr sehr gut Das auch mal so zu hören Hört man nämlich wirklich viel zu selten Ja kein Scheiß Habe ich getestet Du schwitzt einfach nicht Hammergeil Krass Siehste Muss jeder sein Geheimrezept finden Sehr sehr schön Yeah Deo Beste Achsehöhle riecht super Und der Rest riecht nach Schweiz Aber kannst dann immer so Mit den Achsehöhlen So Ententanz mäßig Flattern Theo weißt du Und dann deinen Duft so verbreiten Richtig nice Sache eigentlich Sehr sehr gut Bei Rewe Gibt es ein Fläschchen Namens Hydrofugal Und wirkt wahre Wunder Bei großen Temperaturen Ich habe auch echt schon Alles probiert Boys Ja also wie gesagt Ähm Hatte ich auch schon alles Ich hatte sogar schon Irgendwelche Deo Sachen Aus der Apotheke Und so ein Kram Ja ich war auch schon mal Als ich noch jünger war Als das mit Pubertät Richtig abging War ich auch schon mal Im Krankenhaus Hab so Tests gemacht Und so weiter Und äh Ja da muss jeder Auf jeden Fall selber gucken Wie er da sein Mittelchen findet Was für einen selber ideal ist Ja Gibt ja auch im Zweifelsfall Wenn es einen richtig abfällt Gibt es so auch so noch umstrittene Nach wie vor glaube ich umstrittene Medizinische Methoden Wo man eine Operation bekommt Und dann einem quasi Die Schweißdrüsen Direkt an der Haut Quasi verendet Oder verödet werden Oder so Verendet Alter Ihr müsst verenden Ihr miesen Hunde Ja also da gibt es ja schon Viele viele Möglichkeiten Und ich musste auch Jahrelang experimentieren Bis ich für mich einen entsprechenden Flow In diesem Wahnsinnigen Warmen Schweißtreiben Dann gefunden habe Letztendlich Ja Ist so Von daher Schwitzbrüder Äh Ja Kraft ist da Wir müssen uns gegenseitig Die Power des Deodorants geben So Geil Oh hatte ich noch gar nicht Cool Non-Sit-Maske Hatte ich noch nicht Seht da Sehr sehr schön Gut Boys Angenehme Runs Wir werden noch eine Hunde-Runde machen Danke euch fürs Mitkommen Sehr sehr schön Aber die Füße sind am schlimmsten dran Was den Geruch angeht Siehste witzigerweise Bei mir wieder gar nicht Ja Bei mir wieder gar nicht Also sicherlich auch schon Aber verhältnismäßig Äh Auch nicht Ich glaube wenn Kraft heiratet Werden auch die Hater eingeladen Die Hochzeit im August Ist dann In Skikleidung Pflicht Die Hater eingeladen Ne Nice 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 Einfach die Schweißdrüsen Weglöten Oder wegtoxen Botoxen lassen Oder wegboxen Einfach direkt Ja Kommst du rein Kriegst gerade deine Betäubungsspritze Und siehst nur irgendwie Die Klitschko-Brüder da stehen Und denkst du so Hä Ich denke Botoxen Ne ne Boxen Sie haben für Boxen unterschrieben Ja Dann wachst du auf Und deine Arme sind so deformiert Dass einfach eh nichts mehr geht Ja Geil Für Classic gibt es keine deutschen Server Nur internationale Was hab ich da gelesen Ja Nice Oder World Right Einfach World Right Am geilsten wäre es doch Wenn man einen Sommerschlaf machen könnte Und im Herbst aufwacht Wieder und dabei auch Funde verloren hat Das wäre geil Oder Lasst euch das patentieren Freunde Wenn ihr da Ansätze habt Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache Ne Eine gute Sache Wann ist so Zeit für einen größeren Text? Zwei Zusammenhänge fragen? Äh Ja Jetzt vermutlich Wir sind gleich fertig Von daher haben wir eh keine zeitliche Planungsoption mehr Also mein WoW-Abo läuft nur für regelmäßige Craft-Mock-Bewertungen Hahaha Sehr gut Wandelte Product Placement Schwitzen ist bei mir so das Problem mit Sport Ich hasse es zu schwitzen Von daher sieht mein Sportprogramm aus Alles, was nicht in Schweiß ausartet Wird gern gemacht Aber ist halt schwierig Ja, das ist schwierig Das ist wohl wahr Also man weiß da natürlich sich ab einem bestimmten Punkt Im Idealfall wünsche ich zumindest jedem Sich irgendwie zu arrangieren Ja Aber es ist und bleibt halt kacke Und auch in der Regel eklig Ja Das ist halt so Zum Zocken Die kurze Sporthose ins Gefrierfach Und dann anziehen So Oder Genau so Frage ist Geht Craft zur Hochzeit raus Oder macht er eine Skychat mit dem Pastor? Wäre auch heftig Wäre auch heftig Wie schmeckt Tofu am besten? Wenn man das Tofu kurz vor dem Servieren Mit einem Schnitzel austauscht Ja, wenn man auf das Schnitzel steht Dann mit Sicherheit Dann mit Sicherheit Ist die Wartezeit für die Horde immer noch so lange Kommt drauf an, wann du spielst Also die Wartezeit geht von 5 bis 15 Minuten Ja Manchmal auch 20 Minuten Wenn du jetzt irgendwie morgens um 9 oder so spielen willst Ja Aber du kannst ja mittlerweile Dafür auch Nur für die BGC Fraktion wechseln Ja Ja, also du kannst ja dann bei deinem PvP-Anmelder Sagen Mensch, ich will einen Söldner-Buff Und dann meldest du für die andere Seite an Ja Und Versuchst dann so ein bisschen Dieses Negative Wartenschlangen-Gelöt Umzupolen Und Kriegst dann die Alli-Warteschlange Die in der Regel dann nur Ein Drittel dieser Wartezeit Bemisst Ja, das geht ja auch Von daher Kann man sich auch Arrangieren mit Wieder mal Ja Kann man sich Silikon spritzen lassen Um die Drüsen zu verstopfen Ist aber super ungesund Irgendwas raus, muss, muss raus Eben, meine ich ja Die Kassian, ne Auch mit diesem Veröden Oder Botoxen Oder was besprochen wurde Ja, das geht schon Aber Da muss man vermutlich Noch ein extremerer Extremfall sein Als wir gerade mit unseren Beispielen Ja, dann ist da nochmal Eine andere Welt vermutlich Dann wärst du so tot Schwitzt nicht mehr Dafür Blasenentzündungen Ja, außerdem Die falsche Drüse zugemacht Ne, hoppla Sie können leider Keinen Gallensaft mehr produziert Naja Dafür schwitzen sie auch nicht mehr Ja, ihr könnt zwar auch nichts mehr verdauen Aber hey Geil Unter Wassersport Da sollte man nicht so dolle schwitzen Aber ist auch nichts für jeden Das stimmt, ne So Wassergelötschen So irgendwie mit Rentnern In so einem Babybecken Mit so Poolnudeln und so Auch eine schöne Sache, ja Unter Wasserhochzeit, Alter Ihr miesen Hunde Ihr miesen Hunde Ach man Kannst du die BGs Den Sauerfang machen? Also die Hordefahrer Uuuuh Tiefschlaggnolle Ist wieder unterwegs, ne Geile Sache Geile Sache Gut, Boys Es ist wirklich sehr, sehr lange Kein Mount mehr gedroppt Wirklich sehr, sehr lange Von daher hoffen wir mal das Beste Dass wir hier zum Abschluss Run Einen Hund noch bekommen Das wäre natürlich sehr, sehr schön Ähm Plan für morgen Plan für morgen Morgen ist Freitag Das heißt, morgen ist Video Woche aufnehmen Morgen ist ein bisschen Sagen einsprechen Und morgen ist noch ein paar Commentaries Von euch fertig machen Von daher denke ich Normal streamen Mit allem Worauf wir Bock haben Wieder so 16 Uhr rum Möchte ich meinen Ja Ich denke das funktioniert Mit Inkontinenten Rentnern Uuuuh Ja dann wird es doch wieder wärmer Aha Blois Dann wird es doch wieder ein bisschen wärmer Weiß ich nicht Ob wir das wollen Bin ich mir selber nicht so sicher Ob das eine Option sein sollte Macht euch mal den Spaß Und geht in Classic Forum Und ersetzt das Wort Classic Durch Deutsch Nee also Bei aller Liebe Das möchte ich in der Tat nicht Aber gut Wer Spaß damit hat Der kann sich das ja gerne gönnen So Wieder kein Hund Freunde Also die Droprate in Antorus Gerade seit wir mythisch reingehen Die stellen sich ein bisschen an In letzter Zeit müssen wir sagen Die stellen sich ein bisschen an Ja Ganz ganz traurig hier unsere Freunde Guti Liebe Leute War mir ein Fest mit euch Ich danke euch fürs Mitkommen LOL Wassersport Werf mal ein Stück Eisen ins Wasser Und du siehst meine Schwimmfähigkeiten Recht zeitnah Und gut anschaulich Ja gut Das ist dann natürlich Wird eine kurze Sportstunde Ja Wird eine sehr sehr kurze Sportstunde Guti Liebe Leute In diesem Sinne Planung für morgen ist klar Denkt dran Auf dem Kanal momentan Viel viel PvP Auch viele Na ja Runden Auch einige Erschlimme Runden Aber es hat trotzdem Spaß gemacht Zumindest mir Sonst würden sie ja nicht kommen Und ja Lore kam letztens Ja also Story Video Char Video kam Also ganze Menge momentan Wir gucken ob wir jetzt noch schöner Kulirana schaffen Und ja Wir haben auch wieder gut was geschafft heute Liebe Leute Ich bedanke mich bei euch Fürs dabei sein Fürs mitkommen Fürs supporten In jeder Art Mit Submen Mit Shearmen Mit Donaten Mit Followern Mit allem Was hier heute wieder abging Freunde Vielen vielen Dank Für euren support Und ja In diesem Sinne Sehen und hören wir uns dann In den nächsten Uploads Auf YouTube Die Tage auch noch Neues Unboxing Ja es gab wieder Der Lootbox Vielen vielen Dank Geile Sache Und ja Oder halt im Stream Hören wir uns Wie ihr wollt Ich danke euch Liebe Leute Macht es gut Und wo ist mein Endscreen Da war er nicht Da Da ist er Haut rein Freunde Tschüss 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 Tschüss